Ich verstehe das nicht. Hallo, meine wunderschönen Kinder. Und Oma, danke schön für den Gifte-Zapper-Moped-Gang-Member. Was läuft? Was läuft? So, das habe ich hier, das habe ich hier. Was verstehst du nicht? Vieles verstehe ich nicht. Das ein oder andere. Hallo. Wo ist der Kusch? Unten. Schreibe mal runter. Nein, mache ich nicht. Hallo, Lazarus. Hallo, Herr Jogi. Joko, Alina. Giffy, Blackmoondog. Corporal. Boban, Lebytes. Hallo. Temporary, Potato. Hallo. Andi. Hallo. Tiger. Hallo. Stone Gangster. Hallo. Score. LDB. Hallo. Goji. Hallo. Unicorn Hunter. Hallo. Bobby Banks. Kush. Hallo. Ezada. Hallo. Hati. Hallo. Fabian. Hallo. Bobo Bear. Hallo. Martin. Montana. Okay, der Move war nicht schlecht mit der Message. Dafür bekommst du den Prime. Wer hat die neue Nachricht gesehen? Ich bin nur am Reintrollen, Alter. Chris Anthem One. Hallo. Ist das ein neuer Name? Das ist doch immer ohne eins, oder? Hallo, Schlotz. Oleranta. Hallo. Lotrix. Hallo. Long. Hallo. Hallie Tan. Dankeschön für den Prime Star beim 18. Sandy Line. Auch ein neuer Name. Hallo. Nee, gar nicht. Du bist nicht Lele Sandy, ne? Hallo, Sandy. Nee, die 1 war ja schon immer da. Okay, okay. Die Nachricht ist gut, Bomfer, ne? Hallo, Pyro. Ich war auch so echt kurz so, hä? Private Nachricht? Chris Anthem One. Hallo, Monster Ice. Bomfer, danke für deinen Prime im 44. Ich hab in die Wanne gestrullert, okay? Ich bin nicht nur, ich komm vom Pinsel. Ha, dann haben wir den Pinsel jetzt ne Zuschauerin geklaut. Dann kann der Pinsel den Ezade behalten. Gaming Kellner, hallo. Martin, hallo. Distri, hallo. Benni, hallo. Bolzer, hallo. Wann RP? Sofort, machen wir sofort. Ich geh auch was früher rein. Ich hab echt nix zu erzählen. Da dachte ich schon, Körte schickt ihr nicht mal ein Bild von den königlichen Haarigen Fuße. Geh nix, Dinge. Geben und Nehmen. Ich mach nur Spaß, Joko. Pinsel ist mein Bruder, Alter. Oh, boy. Must luckies, dankeschön für den Wii-Sub im zweiten Monat. Dankeschön. Bomfer, wieder gute TikTok gestern. Ja, der Bomfer wird jetzt, glaub ich, wieder ein bisschen aktiver. Und Torbsen, danke für den Prime-Sub im 37. Ich auch nicht, außer ich nächste Woche in Duisburg mit dem Auto unsicher machen darf. Probewart. Kommieren, ich hier mein Turf, Junge. Hallo, Matti. Bei Frank-Movies aus Hogwarts. Ja, aber ich hab gestern gelesen, das sind nur so 25, 30 Stunden Spielzeit, ne? Die Hauptstory. Ich dachte eher so ein 100, Alter. Aber wir zocken trotzdem. Wir machen trotzdem. Hallo, Castello. Bomfer hat auch schon ganze 2 Euro mit YouTube verdient, Alter. Ja, 30 Stunden, nur die Hauptquest, ne? Ist am einen Tag durch, ja, genau. Ich hoffe, das merkst du selber, Bruder. Ich hoffe, das merkst du selber. Hauptsache, die Qualität stimmt. Das ist richtig. So, ich hoffe, euch geht allen gut. Hallo, Jens. 2,70 Euro für 25 Videos ist so guter Lohn, jo. An Fortnite oder PUBG. Wir haben heute Fortnite gespielt wieder. Wir haben ein paar Games gemacht und die Weeklys und so. Wie zur Pinsel. Ja! Liebe diesen Hass. Greater. Hallo, Loco. Hier schon wieder. Hallo, Knabe. Wie ist es? Wie geht es den Kätzchen? Der Bagheera und Diva, gut. Die habe ich ja erzählt, glaube ich, ne? Diva ist schwanger. Baby-Katzen-Bilder bald. Ich denke mal so in 2-3 Wochen ungefähr. Wie cool ist das bitte? Hallo, Velourou, Kingbrot, hallo. Und Incaid Nation, danke schön für den Prime Star vom 8. Monat. 75 Stunden für 100% Game, da habe ich Bock drauf, ich auch. Hallo, Lemi. Also bald gibt es Katzen-Baby-Bilder. Ernie, hallo, Seg, hallo, Niki, Nick, hallo. Ich hoffe, dass da alles gut läuft. Also wenn ich den Chatter meist liebe, dann den von Curtis, aber hier ist nix los. Wo Poco Loco, nix Poco Loco. Und hallo, Cello und Christi, hallo. Selbst wenn du 30 Stunden, wenn es so wird wie bei Red Dead Redemption Spiel, ist der sowieso nicht fertig. Oh, Space Pirate, einfach halbe Karim geworden, Alter. Boah, Junge, nervt der. Seitdem du mit Maudi auseinander bist, geht's runter mit dir. Und ich möchte mich nochmal bedanken bei Herrn Juri, der hat mir nämlich einen Ständer gesendet, per Post, für GoXLR. Sieht wunderschön jetzt aus. Bald irgendwann, das ist ein ganz großer, massiver Ständer gewesen, den er mir geschickt hat. Patsche 2, danke schön für den Prime 7.5. Jetzt habe ich das GoXLR so schräg stehen, das sieht viel besser aus. Einen ganz schweren. Dankeschön, Juri. Ich habe zwei, drei Wochen gebraucht, bis ich zugestimmt hatte, dass der Juri mir das schicken darf, weil ich das nicht annehmen wollte. Aber wir haben mitgetan. Feier aus dir, hallo. Und Kobo, hallo, Kobo. Besser ist das. So, ich glaube, ich starte, oder? Ja. Äh, Epic Launcher ausmachen. Ich muss Grafik wieder. Ja, ich scheiß auf, Digga. Sollte heute für drei Tage in die Arturoa wegen einem 15-Euro-Strafzettel von 2021, den ich vergessen habe. Kommst du aus NRW? Nick, Nick. Feuer frei, Dankeschön, Nummer Peter Klause, hallo. Hihi. Hihi. Kommt der Herr Nick, Nick aus NRW? Irgendwie hängt der Chat wohl nach, ne? Ne, Bayern. Oh Gott, Bayern, Alter. Wundert mich, dass du da nicht lebenslänglich bekommst. In Bayern. Würdest du aus NRW kommen, hätte ich dir gesagt, Bruder, geh rein, Alter. Du landest eh in den ersten Werden. Und das wie Urlaub. Das ist keine Strafe. Und richtig durch, Dankeschön für die Weezer. Am siebten. Ich hoffe, ich supporte heute schon wieder. Geil. Hallo, Morphium. Darf ich fragen, was das für eine CPU in Grakas steht? Und am Stream, Morphium. Ich hab ne 2080 Ti und irgendeinen Ryzen. Keine Ahnung, wie der heißt. Heute RTW-Dienst, Pommes? Ich denk schon. Ich denk schon. Wir wollten ja dem Pinser einmal helfen da. Komische Testfahrt um 20 Uhr. Wenn er das schafft. Und ansonsten schwingen wir uns mal wieder in RTW, glaub ich. Hallo, Blitzzeig. Wollte eigentlich gehen, aber war acht Monate alt, bis Baby. Und dann lieber... Ja, dann ist klar. Hallo, OG Customs. Oh, ich muss neue Teams beginnen. Grüße, Soled. Grüße. Und Alpino, hallo. Ich hab sogar... Ich hab sogar ne neue Heilmethode gefunden, Chat. Wollt ihr... Wollt ihr mal hören? Ich hab zwar noch keinen Namen. Aber das ist die hier. Die nicht funktioniert gerade. Warum? Da müssen wir, glaub ich, ingame für sein. Zeig ich gleich. Oder... Könnt ihr gleich hören. Hey, TeamSpeak funktioniert nicht. Wie cool ist das bitte? Jetzt sag ich Fortnite und trinke Ola. Äh... Das ist die neue Heilmethode. Ich brauch noch nen Name dafür. Aber das teilt auf jeden Fall Knochenbrüche und Blutungen. Habe ich selber erfunden. Next Game. Danke für den Prime Sub im 27. Monat. Warum? Ah, jetzt, okay. Dankeschön. Bionic, danke für den We-Sub im 27. Ebenfalls. Creature Ente Du. Und Ludie, danke schön für den We-Sub im 28. Und Vincent, danke schön für den We-Sub im 6. Hat dir eine private Nachricht geschickt. Wie viele sind drauf reingefallen? Schwellenheilung, warte mal. Ja, stimmt. Wenn was geschmollen ist, ne? Hallo? Was ist das? Ich hab das in unserem Bett gefunden. Was ist das? Das ist Robert. Was ist das? Robert. Ja, wie Robert? Robert. Ach, Robert. Ja. Was machst du damit? Robert the Chick. Robert the Chick. Ich will spielen, aber der hat sich versteckt von mir. Ich hab den gefunden unter dem Bett. Der riecht ganz komisch. Der ist so gut, der denn. Der riecht voll komisch. Ja. Aber ich... Aber ich... Aber ich... Manchmal spielt der ein A-A-A. Ja, wei. Und Hunde. Oh Gott. Ich werde ihn jetzt zu medizinischen Zwecken einsetzen. Okay. Bist du mit dem Trink und Mila unterwegs? Ja. Kommst du mich abholen? Ja. Bin zu Hause. Ja, okay. Komm, Robert. Bis gleich. Ach, Robert, hör auf. Bis gleich. Bis gleich. Yo, 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 Alter. Ich hab super Sampling eingestellt bei GTA. Ich hoffe, dass das funktioniert. Aber ich hab grad schon gesehen, der Schatten flackert ein bisschen. Macht das die Sonne auch? Nee. Aber Schatten. Jeden Tag eine neue Tat. Nur für euch. Nur damit das Bild schärfer und besser aussieht. Könnt ihr mal sehen, Alter. Hallo, Schwester Kusch. Ozanen, Ozanen. Aber Bild ist nur ein bisschen zu dunkel. Keine Zeit. So passt. Ich sehe keinen Unterschied. Ja, das wirst du, weil das Dings im Stream ja runterskaliert wird, ne? Auf 936p. Man sieht das sehr gut. Woran kann ich das festmachen? Zum Beispiel die Chromfelgen von der Karre da hinten. Müsst du mal bei anderen LP-Streamern, die auch auf Sektor spielen oder allgemein-LP, müsst du mal auf Chrom und so achten. Das flackert dann. Wenn man sich bewegt und so. Jetzt flackert da geht nichts mehr. Mich genervt. Genau wie die Striche auf dem Boden. Die flackern auch nicht mehr. Und Taurus, vielen lieben Dank für den Dance in 4090, liebe Babaji. Können wir mal eben fest zusammenhalten. Das gehört sich seit 2017 mindestens einmal die Woche über dieses Schatten in GTA V beschwert. Weißt du, was das scheiß Problem ist? Dass dieses Spiel so unperformant kacke ist, Alter. Vor allem das Anti-Analysing. Ich hasse es. Ich bin da super empfindlich. Oh Gott, Jungen. Gruven, vielen lieben Dank für fünf Gifte. Zaps, Dankeschön. Vor allem dieses dreckige Anti-Analysing. Seht ihr das da hinten? An der Mauer? Wie das flackert? Ich hasse es. Wie die Pest. Aber das kriegst du nicht gefixt da. An solchen Texturen. Ticro macht der rum. Er hat keine Ahnung von Gitar. Schuckt euch die Pässe mal an. Und so wird das Spiel dann ohne aussehen. Oh Gott. Über oben an dem Hausdach und so. Oh Gott. Ich glaube, so spielt der Pinsel und so. Ich würde Kopfschmerzen kriegen. Dann geht er ab, Sugar. Dx11 bringt was? Nein, ich habe 10.1 eingestellt, ne? Ja, 10.1 habe ich. Er nimmt ein paar Grafikoptionen aus GTA weg, wie das mit dem Gras und so. Weil ich eh nicht eingestellt habe. Weil bei Gras ist das so das Anti-Analysing da greift. Also zu harter Performance-Set. Und noch ein paar andere Sachen, die ich eh nicht anhabe. Du hast halt unter DirectX 10.1 ein anderes Anti-Analysing, Alter. Da gibt es bei 12 oder 11, was das aktuellste ist hier in GTA, gibt es da einen Fehler. Da hat er so Sachen doppelt rendered und so. Ja, ist halt super alt schon im Spiel. Bleiben die? Ach, die hat Kopfschmerzen. Das stimmt, ist halt ziemlich alt, ne? Wenn sie will auch seit zwei Jahren einen neuen PC kaufen, dann geht es mir nix hin. Der Computer, den er sich jetzt kaufen will, da wurde mir im Discord gesagt, ich soll mal vermitteln. Weil das soll der Pinsel selber machen. Wer auch immer das zusammengestellt hat, das soll wohl eine richtige Katastrophe sein. Und Hansi, danke schön für den Prime Sub im 19. Und Arinos, danke schön für den Sub und herzlich willkommen. 2013 oder 12, es geht ja 5. Was ich auch hasse, ist das mit den Objekten. Guck mal, die Mülltonne da. Warte, ich zeig mit dem Finger hin. Die hier. Jetzt wird die gerendert, ne? Also der Müll sagt dahinter. Guck mal, wenn ich jetzt rausgebe, wie das jetzt aussieht. Was sagen die selbst in den ITX-Pad noch immer? Okay, jetzt schon da wieder. Das passiert halt, da gewisse Objekte in einer gewissen Distanz nicht mehr gerendert werden für Performance. Aber es macht keinen Sinn, dass da ganz hinten die Laterne gerendert wird, aber der Dings nicht. Und das kriegst du auch nicht weg. Aber sowas nervt mich. Weil die nix so voll... Du meinst die hier? 1, 2, 3, 4, 5, okay. Da hast du recht. Aber das ist zu ein Performance-Hint, ne? Sagen wir mal so 87, 98 FPS. Ah, ist halt für Singleplayer. Das machst du nicht. Ja, komm schon wieder. Gleiche Lied? Weißt du, wann der erste AP-Style rauskam von GTA? Ende 2016. Das war GVMP. Also im deutschen Bereich. Na ja, oder Anfang 2017. Geht der Sex-Release-Curtis-Escape-Setting-Anti-Analyzing an. 16-fach was im Schmutz. Was? Was? Ja? Seht's dir gut? Ja, jemand hat mir einen Stein an den Kopf geworfen. Dann bin ich kurz... Ähm... Kurz und nur noch gefallen. Aber jetzt... Jetzt bin ich fertig für Auto. Okay. Bin zu Hause. Bin voll auf dem Weg. Bis gleich. Bis gleich. Die Zielpredikte? Oder... Ich weiß gerade nicht, was du von mir möchtest, Alter. Ich war... Leute haben alle Performance-Probleme. Ja, das liegt aber nicht an Sektor. Also nicht an Sektor direkt wegen den MLOs oder so. Viele haben hier GTA auch einfach richtig schlecht eingestellt. Es gibt da so viele, die mit Gras auf Hoch rumrennen und mit 8-fach MSA und so, weil die denken, ich hab voll den Monster-PC. Der kann das. Ich hab nur richtige Probleme am PD. Meine Tastatur, man lasst mich nicht essen. Nee, egal, vergisst, was ich gesagt hab. Hallo Wolverine. Das hat... Oh, du siehst ja voll cool aus. Ah. Du siehst ja richtig frisch aus. Yo, what up? What's happening? What's happening? Du hast ja richtig Style. Motherfucker, I'm a King-Style. Soll ich mit Chicken Mila weiter fahren, oder wo? Äh, ja, Caro, oder? Bist du fahren, oder wo? Ähm, ja, Caro, oder? Na, Caro, komm. Jeje. Was hast du denn schon wieder mit der Scheibe gemacht? Äh, das war ich nicht. Ich hab doch gesagt, jemand hat einen Stein geworfen. Ach so. Ich wollte mal Pinsen sein. Ich frag schon, ob der da ist. Nun gut. Nö. Was willst du machen? Nö. Ähm, was will ich machen? Ich will unser Krankenhaus mal anschauen. Na, komm. Oh, die Kuppers. Ja. Weißt du, was sie machen können? Meine Fuße knutschen. Knutschen? Und alles fett im Schritt, oh? Ja, grad noch so, ne? Ja. Grad noch so. Hab mir die Eier geklemmt. Oh Gott. Ja, das passiert mal. Hm. Na ja, that's life. That's life, right? Das stimmt. Ja. Ist schon wieder heillos. Ich muss dir was beichten. Was dann? Ich hab mir nicht mein Eier getinkst. Das ist mir schon klar. Oh, okay. Warum sagst du das denn nicht? Zieh mal lieber wohl dein Mütz auf. Hab doch. Zieh du doch deine auf. Na, ich hab doch. Ach ja. Ach ja. Ach ja. Oh, da ist die falsch. Bist du ein Zebra-Bra? Ja. Kein. Weißt du, wie du aussiehst? Wie ding ist der Profi, der Auftragskeller? Ja. Wir sind quasi Geschwister. Warte, ich muss kurz was gucken. Warte mal hier. Ja. 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 Okay, sag mal was. Äh, ja. Okay. Wie cool ist das bitte? Du musst nur was gucken, ob Penny. Okay. 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 Tagsam. Hey. Tagsam. Du wusstest das noch gar nicht, Peer? Nee. Wie langweilig? Ich hab dir nichts zu tun. Nee. Grad Gott sei Dank nicht. Ich hab ein paar Leute angefahren. Doch. Doch. Wie wärst du denn hier mal arbeiten? Geht ihr vor uns, Jack? Ich hab tatsächlich schon bestätigt, dass das sie gewesen ist. Sind wir doch. Ach du Scheiße. Jetzt haben wir gegen die Spinner gewonnen und ihr ruht euch auf. Ja gut, ne? Auf. Ich hoffe, dass hier keiner ist, der übernommen wurde. Na ja. Na ja. Links neben dir. Ja, direkt links zu deiner Seite. Ja. Das ist ein peinlich jetzt, ne? Ja, selber schuld. Das falsche Krankenhaus ausgesucht. Wie peinlich. Versager. Das Positive da drinnen. Hazel, du hast auch wieder ihre Ruhe. Ja, ihre Ruhe. Hazel. Was hast du denn gehabt, Hazel? Ähm, gar nichts. Eine Stalkerin. Ach so. Du hast eine Stalkerin? Nein. Nia? Die wollte mit mir befreundet sein. Ich war das nicht. Aber wir waren auch befreundet. Du? Ich wurde nicht gesehen. Hazel. Ja? Ich will mit dir befreundet. Okay. Wollte gut. Akzeptiert. Hazel. Ja? Du riechst nach Knoblauch. Ja, guck mal. Hör mal. Der Dinkelberg hat eine neue Stimme gebaut von Dr. Chuck. Ja, ich liebe Knoblauch. Der hat eine Test-Kur gemacht. Ganz eine alte, schöne. Das ist besser mit Knoblauch. Anchois. Doch, die war irgendwie so quirlig. Soll ich mal Wollen rufen? Okay. Mal fragen, was abgeht. Alfred Mokakis, Erotikas Kripsi. Grüße. Was? Was denn? Bist du betrunken? Ich bin's, Gartes, Mann. Ich bin's, Mann. Ich hab mich verkleidet. Wo warst du gestern? Da war ein Orakel. Ja, wer ist nochmal bis zum Ende da geblieben? Du hast alles verpasst. Nö, ich hab, weißt du, die haben gesagt, das Orakel hat gesagt, wir sollen nach Assetown. Und ich bin nach Assetown. Nein, ihr habt das so interpretiert. Das Orakel hat nie gesagt, dass ihr zu Assetown sollt. Das Orakel meinte, wir finden die Wahrheit in Assetown. Nein, Mann. Hat irgendeiner reingerufen. Das Orakel hat niemals... Aber wir haben die Wahrheit gefunden. Ich hab ja grad Grundschaft. Komm, 895, Mann. 895, wo ist das? Ja, wo wir gewohnt haben, Kripschild. Grape Seat, represent. Okay, bis gleich. Miha? Ja? Kommst du ein Stück zur Seite, schweb dir was ins Ohr flüstern? Ähm, ja, Caro. Willst du arbeiten oder sollen wir abhängen? Mir ist egal. Wohl, macht irgendwas in Grape Seat. Vielleicht Quatsch, schweb da. Wieso? Die stehen alle im Kreis, die haben nichts zu tun. Das war's. Ich glaub, wenn wir jetzt im Erdbeer rumfallen, haben wir aber nichts zu tun. Ja, ich mein, das ist ja nichts anderes als das, was wir da machen. Ja, wie? Na, da stehen wir ja auch nur rum. Eigentlich will ich auch so nicht. Aber wir können ruhig da hin. Aber ich kämpfe viele hier gar nicht. Ich bin gar nicht mit dem Warm. Hm? Das ist unangenehm. Nee, ich glaube nicht. Ja, das wird sich auch nicht ändern, wenn du nicht mit den Leuten redest. Ja, doch, wir können ja... That's a fact, bitch. Warum nennst du mich jetzt bitch? Das versteh ich nicht. Ähm, ich... Weiß nicht. Ich bin zu sehr in meinen... Dann bestimme ich jetzt, dass wir in der Wolf fahren und... Und dann gleich, wenn du... Aber du musst viel heilen, ne? Ja. Wegen deiner Sendung, ne? Ja. Dann gehen wir aber trotzdem arbeiten. Ich bin das Boot. Ich liebe dich. Du wirst, was los ist. Okay. Kai? Ja. Mist. Wir hauen wieder ab. Wir haben keinen Bock auf, aber bald. Ja. Ja. Schönen Abend. So, viel Spaß. Tschüss. Ja, Arschgeigen. Oh, selber. Hey, hey. Den hab ich's vorgezeigt. Ja. Hast du? Ja, klar. Das ist mein Robby. Du musst keine Starthilfe geben. Warum schließt du die Karre ab? Hä, ich hab nicht abgeschossen, du doof. Du hast dich selber abgeschossen. Rubble. Das ist mein Robby. Ich mein's, weil der stinkt. Das ist mein Robby. Blö. Oh Gott. Oh Gott. Genau. Boah, ich glaub, das ist ein Taxi-Taxi. Basti, danke für den WeSang 44. Simba, danke für den Prime 21. Mein Leben fängt an. Rips, danke für den Prime 34. Und Stefan, danke für den Prime 9. Hallo, Bodo. Und Danny, hallo. Also, ich bin der stärkste Mann, den es gibt. Geht so. Ja, oui. Ja, es gibt ja noch den stärksten Mann von der Welt. Was ist denn das? Weiß nicht. Joseph? Kenn ich nicht. Ich auch nicht. Also gibt es den noch nicht. Doch. Nö. Doch, es gibt mehr als die Leute, die du kennst. Es gibt ungefähr, hm, so, keine Ahnung. Erzähl keinen Stoß, gib einen Kuss. Ich kann jetzt nicht, ich muss Auto, muss Auto fahren. Wie cool ist das, bitte? Gaudi, danke für die Primes-Up-Zeiten. Ich fahre Auto. Ich habe Hinser gestern aufgekehrt, ne? Und weißt du, wer tot ist? Was? Der ist noch nicht so, oh Mann. Was? Du kannst den doch nicht auf, der versteht es doch noch gar nicht. Nein, ach nein, nicht so aufgekehrt. Kannst du fahren, wir sind auf dem Highway. Ja. Ich meine so mit dem. Hast du gesagt, er soll sich schützen? Ich meine mal den kriminellen Sachen und so. Ach so. Hey. Stimmt, Gaudi hat zum ersten Mal heute geschrieben. Ja, ich habe Ihnen erzählt, was, weißt du, wer tot ist? Das hat, wir waren gestern bei einem Orakel. Auf Mount Hilat. Hey. Der Bernd ist tot. Where's Bernd? Nachdem, wo wir Dings gemacht haben. Nein. Darmspiegelung. Doch. Nein. Doch. Wee. Ich habe vergessen. Der wurde aus dem Flugzeug geworfen. Aus dem Helikopter. Der ist ganz schön gemein. Das stimmt. Und sonst gibt es keinen neuen Gossip. Hm. Schade. Außer, dass Roy gestern sich auf dem Mount Sheldet versteckt hat. Aber wir haben den nicht gefunden. Wir haben nur das Orakel gefunden. Orakel. Orakel. Hörst du langsam wegen Sand? Ja. Und hier ist ungleichmäßig der Boden. Ich will nicht, dass mir das unten alles kaputt macht. Weißt du? Hallo, Justus. Da hast du recht. Ja, ja. Ha, Gaudi hat reingefallen. Den ersten Teil waren wir gestern auch. Da gab es eine Frau, die hieß Junebug, die wollte mit mir verraten. Aber ich habe gesagt, gewaggt. Ich bin verratet. Ähnliche. Ähnliche. Wieder hoch. Ähnliche. Aber voll Möhre. Ich glaube, ich denke... Voll Möhre. Ähnliche. Wieder hoch. Frag Pinsa. So ein Quark. Robert kann die besten Klopp-Klopfe setzen. Keine, warum nicht? Deine Wohl. Ich hasse Grape Seat. Warum? Du stinkst nach Kuhkacke. Ich mag das irgendwie. Ja, die verkaufen schon wilde Sachen. Warte mal, was ist denn hier los? Ich bin ein bisschen überfordert. Vielleicht verkaufe der auch los. Weil ich ziehe den Houdino aus. Mir ist zu warm. Okay. Du siehst echt falsch aus, Alter. Das richtige Zuckpüppchen. 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 Oh, guck mal. Hol nach Zerbeck. Was? Hol nach Zerbeck. Was? Das Auto. Kenn ich nicht. Oh Gott, Achtung. Danke. Chef, was machst du denn hier? Äh, okay. Ähm. Oh, so ein Zufall mit dir wollte ich quatschen. Ja, voll. Hühnchen, altes Haus. Ich wollte mal nach einer Gehaltserhöhung fragen. Wir haben nämlich eine neue Heilungsmethode erfunden. Ja, welche? Die hilft bei Schwellungen und Knochenbrüchen und bei Nasenbrüten. Nein, Knochenbrüchen darf nicht helfen. Ich bin Knochenbrüchterin. Ja, richtig. Die hilft nicht bei Knochenbrüchen, aber bei Schwellungen und Nasenbrüten. Guck mal, ich tue das hier so dann an die Wunde, ne? Ja, ja, ja. Wow. Und fühlst du dich schon besser? Das ist Robert. Ja. Das ist Robert. Das ist das Spielzeug von Mihal. Das habe ich unter dem Bett gefunden. Ja. Das riecht doch komisch. Ich muss noch etwas sagen. Ja. Etwas beichten. Was ist denn der Typ da? Nein, nein. Jetzt lass mich doch mal reden. Kein. Hallo, Kim. Also, ich muss beichten. Das wird nichts mehr mit der Käme bald. Was? Ja. Hier ist ein Verkaufslager. Ja, aber der Vorrat geht zu Ende. Ich weiß nicht, wo ich noch LSD. Ich habe alles versucht, überall nachgefragt. Ich kriege kein LSD. Oh Gott. Wir brauchen LSD. Wir brauchen LSD. Oh Gott. Dr. Chuck hat bestimmt LSD. Ein Blut. Ja. Er muss welches besorgen. Die Kreme ist wichtig. Ja. Mir nicht auf jeden Patienten. Egal, was er hat. Aber das muss gutes LSD sein. Damit die Blutkörbchen noch voll da sind. Ja, Blutkörbchen. Blutkörbchen. Und Chef Chicken. Tut mir leid, dass ich gestern zusammengeschlagen habe. Ich bin ausgerutscht, Sir. Ich habe dich komplett K.O. gehauen. Ja, okay. Aber das ist Tradition. Ja, richtig. Ken, wo ist ein Woi? Und wer war der Typ gerade? Also, Mila, für dich gibt es eine Gehaltserhöhung. Herzlichen Glückwunsch. Oh, echt? Ja, richtig. Wo hast du mit mir? Mit deinem tollen Vorschlag und allem. Da muss man dich auch mal nach vorne stellen. Ich auch? Ja, du machst auch ganz gute Arbeit, Sir. Häng dich. Danke schön. Ja, gerne. Ja, ja. Wie? Da kommt der Gebrauchtwagenhändler. Mir ist jetzt mein Scheffeln? Ja, sie ist jetzt Head of the Party. Was heißt das? Du wolltest schon immer dein Scheffeln sein. Ja, der jetzt zusammenfahrt, hat sie jetzt das Sagen immer, wenn ihr fahrt? Ja. So, der soll das Sagen immer. Kim, wer war der Typ gerade? Keine Ahnung. Er wollte ja Autos kaufen bei dem Gebrauchtwagenhändler, Kirky, heißt er, glaube ich, Kirky. Tansam. Tansam. Willkommen bei Erotikaschrift, ich bin Dirty Moor. Verkaufst du Autos? Verkaufst du Autos? Klar, was sieht denn hier sonst aus? Was willst du denn für den Hobel hier? Für den hier? 30.000, 35.000. Ich bin den schon schick, ne? Das ist so eine Lackierung, Red, Wurz, Red. Aber ich wollte mir ein Motorrad kaufen. Hab ich auch da, komm mit, komm mit. Was denn? Wir haben uns gerade Roller gekauft. Klar, Mann. Das war ein richtig harte Mal. Warte mal, die verkaufst du auch hier? Ja klar, wenn du auch stehen. Alles, was hier steht, ist schon verkauft. Hier, guck mal, ein schönes Moped für dich. Hast du auch schon so eine Schutzweste, wenn du hinfällst? Das ist kein Problem. Was ist denn das für ein Geld? Das ist ein Red Bay. 1933er Modell. Hast du einen Nightblade? Naja, das ist alles, was hier steht. Boah, das ist ein heißer Feger. Das ist ein Arox. Hab ich gerade verkauft, die beiden? Gott. Ich habe noch einen auf Lara, wenn du willst. Ich suche ein bisschen was anderes. Alles klar, zwei. Dann können wir uns harte verhandeln. Ciao, ihr Lutscher. Ach, ich habe doch Spalz im Roller gekauft. Das ist ja super cringe. Entei. Das ist ein Gangroller. Da können wir auch Millie und so mitnehmen. Voll cool. Viel Spaß damit. Alter. Kannst du nur mal quatschen? Okay. Ich habe die Roller für 550 Dollar gekauft. Ich wollte die nicht abziehen, Mann. Die wollten es aber so. Die haben jetzt für zwei, viereinhalb bezahlt. Wie viel hast du? Okay. Ich, ey. Alter. Die wollten irgendwie. Die haben angefangen bei 15.000 Dollar. Und ich habe gesagt, ich bin ja schon ein Betrüger. Aber das geht nicht. Viereinhalb. Da haben sie gesagt weniger nicht. Ja, im Hafen irgendwo. Das ist so ein Top-Secret-Place, Mann. Das kennt kaum einer. Aber es geht so. Bei euch alles fresh. Jo, wir waren gestern erst im Jahr noch. Was hat sich noch ergeben? Weißt du, Tim? Mit dem Oracle? Ich weiß nur, dass Laser gesagt hat, alle wollen mich umbringen. Ja, es war schon ziemlich gemein, die Fahrräder abzuhauen. Ja, Mann. Du warst doch gar nicht dabei, Ui. Ja. Ich kam dann. Außerdem haben wir es nicht geklaut. Wir haben es ausgeliehen. Ja, aber es kam dann. Und das Oracle hat gesagt, nur das sind wahre Freunde, die jetzt noch da sind. Und du warst nicht mehr da. Also bin ich kein wahrer Freund? Weiß ich nicht. Nein. Du bist ein Dieb. Das Oracle hat gesagt, wir sollen nach Essetown. Und dann bin ich losgefahren. Das Oracle hat niemals was von Essetown gesagt. Hat's wohl. Aber die Frage ist jetzt, was ist mit Pinsel, Mann? Keine Ahnung. Pinsel ist unser Freund. Unser Homeboy. Ja, die wollte den doch schon mal fast umbringen. Ja, stimmt. Es ist aber vorbei, weil ich hab mich ja entführt. Und dann hab ich gesagt, wir müssen mehr wieder zusammen spielen. Ja, ist klar. Ja, ist klar. Ja, aber wie passt denn Pinsel da jetzt rein, Mann? Also in unsere Konstellation? Bleiben wir immer noch solche Freunde? Ich hab mir gestern auch schon drüber Gedanken gemacht. Wir sind echt viele, ne? Wo sind wir denn viele, Mann? Kim, Crispy, Johnny Laser und ich. Ja, das war's, Mann, mit Sandro. Ich weiß ja nicht, ob ihr einem Pinsel vertraut, weil der Ex-Cob ist. Keine Ahnung, Mann. Das müsst ihr mir sagen. Wenn ihr sagt, okay, ihr mögt den, dann... Ich kenn ihn, ich kenn ihn halt nicht, Mann. Ich kenn ihn davon als Cop, jo. Und da hab ich jetzt nicht mit ihm viel zu tun gehabt. Du musst das ja wissen, Mann. Der ist eigentlich so wie ich. Ja, der ist eigentlich so wie wir alle. Also, mich wundert's auch, dass er ein Piddy war. Ja, wir lachen ganz oft, wenn jemand sagt, wir sind doch erwachsen. Ich bin gleich wieder da. Das fand er nicht so lustig. Ich bin gleich wieder auf die Waffe. Meinst du, man kann Pinsel vertrauen? Wir müssen ihn testen. Der Pinsel ist mein Freund. Aber was war denn ein Snitch ist? Hm, äh, nee, das würde er nicht machen, weil dann hau ich den zusammen. Gott, ich muss. Er auch? Ach, der hat nur mehr Wolle. Jawohl, sollen wir den mal testen? Wen? Ja, oder hast du irgendwelche Bedenken, weil der Expediler ist? Nö. Ja, ich vertraue davon auf dein Wort, Mann. Ich hab eher das Gefühl, dass er so mit Pepe ziemlich gut ist. Und da abhängen will. Ey, wie gesagt, ich hab keine Ahnung, Mann. Das ist dein Homie, den du mal umbringen wolltest. Der jetzt wieder dein Homie ist. Ja, wir wollten ihn umbringen. Es ist vollkommen in Ordnung, Mann. Ja, du hast schon recht, Ne Miller. Wir müssen ihn auschecken. Wir gucken, was er will. Die Frage ist, Mann, will er mit uns rumhängen, mit Chris, wie Kim, mir, hier. Mila, schafft er das? Oh, ich glaub schon. Und Caro. Ich frag den nachher einfach, was seine Ziele sind. Der kümmert sich mit Sandro um sein scheiß Event. Ja, und wegen Sandro, Mann. Sandro soll sein Ding machen. Und er wird aber merken, dass er Leute braucht. Aber ich werd ihn da nicht supporten bei seinem Plan. Ähm. Ja, was ist denn? Wohin hab ich gestern? Warum? Ähm. Petro lebt noch. Er lebt noch? Hatten wir gewettet? Ich dachte. Hat ich mit Chrisby gewettet? Mit Sandro hab ich gestern gequatscht. Und der hat mir erzählt, dass der gerade auf ne Mission ist, um diesen Macaroni zu, ähm, damit er überleben kann. Und er meinte gestern, er will zu diesem Kartell oder sowas nach Hause. Gehen wir vorne an die Straße, dann sehen wir, dass die Leute sind. Wir quatschen, Mann. Er will da irgendwie hinlaufen. Komm, Mila. Er will irgendwie zu dem Haus gehen oder so. Dann hab ich gesagt, ja, wenn du das machst, bist du tot. Also, 100%. Oh, da kommt Kulner. Willkommen bei Erotikas. Das ist, äh, Timur. Willst du parken? Ja, komm, anschauen. So, danke für den guten Deal, ne? Ja, sehr gerne. Ich danke Ihnen. Das war sehr freundlich von Ihnen. Nehmen Sie doch kurz den Platz am Tisch. Ich schwirg gleich da mit dem Papier. Ich würde mir die Kale gerne liefern lassen, wenn's okay ist. Ja, ja, klar, klar. 125.000 Dollar, ja? 80.000 Dollar weniger als der andere. Das ist ja sehr günstig bei Ihnen. Ach, das Keks. Der weiß, dass das ich das bin, Mann. Weißt du das? Das Keksi. Keksi, was geht? Pauli. Pauli, Keksi. Na, die Pöpperecke? Was geht? Na ja, ich muss wieder, ich muss Geld untergehen, Mann. Ich komm gleich wild, okay? Ja, okay. Meine Augen sind ganz komisch. Alles klar, bis gleich. Na, ich stell wieder oben. Keksi, willst du ein neues Auto kaufen? Ich bin montant einfach so müde. Ich penne meine Hälfte Sümec. Vitamin-D-Mangel vielleicht? Irgendwie sowas. Winter-Depression? Oh Gott. Na, ich stell da wieder um. Scheiß drauf. Kurz restarten. Das nervt mich dann doch mehr. Steht um halb vier auf, ja, okay. Das ist verständlich. Das ist verständlich dann. Gaijin, danke schön für den Host. Und Daniro, danke für den We-Star im 68. Monat, Alter. Und Carulo, danke schön für den Prime 14. Und hallo, Dr. Chaco und Halle, die ich heute noch nicht, äh... Das Spiel konnte nicht gestartet werden. Okay. Warum startest du das dann, wenn du das nicht starten kannst? Das ist Mama. Und hallo an alle, die ich noch nicht begrüßt hab. Und wird halt im Stream nicht angezeigt? Hä? Gott, dieses Rage-MP, ne, immer. Aber Stream würde ich natürlich trotzdem hingucken. Ja, aber... Wenn du einschiffst, ist das halt so, ne? Und es gibt noch VODs, ja. Bitte sagt alles, ich verstehe. Deshalb hab ich den gewählt, auch mal... Genau aus dem Grund. Hallo, Kusa. Album geht an. Was ist denn mit Rage-MP los, Mann? Hallo. Was soll das denn? Was geht ab Chaos? Ich bin raus. Muss Haus aufräumen. Wart um 20 Uhr abends? Macht das viel Spaß, Alter. Und verletzt dich nicht. So. Aua. Ich bin in der Lurk-Fortnite-Sucht kickt immer noch. Ah, da kommen aber momentan keine guten Skins, ey. Das nervt mich. Da ich dich schon gefragt hatte und irgendwer aus dem Stream auch. 2.7 oder... 10.2, Harry. Ähm. Ich werd' mir diese Version holen, wo ich R spielen kann. Nur für euch extra. Wenn ihr die noch zu kaufen gibt. Äh. Ganz klare Sache, natürlich. Okay. Okay. Und guck mal, jetzt am Kühlergel bei der Karre. Wie das so komisch flackert. Ich hasse halt, Alter. Ich mach' Chrom aus. Ich werd's mir eh nicht angucken, wenn ich selber spiele. Dann weine ich. Komm mal jetzt zu Hause. Jo, 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 was geht ab, was geht ab, was geht ab? Ähm, Curtis, wo ist eigentlich die Presse her, Weste her? Die hab' ich getauscht, der hat der Doktor Gimli mir gegeben und der hat von mir eine Arztkette bekommen. Bitte, dafür meine Brille. Krieg ich dann dann die Weste? Aber ich will meine... Die Brille hab' ich selber, die du hast. Ach, verdammt. Ich hätt' eine schöne Kette. Guckt euch mal lieber das neue Video an von 28 Minuten von 2Crime. 2Crime. Ist da Musik drin? Nein. 2Crime. Ach, das ist doch hundertprozentig von dir, Kim. Nein. Nein. Ne, boom! Nicht spoilern. Es hat boom gemacht. Das ist das Orakel! Ja, das wird's doch ein Auto von dir kaufen. Man, ich guck das weiter hoch. Oh Gott, was machen die? Oh Gott! Ach du Scheiße. Na ja, stand no parking. Ja. Sei aber schuld. Schade ums Auto. Ja. Welches Auto? Was für ein Auto will ich kaufen? Ja, ob du irgendeins kaufen willst von hier. Ich bin denen schön, aber ich weiß nicht. Das ist echt schön. Ich mach dir einen Spezialpreis. Ähm, 30. Milda, findest du den auch schön? Äh, was? Findest du den Magen schön? Ja, ja, schön. Du guckst ja ganz schön. Doch, ich... Ja. Welche Farbe hat er denn? Siehst du? Rot-Weiß. Warum lügst du mich an? Rot-Weiß. Rot-Weiß. Wenn ich das so anschaue. Findest du? Ja. Das ist schon sehr ugly. Ich finde ganz hübsch. Na, dann kauf den. Nö, einfach 30.000 ausgeben. Dann kauf den ruhig, wenn du den willst. Nö, ich will den nicht unbedingt. Das wäre nur langweilig. Hm. Hm. Willard. Eff-Nie. Kennst du nicht Eff-Nie? Eff-Nie. Vielleicht nehmen wir den. Ich überlege mal das nur. Siehst du? Erinnert mich an das Ghostbusters-Auto. Ja, das würde ich auch sagen, ne? Ist du ein Kombi? Dann wäre das Ectoplasma 1, Mann. Ecto 1. Der redet mich auch. So habe ich auch daran gesagt. Ghostbusters. Ja, schon schick. Damit kann man cruisen. Oh, mega. Mega kann man rein cruisen. Aber warum verkaufst du denn die Assoeys? Ich habe einfach alles hier heringestellt, was ich habe. Jedes einzelne Auto ist auf mich angemeldet. Das ist total krank. Es müssen weniger werden. Warst du doch gestern schon Teilung, Tombos? Habt ich doch genau gesehen. Ich bin kaufsüchtig, jo. Ich merke doch schon. Also jetzt lassen wir kurz reden. So wegen Sandro und so. Also Sandro hat da was vor, Mann. Ich eigentlich genau das Gleiche. Aber er hat keinen Platz für mich, Mann. Dann soll er das alleine machen. Und er wird merken, dass er Männer braucht. Warum hat er keinen Platz für dich? Naja, seine Aussage war eigentlich, Roy, du wirst schon deinen Platz finden da irgendwie dazwischen. Er hat nicht gesagt, jetzt Roy, du machst das und das. Nee, der passt keine Karre zu mir. Ja, wie Keks, der passt, der will jetzt zu dir. Nein. Wie, nein? Schrei mich nicht an. Der passt nicht. Der hat mich angeschrieben, Mila. Brauchst du noch ein paar Leuchten? Nee, ich hab die zwei. Grün und Gelb sind im Angebot. Nee, nee, nee. Mila, bist du geistig anwesend? Ja. Komm mir bei Nüste vor. Ich wünsche euch was, ne? Alles klar, Keksi. Ja, Keksi. Aber was habt ihr denn vor? Können wir euch schon reden. Geben wir an den Tisch. Ich erklär dir, Mila, genau. Komm. Am Tisch. Mit den Mila mal, Dings. Ich weiß nicht, das Orakel meinte, gestern ist in zwei Leute gestorben. Der Bernd und Nockingware. Slim? Ja, genau, Slim. Von den Panda-Boys, Mila. Kennst du den noch? Ja, der Blödkopf. Genau, der Dumme. Der hat mir Macarena erzählt. Er ist bei den Pandas gewesen. Ja, ja. Kennst du den Macaroni, Mila? Der mit den grünen Haaren. Beim Unicorn. Der jetzt auch nicht mal das Unicorn hat. Warte, dem... Dem, wo wir das Auto... Genau, genau, genau. Ja. Also, Ken, nee, ich hab auch noch. Und da ist auch irgendwas irgendwie, der wird irgendwie verfolgt oder gejagt. Und der Sandro will dem erzählen, dass er überlebt, obwohl der sich gar nicht kennt. Aber das spielt ja alles keine Rolle. Auf jeden Fall möchte der Sandro eine, eine, ein... Also, hat ein Kartell gegründet, so ein Gegenkartell. Das nennt er die Amigos. Aber der will die nicht nerven. Der möchte einfach nur irgendein Image. Ja, genau. Aber das ist nichts anderes, seit wir auf dem Boulevard waren, was ich plane. Deine Million Dollar planen, ist nichts anderes. Ja, aber du machst es halt intelligenter. Und mir meint er gestern, er will da reinrennen. Ja, das ändert sich jeden Tag. Er hat Pläne, die werden alle... Ist ja auch egal. Soll er machen. Ich fühle mich aber ziemlich verstoßen, wie ein Krebsgeschwürmann, Kurzfassung. Und ich bin jetzt dazu ins Entschluss gekommen, weil er hat mit uns gar nicht geplant. So war die erste Aussage, oder, Ken? Jo, jo. Ja. Und jetzt hab ich danach drüber geschlafen, Mann. Ja, soll er sein Zeug machen? Ja, aber Unterstützung von mir kriegt er da nicht. Und er wird merken, dass er mehr Leute braucht, als seine vier Taxifahrer, die nur auf Kommando hören, wenn er was sagt, sitzen und die machen Sitz. Ja klar, lass ihn machen, lass ihn scheitern. Und wenn ich kann, werde ich ihn auch sabotieren. Das hab ich auch schon versucht, aber es hat noch nicht ganz geklappt. Und du, Quaim, hab ich es letztlich gegründet? Ich hab nicht die Cops gerufen wegen dem Gras. Du bist so ein Wix, aber lustig, gut. Okay. Ich hab bei der Polizei gesagt, Mann, es geht um Leben, Tod, Mann. Wenn das Gras verkauft wird, dann sterben Leute. Du meinst, das interessiert die Cops? Ich hab's drei, viermal versucht. Die sind da hingekommen und das wird alles versteckt hinter so... Wohnwagen. Genau. Ich hab die auch nicht mehr gesehen, die Pflanzen. Und Sandro sagt, guck mal, hinterm Wohnwagen, wir haben die da versteckt. Das ist das Erste, was ich mach, ey, die sind hinterm Wohnwagen versteckt. Ja, wir können da jetzt nicht mehr drauf. Wir brauchen Durchsuchungsbefehl. Also, Mida, hast du alles verstanden oder willst du nur was wissen? Ähm, gibt es, gibt es denn Schnittchen? Oh. Moment, ich geh im Crackhaus was holen. Ist das ein Mixer? Ähm, und deswegen hab ich die Seite 2Crime gegründet, dass ich da ganze Zeit, ähm, News posten kann und dann Fake News über das, ähm, Amigos-Kartell verbreiten kann, wie krass sie sind, was sie gemacht haben, wie all diese Fake-Stories basiert, aber haben wir das bestimmt in die Wahrheit. Wie Chris die gestern schon gesagt hat, alles lebt sich auseinander. Ja, richtig. Aber das ist schon seit ein paar Tagen, Wochen so. Die machen ihr Zeug immer hier, der Fred und Jörg und so, Alexei und wie die alle heißen. Und wir machen unser Zeug. Ganz genau. Ja, wer weiß, vielleicht sind wir alle morgen schon keine Freunde mehr. Doch, ich, also, ich halte zu Roy und Chris wie und Kim. Und ich halte zu Mila. Ja, und natürlich mir. Ich halte auch hierhin. Genau, Grape-Seed, nicht vergessen, Mila, ne? Dankeschön. Roy hat uns damals ein Grape-Seed aufgenommen. Ja, und das werde ich nicht vergessen. Ähm, Roy? Ja? Ähm, er hat da gestern noch alles aufgesammelt, was den ganzen Pflanzen da, alles geerntet. Und er hat mir gezeigt, wo es gelagert hat. Ja? In seinem Auto. Der Jörg? Ja. War lecker. Bedeutet das jetzt, dass wir nichts mehr mit denen zu tun haben, oder wir mischen uns also nix, ne? Ne, ne, also so wie vorher. Ich meine, die letzten ein, zwei Wochen war das ja eh nicht mehr viel. Ja, hab ich gerade auch zu Kim gesagt. Ähm, wenn die was wollen, dann fragen die, ich werd dann meistens keine Zeit haben, oder sag ja. Äh, und, aber dann werd ich die ganze Operation immer sprengen, Mann. Ähm. Weißt du was? Oder vielleicht werd ich ihn auch einfach in Ruhe lassen und ich werd mein Ding durchziehen. Sandro hat mich gefragt, ob er da hingehen soll, so. Und ich hab erst gesagt, ne, mach das nicht, du will sterben. Ich sag, das ist ne gute Idee. Sag ihm, er soll da hingehen, Mann. Er soll auf die Kacke hauen. Ich hab, ich hab vorgeschlagen, Laser vorzuschicken. Ne, Mann, Laser ist einer von uns. Auch, ey, egal wie Laser ist, am Ende ist einer, hält er zu uns, Mann. Ich wollte ihn gestern umbringen. Ich weiß, ich wollte ihn auch schon dreimal umbringen, aber das ist Johnny. Nicht jeder ist wie Crispy und Kim. Er hat mich auch schon versucht, fünfmal mich umzudringen. Jum, was ist denn? Guck dir mein Gesicht an, das war Johnny Laser. Das wäre etwas für euch, Pinsel für uns, das. Ja. Ja, genau. Ja, auf jeden Fall. Soll, nee, soll, 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 soll Sandro das machen, Mann? Ich halte auf jeden Fall zu dir. Ich werde das nie vergessen, wenn Crispy damals im Grab sieht. Immerhin haben wir da vorne gewohnt. Auch nur für ein paar Wochen. Aber egal. Ja. Ihr sagt, ich bin der festen Überzeugung, dass er sich das zu einfach vorstellt. Ist das sein Bier? Richtig, richtig. Ah, er wird Männer brauchen. Boah, Roy, komm, wir lieben. Boah, Roy, lass uns Macaroni ausliefern. Bitte, Roy, komm, lass uns einen Kontakt versuchen und dann liefern wir den aus, den Schweinepriester. Bitte. So ein Friedensangebot, dass wir beide in der Stadt existieren können, Mann, und wir teilen uns die Stadt auf. Wir nehmen die Stadt und die können auch die Norden haben. Können wir wieder in den Park? Oh, der Park war schon sexy, ne? Nee, also, ey, die Bude bleibt, Mann. Ja. Ich bin noch ein, zwei Tage, muss nur ein bisschen sprühen, Mann, und dann... Ja, aber können wir Macaroni ausliefern? Ich verlege gerade. Aber lass den ausliefern, Mann. Aber wir haben ja null Kontakt zu denen. Es gibt gar keinen Grund. Ja, aber dann lass uns mit dem Chickmann quatschen. Irgendjemand hat... Dr. Chuck arbeitet für die, Mann. Lass uns mit Dr. Chuck quatschen. Ja, sonst was vermitteln. Dr. Chuck soll herausfinden, ob die Macarena ganz heimlich haben wollen, und dann bringen wir den... Weißt du, wie wir den locken können, indem wir sagen, wir operieren Macarena, sein Gesicht, und dann kommt er und dann liefern wir den aus. Ach, wie wir den einpacken, das geht ganz simpel, Mann, Macarena ist dumm. Weißt du, dann sind wir gut mit denen und dann kriegen wir deren Strukturen mit für den ganz, ganz großen Plan noch. Für ganz, ganz später irgendwann. Was hältst du davon, Mila, wenn wir jemanden umbringen? Also ich bin eine Pür. Werde ich der Erste, den wir ausgeliefert haben? Na klar, warum nicht? Ich mag, ich kann den eh nicht, der ist mir scheißegal. Also wenn die Staatsanwalt mir ein gutes Angebot machen, würde ich euch auch alle verraten. Das weiß ich, Kim. Das weiß ich. Das tut weh, dass du die Wahrheit sprichst. Ja, leider, ne? Die Wahrheit tut immer weh. Aber warum bist du so, Kim? Ich dachte, wir sind Freunde. Naja, ich möchte ungern in den Knast. Naja, jetzt nicht mehr. Naja, jetzt nicht mehr. Naja, die Sache ist, dieser Macarena taucht auf, dann ist er wieder weg, dann hat er neue Freunde, taucht wieder auf, Mann. Die landen den mit in seinen Tod ziehen, jo. Naja, ich verstehe auch nicht, das habe ich gestern noch nicht verstanden, als ich mit Samo gequatscht habe, warum der dem helfen will. Ich habe den gefragt, bist du gut mit dem befreundet oder so? Und der hat mir keine richtige Antwort drauf gegeben. Ja, so ab und zu hat man mal was mit dem gemacht. Ja, aber das heißt, aber du rennst doch nicht für ein Fremdes in den Tod. Das wäre so, als würdest du sterben für Kroll. Oder für einen Kefka. So, der ist ab und zu immer da, ja. Der ist auch Reaktionen dabei, aber so wirklich... Ja, jetzt müssen wir gucken, Mann, was Samo da macht und wir müssen dagegen steuern. Unser Ding, wir müssen cool bleiben, Mann. Ich bin auch ganz stark dafür, dass wir von Billy die Lagerhalle ausrauben. Ja. Will das Koks haben. Deshalb, ich verkaufe mir... Guckt euch die Autos an, ich habe viel zu viel, Mann, ich muss alles loswerden. Ich habe noch, glaube ich, Drogen im Wert von 50.000. Ich werde jetzt alles zu Geld machen, da werde ich einen Kassensturz machen. Und dann geht es weiter. Boah, ich bin die ganze Zeit am überlegen. Ich könnte Billy fragen, ob er mir was verkauft aus dem Lager, ich weiß nicht, was drin ist. Und sobald er die Toren aufmacht, rauben wir den aus. Weißt du, mit der Maske und so. Da bin ich nicht sicher, aber ich glaube, der hatte so Überbrückungskabel für Autos und so da drin. Ja, bitte? Mich hat es, haben wir einen ausrauben? Wer ist denn da? Genau für mich hast du. Oh, Mr. Chicken. Oh Gott. Wir haben gerade über sie geredet, Mann. Du hast nicht zugehört, aber es ist nicht schlimm. Wo sind sie denn? Ich habe gerade die Seite ausgecheckt von Baker Medical Nord und Süd. Wieso können sie das nicht sagen, wo sie sind? Achso, nicht am Telefon. Er muss aufpassen. Und, ähm, okay. Der Chicken muss aufpassen? Ja, ich lebe und Kurt ist auch, Mann. Warum sollte ich nicht leben? Ich lebe auch noch, aber ist egal. Ja, Bernd und ich lebe, Mann, aktuell. Das sind die Letzten. Ja, das ist mein Stand, Mann. Ein Gepäckchen zahlt. Chad, nehmt euch eins. Oh Gott, ich bin mal kaputt. Vielleicht sollten wir uns irgendwo treffen, Mann. Soll ich Ihnen jemanden schicken? Weil Kurt ist es auch hier und wir wollten, der will schon seit Ewigkeit mit Ihnen sprechen. Oder Sie kommen, äh, nach Grape Seed 8.95. Okay, und dann? Kurt ist, was willst du denn von Mr. Chicken? Nein, das ist das, was ich gerade vorgeschlagen habe. Ich klare das mit dem Kramp-Problem. Ja, ich, ich, äh, Kurt, das ruft Sie mal an, Mr. Chicken. Okay, er ruft, ja, alles klar, peace. Aber kurz Frage, boy. Äh, der ruft dich an. Ja, was denn? Wird dieser Macaroni denn auch von den Leuten gesucht? Ich weiß es nicht, aber frag mal Chicken, Mann. Irgendwas stimmt bei dem Mr. Chicken jetzt auch schon wieder nicht. Der muss den Kopf unten halten. Hallo. Hä? Mir geht's gut. Und Ihnen? Ich hab schon gerade mitbekommen, da stimmt irgendwas nicht? Es gab ein paar Zwischenfälle und ich will lieber den Kopf unten halten. Möchtest nicht in der Stadt zeigen, bis das ein bisschen abgerutscht ist, sie? Ich verstehe. Das bedeutet, Sie haben irgendwelche Probleme? Äh, sagen wir so, Mann. Könnte sein, dass man mich damit in Verbindung bringt, wenn wir gegen Rente. Dann kann das, an was ich ja gerade oder wir gerade gedacht haben, ihm vielleicht auch in die Hände spielen. Was denn? Ich weiß nicht, ob man das am Telefon sagen kann. Das müssen Sie jetzt entscheiden. Naja, sagen wir so. Ich hab gestern mitbekommen, dass jemand auf der Suche nach einer Person ist. Sie ist verschwunden. Und wir hatten halt die Möglichkeit, die Person zu finden und auszuliefern. Wie quasi ein Geschenk. Ohne große Probleme. Wieder nach Hause zu bringen. Weil die Mutter vermisst ihr Kind sehr, sehr. Sehr stark, wie wir mitbekommen haben. Können Sie mir diese Person beschreiben? Ja. Hat grüne Haare. Ah. Okay. Steht wohl in Verbindung mit dem ganzen Quatsch, was hier in der Stadt passiert. Und ist ins Exil gegangen, aber... Wobei und alle anderen, wir sind da nicht auf den Kopf gefallen. Allein schon wegen dem medizinischen Dienst werden wir da auch häufig kontaktiert. Okay. Das wäre quasi ein Geschenk, aber... Wir haben keinerlei Kontakte irgendwo in die Richtung. Von der Mutter. Hatten wir auch noch nie. Von der Mutter, sieh. Weil wir immer sehr im Untergrund unterwegs sind. Obdachlose halt. Und die Mutter ist wahrscheinlich im Obergrund, sieh. Untergrund. Wir sind voll an der Front, Alter. Ja. Ja, sagen wir so. Aber eventuell... Die richtigen Leute mit Ihnen in Verbindung setzen. Okay. Eventuell wird Ihnen das auch in die Hände spielen. Das kann sein. Man könnte ja am Ende sagen, man hat zusammengearbeitet. Ja, wenn es dann noch andere Leute gibt. Ich denke, wir sind da in der Lage, zu all ausfindig zu machen. Ohne großes Zahmscham. Ja, aber wir machen das mit einer gewissen Intelligenz. Und ohne, dass irgendwie die Kopf irgendwas mitbekommen. Natürlich. Denn das, was die letzten Tage in der Stadt passiert ist, das war wie ein Lauffeuer. Und das ist ja unnötige Aufmerksamkeit. Wenn wir den rausziehen, dann das wird keiner... Das wird perfekt. Das wird perfekt. Alles klar. Haben einen schönen Tag noch und passen Sie auf sich auf. Wenn irgendwas sein sollte, unsere Telefone sind wir dran. Ja? Okay. Haben einen schönen Tag noch. Adios. Oh Gott, Roy. Die werden sich mit uns in Verbindung setzen. Ja, was hat der denn jetzt gesagt? Hat der Ärger mit denen? Nee, aber er wird in Verbindung mit irgendwas gebracht. Und deshalb muss er den Kopf unten halten. Oder denen was geben. Oder denen was geben. Deshalb habe ich ja gesagt, das wäre ja wie ein Geschenk. Wir helfen Mr. Chicken. Wir helfen Mr. Chicken. Oh Gott. Das wird ja immer besser. Volle Nacken will den Kopf unten zu halten. Was sagst denn du dazu? Krank. Wer wird? Jawohl, das wäre richtig krank, Mann. Ja, was hältst du davon? Was haben wir mit Macarena? Pass auf. Pass auf. Wir haben den Burschen nicht. Sorry. Der hat auch gesagt, dass es noch andere Leute gibt, die da auf der Zielscheibe sind und so. Hast du ja gehört. Ich habe gesagt, ne? Ich sage, wen und wir holen das. Ohne, dass irgendeiner das Milde bekommt. Und wir finden die Wixer. Hallo, Penzal. Hallo, Gerdes. Ähm, kommst du noch rum, Grape Seat? Ähm, ich kann, ich krieg's denn hin. Was kriegst du denn hin? Ich habe doch gestern die ganzen Autos hochgefahren, ne? Ja. Und eins hat der Barquistler gesagt, lass das mal draußen stehen. Okay. Und da habe ich in den Reifen geschossen, damit es keiner klaut. Ja. Und vielleicht habe ich das jetzt vergessen und dann hat es mich aus der Bahn geschmissen. Dann bin ich hier über den Berg geflitzt. Ja, wo bist du? Dann hast du Hilfe. Dann habe ich überflogen. Nö, da kommen Abschlepper, ich habe hier einen Rollkäfig drin. Okay. Wir müssen eh quatschen. Okay. Dann sag, wenn du wehle bist. Ich lasse kurz das Auto machen und dann können wir theoretisch das mit dem Grästorby testen. Dann brauchen wir nur Leute, dass wir das machen. Dann musst du dich nur ein bisschen beeilen, ne? Weil Mila muss vorher ein bisschen beeilen, das Boot. Und die soll ja unbedingt dabei sein. Die soll mit Tester. Die steht schon wieder hier und ist am Hibbeln. Ja, aber was anderes. Okay. Sobald das Auto hier jetzt repariert wurde. Ja, sag einfach Bescheid, Bingo. Das geht bestimmt ganz schnell. Warte mal, Mila, du, ich. Wer noch? Ja, wo ist auch da und Kim? Aber ich weiß nicht, ob die mitmachen. Vielleicht ja, vielleicht nicht. Dann musst du fragen. Ich weiß nicht, viele von Belka da. Vielleicht fragen gleich mal. Okay. Okay. Ich kümmere mich direkt. Ich beeile mich. Okay, bis gleich. Bis dann. Bis dann. Was hast du, oder Miha? Also, ich habe uns ein neues Zuhause besorgt. Wo? Das werde ich dir zeigen. Ich habe unsere Sachen schon dahin gebracht. Ein paar Kammern. Du standst die ganze Zeit hier. Wann hast du, was quatschst du? Na, vorhin. Ach so. Wo ziehen wir hin? Das werde ich dir zeigen. Okay. Wann denn heute noch? Ja, natürlich. Wenn du mich zu unserem neuen Zuhause bringst. Okay. Was für ein neues Zuhause? Weiß nicht. Ich habe uns ein neues Zuhause besorgt. Alter, wir haben eine 420-Zimmer-Villa, Mann. Ja, und ein Haus. Das sind Frauen. Ach ja, übrigens, Mila. Ja? Ich war gestern unterwegs und ich habe dir was besorgt, okay? Okay. Aber du musst es tragen, okay? Okay. Okay. So. Hier. Ich wollte, dass du es anziehst. Aber dann hast du nur mehr Style. Das kannst du wahrscheinlich nicht mit dem Lanz holen. Hast du jetzt nachgedacht? Ach, lass gleich quatschen. Ja, und hier spricht Roy L. Yo, was geht? Ja, klar. Und bei dir, Mann? Warum geht es dir nicht so gut? Nee, kann ich jetzt nicht anziehen. Jo, du lässt dich von Sandro erscheinen? Ja, wie? What? Alter, es geht in die Brüche. Ja? Scheiße. Okay. Wo bist du gerade, Mann? Wait, von Sandro. Wir sind verankert. Wahnsinn. Okay, ich hole dich kurz ab, Mann. Ja, ich bin in Gravesey drüben. Ich bin um die Ecke, Mann. Ich komme und hole dich. Yo, wait. Was macht Sandro gerade? Weiß nicht. Noch ein Grund mehr, das durchzuziehen, Roy. Hoffentlich ist dein kleines Herz nicht gebrochen. Kannst du nicht einmal umziehen gehen im Maul? Ich will ja mal sehen. Nein. Warum hast du denn eigentlich eine Knarrell in den Arm, Kim? Weil wir im Norden sind. Stimmt. Und Roy meint, ich soll hier aufpassen. Mann, ich kann gar nichts sehen. Ich kann nur nicht sehen. Nicht cool, der Knarre? Wenn ich so gehe. Ja, fei, boi, fei, boi. Das ist schon krass aus, oder? Könnte sein, dann kann man los. Hallo, ich bin alle vorbereitet. Die kommen jetzt zur Harmonie. Mit ist doch cooler. Zu 708. Wir ziehen dann die Autos, und dann fahren wir auf die Schrecke. Okay, wir verspäten uns aber eben kurz. Müssen kurz auf Roy warten. Sei der da, wenn er da ist. Wir sind aber schon in Grape Seat. Okay, bis gleich. Bis gleich. Boah, jetzt kommt alles nacheinander, Wilder, wie immer. Ja. Was hältst du nur davon, Kim, wenn wir den uns Messer liefern? Egal, Hauptsache, alles, was gut für uns ist doch. Ja, das ist gut für uns. Wie ist da jemand in den Ausliefer und jemanden umbringen? Ja. Ja. Sag mal, den Ausliefer und das Kartell. Warum nicht? All das Kartell? Ja, ich denke mal, dass das Kartell ist, ne? Ach du Scheiße. Jetzt schicken wir nur Hör dazu. Aber warum töten wir den nicht selber? Na, weil die noch eine offene Rechnung entscheiden mit dem Arm. Ja, aber dann sollen die bezahlen auch dafür. Wir kriegen was viel besseres ans Geld. Was denn? Den Kontakt und den Respekt. Welchen Kontakt? Na, dahin. Respekt. Wie, ihr wisst nicht mal, wohin ihr den ausliefert? Ja, wahrscheinlich das Kartell. Weißt du? Das ist mir alles zu mathematisch hier. Weißt du was? Ja. Was? Wir machen das einfach. Das zerbrechen dir nicht deinen hübschen Köpfeln, okay? Oh, ich versuch. Dafür haben wir jetzt ne Top-Lage mit uns neun, neun, neun... Houdini. Da, wo wir wohnen. Chris, dankeschön für den We-Sub im 48. Stufe 2. Und No-Drop, dankeschön auch für den We-Sub im 13. Auch Stufe 2. Und King-Louis, dankeschön für den We-Sub im 3. Und Tukulu. Bin ich mal gespannt, was du dir schon wieder gemacht hast. Ich hab gar nichts gemacht. Kim, hast du ein weises T-Shirt bei dir im Rucksack? Ja. Guck da nach, was du da findest. Da findest du irgendwas passendes. Nein, ich brauch wirklich eins von dir. Weil ich hab keine. Du musst doch gucken, was passt denn eins? Kai? Ich guck mal durch. Einfach ein weises T-Shirt. Ober- oder Unterteil? Na, Oberteil. Das hab ich wohl, glaub ich. Oh, das riecht voll komisch, ja. Entschuldigung. Jetzt ist ein New World ausgelaufen. Da ist ein New World ausgelaufen? Joghurt. Ach so, Joghurt. Ich hab auch New World verstanden. Nee. Boah, die Ruhe von dem Sturm ist, find ich heiß. Hör dir da. Da 200 Meter, 300 Fuß in dieser Richtung ist Klamottenladen. Aber das ist so weit. Hast auch wieder recht. Ich rieche da kurz hin, okay? Aber hast du bei Kim oder hast du nichts von dem? Ich hab keine Angst. Ich rieche da kurz hin. Okay, lass dich nicht fassen. Ich will ihn jetzt umbringen, Alter. Er sagt Fuß. Das ist beim Militär, Junge. Oh, ich glaub, wenn wir das machen, gibt das richtig Ärger, Alter. Grüße, Leid. Ich brauche ein weißes Tee. Genau. Ange! Ja, Mann, ich sehne mich so sehr nach Action, Alter. Kein Witz, Junge. Ich lass mal irgendwas machen. Ich mein, so rumstehen und planen und so ist immer richtig cool, aber irgendwann muss der nochmal platzen, Alter. Muss einfach alles brennen. Hallo, Wade. Wie sieht denn so aus? Okay, jetzt rede schon mal mit Wade, man. Ach so, worüber? Man muss auch mal neue Wege gehen. Warum jetzt soll ich dich von Sanduschein lassen? Ich werde immer vergessen. Ich wollte nie angerufen. Ja, aber das hat der Boy auch. Der sagt das auch. Ich wollte, an mich wurde nie gedacht. Hallo Wade. Guten Abend. Guten Abend. Guten Abend. Guten Abend. Guten Abend. Wie geht's dir? Was ist der gut? Ich hab dich vermisst. Geiles Outfit, wa? Das ist voll schick, ja. Ich hab hier selber Hose. Mihai, du musst dem Wade sein Herz heilen. Der hat Schmerzen. Oh nein. Sollen wir mal die neue Heilungsmethode versuchen? Hat denn schon eine neue Heilungsmethode? Ja, kann, natürlich. Nimm mal hier. So, ich halte den jetzt an die Burscht. Ich ercheck es. 店ime Friede. Die Lieblingsmethode. 20% Entschuldigung. Der Hose ist mir rausgeflutscht. Whoops. Wo wird mein K килet need? Wo? Oh Gott. Warum habt ihr denn Streit? Genau deswegen, was der Wohlgaard auch gesagt hat. Sag mich. Was? Anruf. Was ist der Zeifel? Ich bin Wade. Ich bin Wade. Ja, auf jeden Fall, das hat mir mein Herz gebrochen. Wir müssen Wade im Arm nehmen. Und ich muss auch mal ... Gucken, Umarmung. Und man muss auch ... Oh Gott. Oh Gott. Bisschen Ferkel. Okay, man, alles klar. So. Wade, man, wir müssen über Sandro reden. Ja, wir müssen quatschen, Wade. Ja, dann quatsch mal. Warum willst du dich von ihm scheiden lassen? Was ist vorgefallen, Jo? Wir hatten sich nie bei mir gemeldet. Ja, das habe ich ihm auch schon gesagt. Aber der hat nur noch seine Roboter, man, die ... Seine Hunde, wenn der Sack sitzt, dann machen die alle Sitz. Ja, Mann. Der hat nur noch so Roboter. Ich liebe ihn abgöttisch. Hast du mal überlegt, dich selbst zu entführen? Aber manchmal muss man auch neue Wege gehen. Ganz einfach. Genau. Manchmal muss man sich auch trennen. Ja, und uns hat er auch verstoßen. Warum hat er uns verstoßen? Naja, er hat Pläne, aber ohne uns, Mann. Er hat auch die angerufen. Aber warten, er hat nur Pläne. Er hat ... Weiß ich nicht. Er will irgendwie ... ... ein Kartell gründen und hat das schon getan und will sich mit dem Kartell anlegen. Okay, ab da will ich sowieso raus. Karl Dieter. Ja, ich auch. Ja, aber da sind wir alle raus, Wade. Ja, genau. Und er meldet sich. Er sagt uns nichts mehr. Er ruft nicht mehr an. Gar nichts. Jo. Das hat mich gerade gewundert, dass du gesagt hast, du willst dich scheiden lassen. Jo, und warte, was für einen Job hast du da unten, oder was? Na klar. Beim AOD, den du die Kutte geklaut hast. Was? Was? Gibt's noch? Ja, klar. Warum, Duscher? Ist doch nett. Kann er mal runterkommen. Bier wegschieben. Kann er nehmen nur Schutzgeld? Ich glaub, das ist rum. Ich sag euch jetzt was. Was denn? Mich hat der noch nie angerufen. Ja. Genau. Soll ich dir was sagen? Ja. Der hat mich genau einmal angerufen in der ganzen Zeit. So ein Assi-Arsch. Scheiß auf die. Ja, und jetzt hat die Frage, Mann, sowas, was, also, weiß ich nicht. Wie kann jemand sowas machen? Einfach seine Homies ja auch hintergehen. Sein Ehemann. Und sein Ehemann. Das weiß ich nicht. Aber ich werde das Ganze in einer Gerichtsverhandlung klären. Und diese Gerichtsverhandlung wird die ewigste Gerichtsverhandlung, die man jemals gesehen hat, in irgendwelchen Staaten. Weil diese Gerichtsverhandlung wird sich über Tage, Wochen und Monate ziehen. Ja, das glaubst du selbst nicht. Okay. Aber wenn ich mit dir mein verbliebenes rechtes Ei drauf. Ne, das kannst du behalten. Ich wollte eigentlich auch noch einen Roller schenken, aber du hast ja einen. Ich hab einen, ja. Ich hab gedacht, Mann, so einen, den ich grad hatte, wollten wir. Ja, warte. Du arbeitest jetzt beim Motorradclub, das heißt, Mann, du willst mit uns, unseren Motorradclub gar nicht mehr aufmachen? Nee. Ja, also, das muss ich mal ganz tatsächlich sagen, das war immer meine Idee mit dem Motorradclub. Ja, ich weiß. Mit dem Rollergang. Ja, ich weiß. Und ich hab die Roller dafür gekauft, weil du, weil ich wollte, dass du deinen Traum verwirklichst. Ja, aber hatte nie einer Bock. Ganz einfach. Ich wollte immer einen Roller fahren, aber du meintest, wenn Roy hat welche gekauft, ich konnte nur nie einen kaufen. Ja, zwei. Weißt du nicht, wo es Roller gibt? Ich hab, ich hab sechs Roller gekauft und drei oder vier Red Bikes, Mann. Ich, aber okay, Wade, ich verstehe. Ich hab neue Freunde gefunden. Wohin mal, schläfst du ein? Ich hab neue Freunde dazu gewonnen. Und Flix, Dankeschön für den Crankerbenachten. Guten Abend. Jawohl, was ist jetzt mit der anderen Sache? Ja, warum muss man sich auch weiterentwickeln? Ganz einfach. Gebst du wohl nachdenken? Über was? Na, was wir gerade besprochen haben. Jetzt haben wir. Jo, bei diesem Dings. Grünen Haare. Ja, das machen wir gleich. Ich will jetzt erst mal, erst mal, erst mal. Und außerdem hab ich ganz einfache Sachen gehört. Und das ist mir alles sehr suspekt, da bin ich ganz ehrlich. Ja, was denn? Dann rede doch mit uns. Ja, mit der ganzen Kartellscheiße da. Da bin ich ganz ehrlich. Also da muss man auch einfach mal die... Und das sag ich euch jetzt so, wie es ist. Ich bin ein riesen Stadtidiot, ne? Aber manchmal ist es besser, einfach mal die Fresse zu halten und nicht in Sachen rein zu marschieren, wo man null Chance hat. Wir haben Gatling ganz, Mensch. Ja, das begreift er aber nicht. Das versuchen wir ihm schon die ganze Zeit zu sagen. Seit wir auf dem Boulevard gezogen bin, hatte ich einen 1-Million-Dollar-Plan. Aber der ist nicht, um da rein zu ficken. Das ist auf eine andere Art und Weise, Mann. Ja, wait, wir wollen da nichts mit zu tun haben. Wir sind nicht Lebensmülle, ne? Ja, wir distanzieren uns von dem Scheiß komplett, Mann. Aber Sandro geht durch. Und wenn du das gerade gesagt hast, du wirst dich scheiden lassen. Hab ich gedacht, Mann, ich hole dich ab, Mann. Wir reden mal kurz darüber, weil das ist ja nicht normal, was mit dem los ist. Er geht drauf, jo. Wollen wir, dass Sandro drauf geht? Wenn er so weitermacht, jo, von mir aus... Ich will auf keinen Fall, dass der da drauf geht. Allein gelächelt, liebe ich ihn. Abgöttisch. Abgöttisch. Aber tatsächlich, ne, da bin ich ganz ehrlich. Und wo arbeitest du jetzt? Hier bei mir AOD, Mann. Und bei mir AOD? Fischen. Tenern. Ha? Hast du denn deine Kunden noch? Ja. Ne. Das war ein schnelles Vergnügen. Glaub nicht. Ich liebe auch jemanden abgöttisch. Meiner? Der Pinsel hat gefragt, ob ihr Bock habt. Hm. Nein. Ich liebe dich. Miss America. Was sag ich mit der blöden... Keine Ahnung. Ich hab mir ein Gedicht geschrieben. Hat die schon geantwortet? Noch nicht. Der hat doch nicht... Der hatte dir das überhaupt verdient, Mann. Du lässt uns hier voll hängen, ey. Ich hoffe auch, dass sie wieder kommen. Vielleicht ist sie eine Selbstfindungsphase. Ich musste mich auch mal finden. Vielleicht hat sie auch eigentlich ihren Bruder vergraben. Und so richtig gefunden hab ich mich gar nicht. Ich wollte was fragen. Ja? Pinsel hat gefragt, ob wir Bock haben bei seinen Dings mitzumachen. Wollen wir jetzt erst mal eine Sache mit Sandro klären? Was machen wir jetzt? Wollen wir da irgendwas machen oder scheißen mit drauf? Ja. Ich würde ihm Sandro tatsächlich... Also da bin ich ganz ehrlich. Wer soll das... Mensch, der geht über den... Oh, lass... Naja, wir schützen Sandro, indem wir das tun, was wir geparnt haben. Das wär gut. Alles klar, Mann. Okay, wait. Wir, wir, wir kümmern uns um Sandro. Wir beschützen Sandro. Genau. Wir beschützen ihn, Mann. Genau, das ist jetzt unser Vorwand. Wir beschützen ihn. Der kühnhaarige Mensch, mit dem hab ich keine 20 Mörder gewechselt. Eben. Tatsächlich. Und hab ich jetzt der ganze... Also das ist komplett besteuert. Für den setzt er sich mehr rein als für seinen Ehemann, jo. Denk drüber nach, Wade. Für irgend so ein Junkie-Mann, der... Das stimmt. Der geht dir fremd. Ja. Der Bumstum. Das war sie. Das war sie schon. Wir waren in Alabama. Ich hatte nur letztes Mal eine Grotte gesehen mit dem Freddy am Krieg. Sandro und ich waren in Alabama. Und er wollte nicht auf meine Schwester drauf. Was? Oh, sie ist beware. Das wissen wir alle. Was? Was? Die hat auch nur Holzzähne. Was? Aber... Hat eine Wendung genommen, die ich nicht mitbekommen habe. Und auf jeden Fall... Die Wendung war, als er gesagt hat, Alabama. Er hat... Sie haben ihn gesehen. Mit Christian in der Scheune. Wie er da rein verschwunden ist, den Christian. Aber Christian ist auch in Thailand. Christian. Der war kurzzeitig da? Oder hat er... Oh Gott, warte. Wenn er versucht hat, dich umzubringen, vielleicht hat er auch Christian umgebracht. Vielleicht ist er gar nicht hin. Ja, die Cops fahren die öfter vorbei als in der Grove und so. Ja, die kommen wieder. Die wollten mir nur was sagen. Das war ich die ganze Zeit immer. Hat sich nie ein Schwanz gemeldet. Außer Rheuma. Oder Kim. Oder Schertes. Ja, ich wüsste nicht, ob ich dich anrufen soll. Du bist immer so auf dem Sprung. Ja, Mann. Das bin ich aber heute auch noch. Mensch, ich bin im Sausewind. Wenn was geht, anrufen. Wenn ich... Ich steh hier. Jetzt krieg ich schon wieder fast Pipi in der Hose, weil ich hier schon wieder 20 Minuten hier steh. Wir sind gerade tatsächlich im ganz wichtigen Gespräch. Und jetzt muss ich tatsächlich sagen, dass ich hier nämlich noch 30 Minuten länger gefangen bin, krieg nämlich extremen Durchfall. Dann würd ich aber von dem weißen Auto weggehen, tatsächlich. Ja, das wär echt... Jungs, das wär echt... Wir quatschen gerade. Ich bin gleich bei euch. Alles klar. Alles gut. Wir wollten immer wobei kommen. Ja, okay, Wade. Ja, dann fahr mal wieder zur Arbeit. Nicht, dass du noch wieder entlassen wirst. Wir passen auf Sandroh. Wir passen auf Sandroh. Wir passen auf Sandroh. Nein, 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 nein. Das werde ich schon... Du denkst. Das werde ich schon regeln. Okay. Was war dann? Aber... Mein Scheiz... Ja. Okay, wir müssen, glaub ich, eben kurz zum Pinsel fahren. Du wartest noch kurz. Ja, okay. Ihr könnt ja mitkommen, wenn ihr Bock habt. Was ist denn hier los? Ja, Graveseed, Mann. Graveseed ist gefärblich, Mann. Das war's eigentlich auch schon von meiner Seite. Das war's. Ich wollte wissen, was da mit Sandroh ist. Ich geh mal zu meinen Kunden. Ich muss gleich ins Bett. Warum musst du ins Bett? Ja, das hab ich ja... Will ich ja los. Na, Bint, das Boot fängt bald an. Was? Tandroh hat mir ja was geschickt. Ach, jetzt wirst du wieder befreundet mit dem? Einher. Oh. Schick ihn ein Ding, Smiley, zurück. Teufel Smiley, lange Nade. Teufel Smiley, lange Nade. Teufel Smiley, lange Nade hat er zurückgekriegt. Häusert sich beeilen. Oh, wenn. Ich muss nämlich auch schon... Ich muss tatsächlich jetzt... Ja, gib mir wohl das Loch auf deine Arbeit. Nicht, dass du gefeuert wirst. Mensch! So einfach feuert man keinen Wade Campbell. Mhm. Das stimmt. So sieht's nämlich aus. Guck mal. Wer hat den denn eingestellt? Ich weiß es nicht. Stell dir mal vor, du hast einen Laden und der arbeitet bei dir. Oh ja, du hast den Beste. Beste. Wie cool ist das bitte? Wie zocken Fortnite und Trinko-Ola. Krasses Bankwelt. Ja klar. Ja, oh Gott. Das ist das Kasseste vom Kassesten. Oder der Bison hier vorne. Sechst zu Hause. Tim. Ja. Curtis. Was dann? Wieder. Ja? Royale mit roten Haaren. Und Lisbeth Stürme. Ich bin Alfred Mokaki. Kaki. Bis später. Was ist das, Parker? Bis später. Highway 2. Das hab ich auch. Also Wade hat auch neue Freunde gefunden. Auf ihn können wir auch verzichten. Ja. Er ist ja jetzt Rocker. Er war immer noch da. Er hat eben gesagt, warum denn? Der Trend geht heutzutage nach dem Bike. Keine Betonbos, der Typ. Hab ich? Ah, ist Distanz. Distanz. Ich hab auch grad gepostet. Erotikas. Der aktuelle Trend geht zum Motorrad. Du bist anders? Er kommt vorbei. Ja, so schützen wir Sandro und nehmen wir den Grün ausliefern. Alter, wir schützen Sandro nicht. Bist du bescheuert? Das ist doch nur dieses Ding. Unser Alibi. Wir machen das natürlich, weil es uns was bringt. Wie Kim grad schon gesagt hat. Richtig. Aber unser Vorwand ist einfach, dass wir sagen, wir haben das getan, weil wir Sandro schützen wollten. Naja. Alle sollen sterben, ja? Außer wir. Wir haben unseren Plan. Ja. Danach können wir sterben. ja dann brauche ich mal ab und man kann was machen also pinsel ist hinter harmonie an dieser strecke ja ja wo die ganzen rocker meine an der rampel stehen und lassen links laufen nisse dank für die preis ab dem 21 und bruder dank für die preis ab dem achten mark x dank für den preis ab dem 25 und rakim dank für die russer okay wir haben noch kurz kunden vielleicht wollen ja schutzgeld eintreiben dann sage ich komm nächste woche wieder puff ist hier nichts mehr da und lassen wir noch die abarbeiten dann komme ich mit man ja klar mussten zum friseur hat sie kommen erotika schriftlich sind da die morse kann ich so ist du das geht so wir wollten mal gucken was hier so schön es gibt ja das ist aber keine revolter oder das vom start tut mir leid keine sultane auch nicht du willst danach noch zum friseur ja es geht doch super schnell man ich muss nur zu hoch den praktikanten bruch in sensual ja 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 kundschaft kundschaft dieser freak vom pd der vom roller getreten wurde er hat immer eine maske auf ich glaube die interessieren sich für den wein und dem wurden schon leichen abtransportiert er soll los bloß weg das ist ja das ist ein sonderangebot das stimmt da drin haben wir eine leichte ist ein gewohnen kimmel ich ja halte muckung ja ich werde älter wo ist das leben habe ich auch schon überlegt aber botox spritzen mal guck mal was so geht wir können dir dein ganzes gesicht verändern doch gott muss man ich bin da ich bin noch ein flüstere nicht kann die fragen ob die sich verschieben wollen dann kriegst du ein männlicheres gesicht ich bin männlich ja ich bin männlich doch mal ein schätzchen nicht so lange nicht so lange nicht so lange nicht so wie bitte schon verstanden ich wollte du männlich klingt tut mir leid so wie vorgestern bei den cops in einem weggelaufen weil ich angst hatte und die cops haben einfach mich einfach mich in den rücken geschossen quasi ja oder was zu sagen haben sie einfach geschossen schweinerei habe ich gefragt warum ja du bist weggelaufen wir haben dich nicht bekommen sonst aber warum teesern die nicht naja war zu weit weg keine lust hinterher zu laufen hier sind echt viele koppers ne das ist ja unfassbar mit langweil ich will da jetzt hin ich habe keinen bock mehr zu warten ich muss gleich in bellen ja ich komme mit mir mit weggelaufen und roh danach bist du schon da pinsel ja wir sind schon hingefahren habe ich schon angefangen wir haben ja weil ich habe er übrig sich gerade ein kleines problem was dann wo bist du denn einmal noch ein grapeseed wir wollen jetzt losfahren das problem das problem ist die autos sind glaube ich so schwer so schwer für die grube du musst es mal herkommen zu ausprobieren ja aber sind auf dem weg bis gleich bis gleich kim weißt du wo die randstrecke ist du meinst hier da in der harmonie ja ich weiß ja dann komm da hin okay jojo machen wir wenn der weiß sich wieder aufregt mila muss gleich pennen die wollte unbedingt hin macht macht der soll nicht rumholen bis gleich ich fahre aber okay ich fahr du hast die ganzen letzten tage gepfart weißt du gar nicht wohin und ramia kein moppel was machst du mann der fahrer schließt auf und ramia kein moppelt und zwar boxen die uns siehst du du fährst schon falsch ja dann sag doch wohin selbst schuld wenn du mich nicht in anfangssichtung ernennst außerdem fährt hier führt jeder weg führt irgendwo hin okay okay manu kritisiert für mein handeln und mein nicht handeln aber hauptsache kritisieren ganz kritisieren kritisieren immer ich habe heute einen gehalt ich habe auf gut glück habe ich gefragt einfach was da ja stimmt du bist halt auf die palmen jetzt halt auf die palmen warte mal hier ist das da wo wälder arbeitet ne ja pass auf komm heut noch junge heut noch heut noch mein gott by the way das ist gar nicht da gewesen wir müssen hier so hin siehst du weißt selber gar nicht wohin nein das ist auch falsch wir müssen unfassbar wie schnell da die leute sind ne böse zungen würden behaupten metagaming alter aber da haben wir vorher schon welche gewohnt aber hauptsache kritisieren immer hauptsache du kritisieren ich hab nicht kritisiert ach sowohl aber hauptsache holen was immer am kritisieren oh oh Fahr über den Landweg. Schön, oder? Landstecken. Landsteckenflugzeugrakete. Wir müssen nach vorne jetzt links und dann rechts. Links und dann rechts. Wir sind in Landweg. Landweg? Welche hier? Ja. Dann geradeaus dem Weg folgen. Oh mein, Chad ist komplett tot. Hier könntest du jetzt 500.000 Euro verlosen, keiner wird dort schreiben. Oh, mir ist ganz schlecht. Oh, mir auch. Abschließend. Ich halte mal an. Ja. Oh, du bist in meine Kotze gefallen. Okay, ist der aber restart? Ja. 500 KW, wir sind noch da. Ich weiß, Mann, das ist Spaß. Ich habe auch nichts dagegen. Das ist echt nur eine Meme. Ich finde es schön, wenn ihr alle chillt und zuguckt. Viele gucken ja auch immer mehrere Streams gleichzeitig. Das mache selbst ich, wenn ich irgendwo zuschaue. Also RP. Mein Dioden Lensch wären 100 Leute ins PD gekommen. Ich wiederhole mal das, was Stey gesagt hat. Ich kann nichts für die ganzen Streamsniper und Fame-Huren, die nur ins PD gekommen sind, weil er auch da war, damit sie seine Stimme hören können. Weiß ich nicht. Ich bin nicht ins PD gegangen. So, warte mal kurz. Bei mir ist alles gut, Geist. Ich hoffe, bei dir auch... Schüsse. Ey, das sind Stays-Worte gewesen, ja? Ja. Nicht mein. Oh, mal gucken, wann der Server wieder geht. Mach aber so lange mal im Chatding rein, nicht, dass das Ärger gibt. Hallo No Name. Und hallo Pancakes. Jetzt kann ich die Leute wieder begrüßen. Den habe ich noch nicht begrüßt. So möge er winken. Ja. Arix, hallo. Yoko, hallo. Quiz, hallo. Fassi und Bucky, hallo. Und Bluntmode, hallo. Halt selber, Mo. Jaxos, hallo. Oma, hallo. Lemuran, Rattata. Advarios, Dafti, hallo. Äh, Diego, hallo. Sneaky, cute, hallo. Aber Pitty, eh voll langweilig geworden. Die ballern rum, wenn die eigentlich klingt. Oh, Venom, Bruder. Ehrlich, du laber. Also nimm mir das nicht übel, aber du laberst manchmal eine Scheiße, ne? Das ist ganz gefährlich, wenn man das macht. Wenn man keine Ahnung hat. Und das schreibt. Das ist ganz, ganz gefährlich. Ich weiß auch mit Sicherheit, was du damit meinst, Alter. Und hallo, Loko und Red Devil und Mark, hallo. Und Don Shameless, hallo. Der Server scheint dann anscheinend wieder zu gehen. Du meinst wahrscheinlich die Geiselnahme, was da passiert ist. Und das war zu Recht, was die da reinhalten, Junge. Keine Kritik, Bruder, aber... Huhnviech. So, ich start wieder. Und das ist nicht böse gemeint, Venom. Aber manchmal schreibst du echt Quatsch. Ich start die Pommes wieder. Wie cool ist das, bitte? Und Urs, sagst Dankeschön für den Privacy beim 16. Tschüss. Tschüss. Ob man schaltet, ist wieder auf GTA, bitte. Oder habe ich das schon mindestens vergesslich heute? Mal dieses kritisieren. Ich mach dir den Arm gehen mit Tank im Koffer rum. Welcher war denn da? Eisen, Dankeschön für die Weezer beim 68. Alter. Und 68 Monate in Folge. Wat für ein Support. Dankeschön. Ja, ich weiß, ich schreib halt schnell. Ne, das geht nicht darum, dass du dich verschreibst. Oder dich vertippst. Sondern, wat du schreibst. Du sagst einfach, die Cops sind eh langweilig geworden. Die schießen, wenn sie sich nicht kriegen. Und das stimmt nicht. Long story. Okay. Schmuh, man. Wie cool ist das, bitte? Jetzt zack ich Fortnite und trinke Ola. Wir sind mit Ola. Ola? Ola? Hallo? Ich fühl mich komisch. Ähm. Jo. Okay. Dauert ein bisschen, okay? Na, Karl, lass die Zeit. Bin auch nicht mal der Jüngste. Ja. Besser, als wenn du jetzt nochmal ins Auto kotzt, ne? Ja. Oh Gott, oh Gott. Ich hab einen Stahlkopf. Wundervoll, wundervoll. Mika? 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 Okay. Ja, hier reicht's genau. Oh, oh. Was ist mit dem Mulde passiert? Ähm. Gib mir Zeit, ja? Um den anzulassen. Der muss warm werden. Ja. Aber dafür musst du den erstmal anmachen. Ja? Ja? Ja. Man, Robert, nicht jetzt. Jo. Du musst schon den Schlüssel in Ruhe lassen. Ja, ja. Du musst die Kumpelung durchdrücken und dann kommen lassen. Ja, kommen lassen. Wenn du das mal drauf hättest. Nein! Halt, Muld! Das war gemein. Und irgendwo hier ist der Pinsel. Okay. Komm mal rechts oben. Okay. Oh, das war so gemein, ne? Oh, nein. Komm schon. Ich hab den Schüssel doch nicht berührt. Das ist auch noch voll. Warum wackelt das Auto so komisch? Ich wohne. Erdbeben? Erdbeben. Naja, aber ich sitze da drin. Dauert in dreien Sekunden. Oh, boi, oh, boi. Ja, ja. Nein, das wolltest du ja gerade sagen. Nein, schon so sehr. Na siehst du, das gleiche wie mit dem Auto ist bei mir. Mein Motor springt bei dir einfach nicht ab. Komm schon, du scheiß Ding. Ja, genau. Wer soll mal sowas kommen bei so dummen Sprüchen, Alter? Das ist ja der Richtige. Ich hab schwer des Lockes zu treffen. Entschuldige. Ich hab schwer, das Lock zu treffen. Ach klar, was machst du dann? Ich habe rausgezogen, Mara. Ja, dann verstehst du jetzt mein Problem. Das ist jetzt so früh. Ja, kann ich nicht anders. Oh, mein Gesicht holt durch. Oh, du kannst mal losgehen hier. Bitte. Ja, hoffe ich auch so. Jetzt läuft es doch. Auf dem Pinsel, Mara. Gott, hier funktioniert gar nichts. Pinsel, wo bist du? Wir sind ja auf dem Gelände. Ja, aber wo, Mila, wo fährst du hin, bitte? Ich weiß nicht, hier ist alles abgesperrt. Wir sind auch hier, aber wir finden dich nicht. Na, in der Mitte halt. In der Mitte. Wo fährst du hin? Ich seh euch, da hin. Wir sind rechts von euch. Wo soll ich denn hin? Wir sind rechts von euch. Seid ihr im Banker-Auto? Nee, wir sind in dem schicken Mila. Wo the fuck is this one? In der Mitte von dem Gelände, Mila. Da liegt kein Auto, hab ich kurz gesehen. Da, wo der Atom ist? Vor dem Atom ist noch. Ja, da vorne, Mila. Da, links von euch. Ich seh euch. Dreh nochmal um. Du sollst umdrehen. Boah, die kriegt nichts gebacken hier. Hier. Können wir hier parken, einfach? Ja, park doch. Ja, wir können hier parken, Mila. Ich kann nicht auflegen, mein Handy kippt. Ja, ich auch nicht. Oh Gott. Ja, was geht ab? So, komm mal mit. Du telefonierst doch, ich hab auch geliebt. Wir testen wir mal, ne? Hä? Ja. Was testen? Die sind sehr schwierig. Ich hab meinen Körper nicht unter Kontrolle. Ich hab, guck mal, ich hab gar keinen Teufel, trotz mal gespuckt, meine Hand zu sein. Was mach ich denn hier? Boah. Du hast es auch nicht. Was ist mit dir? Ich schwöre, dass... Ich schwöre, dass ich war das nicht. Ha, ausgewischen. Gar nicht. Au. Hahaha. Die hat die Schallmaul durchbrochen mit dem Tritt. Oh, scheiße. Das hat drei Sekunden gedauert. Noch lachst du, Pinsel. Warte, wenn du gleich meine Fäuste spürst. Boah. Okay, das hab ich gegillt. Gold, du Gold. Mach mal so'n Moppeltier an. Tagsam. Ach, scheiße. Ähm. Okay, also... Können wir ein Auto nur mal da unten aus der Kimme holen? Was ist mit deiner Kimme? Ich kann nicht mehr so lang. Da unten im Ritz liegt noch orange, ne? Nur kurz. Ist der denn da noch an? Ding gefahren, keine Ahnung. Ach, was für ein Idiot. Wer war denn das? Ja, wer kann denn da nicht Auto fahren? Palme. Waren denn da Hände, Dude? Ich dachte, Juna... Das ist ein Dinggebär. ...mein Handy in der Hand zu halten. Ja, das ist ein Dinggebär. Das ist superkleber. Das ist superkleber. Kannst du mir mal in die Fresse hauen? Ja, klar. Ach, super. Ach, viel besser. Hm. Das brauchte ich. Das magst du, du. Oh ja, ein bisschen. Mach Lila hin. Komm, Heldmila. Einsatzbesprechung. Vielleicht so einen Kopfsprung durch das Fensterschein. Hänsel, den kriegst du nie wieder raus, Alter. Da musst du den Juni anrufen. Mach mal eine Karre an. Du, die ist doch hier. Ja, da musst du den Juni noch rausziehen. Mach mal eine Karre an. Ja, haha. Ja, mein Schlüssel klemmt. Was ist denn? Mila. Mila, komm. Ich müsste irgendwie von da ran fahren. Das sieht doch ordentlich aus. Ja, Pinsel, du hättest doch mal eher hier reinlaufen. Das ist alles voller Schlamm. Du hättest doch vorher mal hier reinlaufen können. Was machen wir denn? Ja, wir wollen einmal fahren hier. Weiß doch. Ja, aber hier ist alles voller Schlamm. Ja, und? Schlamm ist gut für die Haut. Ja, kein Wunder, dass das nicht fährt hier. Mach mal einen Motor an. Zeig mal. Komm, Mila. Hol der Pinsel, dir auch ein Auto geben. Nein, schon gut. Mach du ruhig. Dann schlag ein. Ja, gib mir, gib mir eine Sekunde. Ja, eine halbe Stunde. Nein, eine Sekunde. Okay. Ja, das ist doch voll in Ordnung. Was hast du denn, du Pinsel? Das ist doch voll in Ordnung. Ja, dann warte mal gleich ab. Wenn nicht einer abgibt. Geh, ne? Goh! Kenn ich nix. Oh. Mija? Ja? Kann du ein bisschen umdauern? Ja. 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 Tanze, tanze, tanze. Das ist doch cool! Oh Gott! Das ist doch cool! Boah! Shookslam! Der ist raus! Pinz ist raus! Oh Gott! Ich werde... Oh Gott! Das ist doch cool! Ich werde raus, aber... Ja, aber du... Ja, aber du wirst nicht merken, wie schwer es ist. Das war jetzt Zufall. Mach das mal nochmal. Ne, das ist gut. Mach das mal nochmal. BAM! Oh Gott! Ja, aber das macht doch Bock! Ordentlich reinhalte hier. Gott, ich will uns auf Mutterfitte. Ja, klar! Ne, das ist voll gut! Oh oh! Oh oh! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Obachter, das am Steuer! Wir sollten versuchen, niemanden umzubringen. Ich fahr auf den Mieler! Unser Motor qualmt! Das muss doch sein! Oh Gott! Warte mal, ihr qualmt! Ja und? Da willst du denn die Luft fliegen? Achso, stimmt! Okay, ich bin raus! Ah, wir qualmen! Wir sind kaputt! Lass mal kurz den Günni da ran! Pinse, das ist perfekt! Gerade weil du nicht vom Fleck wegkommst, kann jeder dich wegraben, dann wer Anlauf nimmt. Das ist echt gut! Das stimmt, aber ich stehe immer vorm Schluss nur noch eins gegen eins. Ja, aber dann rauben die sich, bis einer kaputt geht. Ja, die müssen sich einfach was trauen, das wird schon. Du darfst auch nicht vergessen, da sind zehn Autos am Anfang drin. Weißt du was? Das knallt immer, die ganze Zeit. Ja, wir haben das eben ausprobiert. Ja, das ist voll gut. Guck, da will die fahren. Ja, das ist super! Die nehmen ja immer wieder Anlauf und so. Hm? Doch, das ist sogar hier... Bändchen! Das ist sogar hier besser als Dings. Ich muss jetzt leider wieder gehen. Du siehst, das ist... Ähm, ich... Ich fahr mit Kölnis nach Hause, aber ich muss ihm unser neues, neues Zuhause zeigen. Okay. Ich komm dann wieder hin. Mhm. Bis gleich. Bye-bye. Dann bis gleich. Gute Nacht. Gute Nacht. Bis gleich. Das macht Spaß. Ich faulle du. Du? Ich natürlich. Du weißt doch gar nicht wohin. Ich, um ehrlich zu sein, auch nicht mehr, aber das wird schon. Okay. Okay, und hier will der Crossbike fahren. Guck mal. Okay. Der macht zwei Winds auf einmal. Wie komm ich hier wieder raus? Na, hier runter. Hier runter? Ja, komm. Oh, du Gott. Fahr ihn rechts hoch einfach. Fahr den Zaun um. Das ist ein Zaun. Nö. Das ist nur so ein Bildichtzaun. Ich konnte leider nicht grad mehr rufen, Alter. Hannah, danke für die Weas am 32. Gott, 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 Gott. Und zack, der Bohne. Danke für den Prime am 20. Mua. Gatt einfach durch. Tipp den nur kurz an, bis der Umfeld. Ja, oder so. Morphium auf jeden Fall gute Nacht. Er ist wahrscheinlich schon weg. Aber kann man trotzdem nicht sagen, Chit. I'm afraid you need so freaking bad. So freaking bad. Und das gefällt dir, ne? Und gefällt dir das ja auch? Robert. Wo fangen wir Zellen? Na, das wirst du gleich sehen. Unserem neuen, neuen Zuhause. Wenn ich das finde. Hm. Das ist immer ein Vater von der Orientierung, weißt du? Ja. Lass mich kurz gucken, ja? Okay. Das war, wenn wir... Mackie, danke für Luisa im sechsten Monat. Das ist nicht für eine Maut. Ich habe mir meins erstellen lassen auf Fiverr. Das sah genauso aus. Also fast. Zwei Eulen, nur ich bin enttäuscht. Hey, das wurde schon. Kriegst du es heute noch hin? Ja, ja. Ja, ich glaube, hier jetzt links. Und dann hier rechts. Und dann, äh... Nochmal links. Und wenn ich richtig bin... ...daten wir schon ganz in der Nähe sein. Ja. Ja. Du willst mich doch verarschen. Ja, oui. Hier gibt es ja gar keine Wohnung. Ja, natürlich nicht. Aber warte erst mal ab. Hör mich an. Oh, bitte. Jetzt zock ich Fortnite und trinke Ola. Unsere Klamotten liegen ja auch schon hoffentlich noch da unten. Was? Unser Obdachlosenleben. Ja, oui. Wir haben noch nie mit ohne Obdach gelebt. Aber wir zählen zu den Obdachlosen. Also sollten wir schon mindestens eine Nacht ohne Obdach sein. Also habe ich uns eine U-Bahn-Station besorgt. U-Bahn bei Tag und U-Bahn bei Nacht. Aber auch für einmal unser Bett. Was? Ja, oui. Du willst hier schlafen? Natürlich. Ohne Obdachlosen. Du kannst... Ja, oui. Lass da nicht mal einen Schlafsack bei. Ich habe unsere Klamotten hier irgendwo hingeschmissen. Ich zeige dir, wo ich schlafe, okay? Guck mal. Ja, was denn? Nix. Das war eine Anspielung. Oh? Kannst du nicht lesen? Always in top? Oh Gott. Camus, schläfst du? Das zeige ich dir. Hey. Und? Das ist unser Zuhause. Und? Na, da wurft man nicht einfach Sachen um. Was sagst du dazu, getennte Betten? Ja, okay. Aber nur für eine Nacht. Okay. Okay. Gut. Dann sehe ich dich später. Ich hoffe, du findest hierher. Ja, Caro. Okay, nachtig, schmerzig. Nacht. Weiter. Ja. Ach, Wurrwut. Ich erinnere mich mit. Okay. Ich schaue noch ein bisschen fern. Ja, viel Spaß. Okay. Bis nachher. Tschüss. Gleich kommt die Beste. Ich verstehe die manchmal nicht, Alter. Ich check das nicht, was ich... Ich verstehe die manchmal nicht. Ich weiß nicht, was in ihrem Kopf vorgeht, Alter. Die lockt ein und denkt sich, boah, heute Nacht schlaf mal in der U-Bahn-Station. Nicht, wenn ich könnte es sagen. Jo. Jo, 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 jo. Was ist mit dem Auto jetzt? Echtes Auto? Ja, den Ofeudora. Oeudora. Ach so. Ja, ich überlege noch. Wir haben super viele Autos. Aber wahrscheinlich schon. Im Gegensatz zu mir habt ihr wahrscheinlich gar nichts. Nee, das ist nichts. Du bist ja größer als ein Auto. Ja, ich hab jetzt mal sortiert, Mann. Und jetzt ist nur noch der Ofeudora da, Mann. Der Chino, der Yuga und der Washington, die loswerden will. Die anderen behalte ich. Die sind zu gut. Okay. Ja, vielleicht nehm ich die. Ich überlege mir nur. Kommt ihr zum Pinsel? Ja, ich mach mich jetzt erstmal frisch, Mann. Haare und so. Okay. Bart wieder dran kleben. Und dann melde ich mich nochmal. Okay, bis gleich. Jo, peace. Bye. Was geht denn jetzt ab, Alter? Ey, wir schlafen dann einfach am Bahnhof. Sieh die Kutte aus, du Wichser. Mein Gott, jetzt kann ich hier hinter so Rentner fahren, Alter. Wenigstens sieht das cool aus. Mila, du bist verrückt, Alter. Ich weiß nicht, was in deinem Kopf vorgeht. Aber ist lustig. Halt, Mohl. Ich achte nicht. Eigentlich nur Poco Loco. Oh, Bruder, wer hat die besten Playlisten, Alter. Ich weiß nicht, was ich für dich sweeten. Also. Träink. Hier wollte ich schon immer mal wohnen im RP. Auf diesen Bauernhof. Oder was mache ich hier, Alter? Untertitelung. BR 2018 Audi-Fahri, Audi-Fahri, Aldi-Fahri, Aldi-Fahri, Dankeschön für den Prime-Sub im Elften. Dankeschön. Hallo, Audi. Bitte keine Knopfe drücken wieder. Ja, aber das sieht doch richtig fresh aus, wie die hier fahren. Oh Gott. Oh Gott. Einmal, ja, ja. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh, ich hab das Leben an mir vorbeiziehen sehen. Wack hier. Oh Gott. Oh Gott. Oh, schnell. Schnell. Das war knapp. Ja. Willst du dein Audi nehmen, dann kannst du auch fahren. Pinsel, das sieht doch richtig cool aus. Oh Gott. Oh Gott. Ich glaub, ich... Tagsam. Hallo. Oh Gott. Lass mich anschnallen. Oh Gott. Da ist es. Ja, Pinsel. Du kannst spitten, wie du willst. Ja, ist doch cool. Sind so schwer. Nein, das ist cool. Oh Gott. Oh Gott. Nein, da ist alles. Ja, ja. Oh Oh nein Das ist doch cool, Pinsel. Aua Den willst du? Ja Aber wenn du Okay, es wäre auf dem Dachfeld Wenn es im Dachfeld ist raus Genau Aber es passiert ja nie Wir können ja noch fragen wegen Rampen oder sowas Genau Oh Gott Mit Rampen Müssen wir fragen, ob sie noch Rampen hat Weil so sind die wie ein Autoscooter, ne? Okay, ich bin raus Dein Rest ist raus Aua Oh Gott Gehen wir in die Kette weiter Da steht doch einer Da steht Oh Gott Ich bin hier bei so einer Strecke, man Ja, wir sind in der Mitte von dem Gelände Geise ist raus Ja Kann ich auch raus? Ich trau mich gar nicht aufzusteigen Ich kann nicht fahren Ich geb den Schubser Danke Den Knallschiff da weg Benze, pass auf Benze Benze Aua Aua Benze Entschuldigung Aua Aua, ich hab mir Aua getan Benze Benze Wir bräuchten nicht mal Rampen, sondern einfach nur so Huckel So So Rohr oder sowas, weißt du? Ja, ja So im Boden reingelassen Wir müssen sagen, dass wir da irgendwie sowas brauchen, damit man sich hier ordentlich Auf die Fresse geben kann Und vielleicht noch fünf Autos mehr Damit noch mehr Chaos ist Noch mehr Autos? Meinst du nicht? Benze Weiß nicht Ein, zwei, drei Sechs, sieben, acht Acht Autos Noch acht Autos? Na, wir haben neun Autos grad hier Das mein ich Ne, zehn sind das Siehst du, der eine hat sich aufwacht gelegt Ah, scheiße Warte mal Ah, scheiße Lass mal mal hin Na, du musst Pass auf Du musst das halt vielleicht so machen Zehn Autos Zehn Autos Fünf auf der Seite Und fünf hier Also zum Start Und dann vielleicht noch so ein paar Sachen Wie wär's denn mit so Explosionsfässern? Boah, keine Ah, scheiße Ah, scheiße Okay Ja gut, okay Geil, ein paar Was soll ich da angeweigen Oh, scheiße Wir müssen mal den Ramorales Und Mr. Tucker hier hinkommen Der muss das sehen einmal Dann weißt du, was ich mein Was? Das ist ne gute Idee Ich ruf den mal an Okay Oh, bümmelt Oh, bümmelt Immer mit Ruhe Mach die mal alle aus Das macht doch unfassbar viel Spaß, oder nicht? Absolut Das macht voll geil Total viel Spaß Braucht dir noch ein bisschen andere Autos, aber sonst Meinst du? Also wenn man die aufs Dach legen will schon Das dauert so zu lange Ja, oder bis die halt kaputt geht Oder so was Oder einfach die Strecke hier Ja, oder wir schmeißen da so Dings rein So Rohre Wo man immer so Huckel hat Ja, ja, genau Weil prinzipiell ist es ja gut, dass die Autos was aushalten Eigentlich schon Es geht ja bloß drum, dass man selber so ein bisschen in die Luft fliegt Und die anderen können dann reinpitten währenddessen Hab schon den Pinsel Explosionsfässer vorgeschlagen Ja Minen verbuddelt Man kann ja auch sagen, sobald die Karren anfangen zu qualmen, ist man raus Haben wir auch schon überlegt Vielleicht eins ist noch hin in der Ritze, das muss der Abschreiber ausführen Ja, der Grüni Ja, bitte Das ist der beste Abschreiber Dann verliert er der, der am meisten pittet und kriegt der, der am meisten ausweist Ja, ich habe versucht, ihn nach auszubilden Ich habe ihn immer weiter reingebetet Das wird schwierig, auch für uns, ne? Verwendet ihn, bezahlen die Wixer Dann lass mal die Flocken rüberwachsen Wie cool ist das bitte? Jetzt sacke ich rein! Also so Rohre würde ich noch fühlen, dass man mehr huckelig hat Ja, ja, auf jeden Fall muss der mal rein, damit der... Oder so kleine Ram... Ich denke an... an... zum Beispiel die, die man im... mit den Jet-Skis bekommt oder hat Was? Kannst du hier nicht so Absperr-Sachen noch aufstellen? Es gibt doch so eine Sprungschanz im Wasser, so Jet-Ski-Dinger Ne, aber das ist doch zu viel, da fährt doch keiner drüber Ja, ne, aber wenn man die halbiert und kleiner macht... Kannst du den auch mal anmachen, den Wagen da in der Ritze? Äh... Adi, dankeschön für die Wüste am 24. Zwei Jahre Support, dankeschön, dach, dach in den Bommes Und Goku, danke für die Primes am 4. Einfach gefangen Ja, ich denke die... Da werden... da wird sich schon was finden lassen Das wird schon Auf jeden Fall eine geniale Idee Das macht richtig Bock Redest du immer, wenn ich rede? Redet ihr immer, wenn ich rede? Ja 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 So was nennt sich Mobbing Mhm Kannst ja zu Slavic gehen und dich beschweren Da lacht ich dann aus und dann ist gut Mhm Wie dachte ich immer, ich bin Mobbingbeauftragter Toll Ich dachte, Dinggeberg ist Mobbingbeauftragter Ne, ich mobbe nur Also Richtig Ja Auch Mobbing, jeder hat eine Aufgabe im MD, außer ich Ich habe auch eine Ja Also ich nie im Dienst bin Das ist super Ich kämpfe das Becker auf der Straße Ja, perfekt Sehr gut Sehr gut Aber wir haben gewonnen Streetworker Na, ich bin Streetworker Mila ist jetzt halt auf Department Oh Ich weiß auch nicht warum Aber sie hat nichts verdient Mhm Na klar Das glaubst du doch selber nicht Okay Warte, Vorsicht Oh Gott Oh Scheiße Na nochmal Na warte, ich fahre zu nochmal Ha 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 Das sieht nicht gut aus Wir brauchen mehr Wagen einfach Das war's mit dem Event Wenn wir noch mehr fest fahren Ja, ich würde auch sagen, wir legen sie jetzt eine Reihe nach schön in verschiedenen Farben dahinter, oder? Da kann mich einer mal zu meinem Flatbett fahren, dann versuchen wir es mit dem Abschlepper Ja Was zu Man lässt Wenn das Scheiße, wenn sie vor sich Ja, frisch rein, du Wigster Schlieb das Schlieb das Ja, frisch Oh Gott Das ist ein Mist, Carla Oh Gott Nein, das kannst du vergessen Dummer Pinsel Was ist denn das denn? Oh Gott Was ist denn das Pinselnetz? Der bringt mal einen Kollegen runter zum Flatbett, wir versuchen unser Glück Ach so Oh Gott Das kommt Das kommt Das kommt Gold Lass mich mal versuchen Pinseln Ich hab das schon Ich hab wieder geheim Halsam Hoi Jippie Scheiße Ich steck fest Schön rollen Gott Geht das gut aus Ja Irgendwas zurück Das geht noch Ja Wie soll das funktioniert Pinsel Nein Das hat doch tatsächlich funktioniert Hand gekrappt Ich hab alles gegrabt Nicht schlecht Pinsel Pinsel Jetzt hältst du von der Idee, dass du vielleicht einfach hier auf der Track eine Strecke absteckst Und deine Solar Systemen Standing machst Also 10 Runde fahre und wer als erstes oder überhaupt durch Hitze hier kommt gewinnt Weil da würde ich glaube ich mehr schief gehen als hier bei der Crasher Okay, pass auf Geplant sind zwei Events Einmal ein Gross Event Dadurch ist die Strecke hier aufgebaut worden Dass du mit dem Motto Gross hier umfährst Und ein anderer ist hier ein Gräschter Alter, was ist denn mit Chicken, Mann? Der hat gesagt, die meinen sich bei uns Irgendjemand meint sich bei uns Ja, das wird wahrscheinlich wieder drei Wochen dauern, Alter, bis sich da jemand meldet Das kann gut sein, das Lass uns den Macarena einfach einpacken und dahin abwerfen, gefesselt, Alter Ja, aber was, wenn keine da ist? Sandro ist komplett durch Der hat gerade Crispy aus dem Auto gezogen Weil er mit jemandem unterwegs war Mit Gustav Und der hat dem eine Kugel verpasst Der hat dem eine Kugel verpasst? Jörg und Sandro Irgendso ein Freund von Crispy, ja Von Crispy Aha Der dreht jetzt voll durch, Mann Ich will jetzt ein Macarena ausliefern Ja, aber was, wenn wir den einpacken da hinfahren Und da ist keiner Keine Ahnung Ist mich schon wieder alles an heute Weißt du, dann lassen wir den gehen Und dann ist der weg Ja, alles klar, Mensch, aber wenn du fertig bist Okay, alles klar Das verstehe ich jetzt nicht Du hast aber auch eine Hackfresse, ja? Hey, hey, hey Mensch, ja? Ja Das hilft eigentlich nicht mehr Das ist der mir aber aufgegeben Dass sie hilft Wollt ihr die Haare schön machen? Dass sie hilft Oh, perfekt Siehst du? Siehst du? Perfekt Okay Kenst du, was hast du jetzt noch vor? Wir haben nur Arbeit heute Ja Ähm, der Mr. Muales meldet sich dann Ja Dann lassen wir die Autos erstmal hier stehen Ja, aber das ist noch anders, baue ich hier Und das brennt fast Echt? Und der Guni muss rüber gucken Und der Guni muss rüber gucken Über alle Aber du bist doch Mediziner, da kannst du doch, ne? Weißt du du? Das Gnick kann man nicht mehr holen Außer Milas Creme Also Was? Mit der Creme von meiner Frau Da ist alles da drin Spritzt du da? Ja Guck Und mit deiner Hand Sicher? Klar Okay Okay Jetzt verreibst du das einfach Kann er man die auch abends für anderes verwenden? Ich hab's schon probiert Ich hab mich gefühlt wie ein Aal Ja, perfekt Dann, ich schmiere mal was für eine Creme hier Vorsichtshalber in die Jacketasche Weißt du du? Für heute Ja Ja Wir bestimmen toll ertritt Vielleicht, ne? Wenn ich gerade schon dabei bin Ich mach mir das immer im Bart Deshalb glänzt der auch so schön Oh ja, glaub mir Hätte ich so eine Bart, ne? Ich würde das auch reinschmiere Na, einfach Alpizin trinken Ja, du Meine Bartwuchs in dein Gesicht Siehst du das hier? Das sind ja Moment Ich bin Das sind knapp 20 Jahre Bartwuchs Was hier gewachsen ist Oh Das sind Stuppeln Ja Aber Dr. Chuck kann ihn So eine Transplantation machen Denk an den Sensei Oh, ja, stimmt Ich habe noch den Sensei Den Sensei Moment, pass auf Jetzt bin ich Kensei Sekunde Oh Und jetzt bin ich jetzt Sensei Auftrage und Polierer Du weißt du, du kannst Auftragen und Polieren Auftrage Polierer Und auch ganz wichtig Der Kran ich Das telefoniert ja schon wieder Wir sind gerade an der Strecke Ach, ist das süß Mit wem Quatsch du Und Kim und Kim und Mia und Mila Und Mr. Melka und Luis Und so Wirst du abhängen Also so Wirst du in unserer Gruppe? Herr Pinsel Wenn du noch irgendwas brauchst Hilfe, Organisation Nightride oder so Sagst du Bescheid Hi Hi Hast du eine Tasche-Number? Hi Nee, danke Nee, danke Wir machen uns wieder auf den Weg Dankeschön Danke Jungs Ja, gerne Hat Spaß gemacht Macht's gut Bist du dann Bye-bye Ist okay, du kannst ruhig gehen Nicht gerne Ich will ja, dass du gleich mitkommst Ich wollte gerade nur auf meine Abholung Achso Die kommt ja gleich mit Das geht ja schnell Wir müssen ja nur sagen Bisschen Dings Bisschen Lulehup Und dann testen wir noch mal Da fehlt halt ein bisschen Bumm Was sagst du? Ja, wahrscheinlich wollen wir das kurz testen Ich wusste, dass die jetzt schon Ja, und dafür brauchst du auch Leute Ja Alles klar Euch erfolgreicher Abend Ja, gleichfalls Viel Erfolg in der neue Leber Hi Danke Oh oh Aua 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 Nix Ja, wie Ich hab meinen Kopf gestoßen Also, können die in die Mitte kommen? Wir sind in der Mitte bei der Wetter Dike Track Dort, wo die ganzen bunten Autos geschießen Und dort, wo die Schüsse herkommen Bis gleich Mir fehlt halt einfach was du Machst denn du? Ja Aufmerksam Hast du noch eine 50er? Nö Oder? Oder hab ich? Du hast eine 18-11er Soll ich dir mal zeigen, wie Lucky Luke schießt? Oui Aus der Hälfte Du bist ein Spender Wirst du mit uns abhängen? Ja, aber ich mach beiden mal ein Ging auf Was sind deine? Das ist eine Ein-Mann-Gang Ja, wie? Ähm Brauch ich Weil ich Mach ich denn Also, du kannst auch mit uns Weil du bist ja jetzt Du bist ja jetzt frei Und wir hängen ja immer ab Und es kann ja sein, dass ich hab jetzt mal zum Woll mit Also, hingehe Und dann kannst du wenigstens mit Weißt du? Okay, ja, gern Ich kann auch mal das so Oh Gott Squad, komm, komm mal Hallo Ja, ja, hin wir hoch, ne? Ja, oui Guten Abend Guten Abend Ja Alles klar, du Hallöchen, Pumperchen Haben sie es geschafft, Mr. Hobbs Ja Aus dem PD rauszufliegen Ich hab gekifft am Leitständenriegen Wundervoll Nix anderes erwart Okay, was können wir machen? Wie können wir helfen? Ich hatte aber auch keinen Bock mehr auf die Ja Wenn ich sage, ich will Gündingen Dann heißt es Nein, bei der Macht Bei der Power von uns Bleibst du doch mal noch ein bisschen Ach so, nein Hab ich gesagt, okay, ja gut Wenn ich nun gehen darf, dann kiff ich So Rausgeschmissen Alle nicht Ähm Na gut Wir haben die Autos hier getestet Wollt ihr euch ein bisschen bumsen mal? Äh, nee Danke Also ich gucke schon Okay, also Ach, du guckst zu, wenn andere sich bumsen Ja, ja Also Warum nicht, ne? Wir bräuchten Vielleicht in diesem In dieser Grube hier so ein bisschen Ja Wie sage ich? Looping Ähm Nein, so kleine Rampen, dass man ein bisschen hoffentlich hat Das wollte ich sagen Ja, so bockelig wird Okay Also ein bisschen mit Chandra Die Autos sind so schwer Da kannst du den pitten, wie du willst Also kleine Rampen, ja Die sitzen mit einem kleinen Panzer Ja, diese Betondinger da einfach im Boden reinlegen Okay, okay, okay Oder sowas wie nur so Rohre, ja, ja Hab gesagt, dass das so kleine Hüge sind Dass man ein bisschen rumfliegt, wenn man da rumfährt Okay, okay Weil ansonsten ist es eh schwer Warum machst du das nicht im Steinbruch? Ist doch viel mehr Platz Ja, das hab ich dir auch damals gesagt, Penze, ne? Oben an dem Berg Ja, da ist halt richtig Platz, ne? Wo? Am Steinbruch Am Steinbruch da, in der Mitte Ja, bei diesem Rex Steiner-Scheiß-Ding da Da hast du halt ein bisschen Weil hier ist ja, das sind ja, weiß ich nicht Ist ja groß wie ein Fußballfeld noch Ja Wird gar nicht hier Also meinst du, das ist besser? Also da ist, das ist ja, wird ja Ich weiß ja gar nicht Die haben da, glaube ich, gerade irgendwie Winterpause Das ist, glaube ich, alles in Ordnung da Müsste aber vorbeifahren Aber ich kann hier auf jeden Fall Rampen, habe ich schon mal notiert Ne, ne, ne Aber Penze, das hier ist auch gut Das wird nur ein bisschen huckelig Naja Das funktioniert schon Hallo, Herr Morales Aber als nächste Location können da den Steinbruch ja auch noch zuhören Ist auch schon ganz cool Warte mal Mach mal einmal die Schuhe Ja, aber da wird wahrscheinlich Da ist ja der Boden sozusagen ähnlich, oder? Äh, ich glaube Und da war ja entspannen Penze Ja, 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 ja Das ist halt auch so ein bisschen Serventien-mäßig und so Das ist schon in Ordnung da Müsste euch mal angucken Okay Ja, aber das hier Ja, aber das hier So rechts, links So in meine Richtung Dass die sich in der Luft auch irgendwie Ja, genau Aber da muss man Überlege ich gerade Wenn wir dann den Steinbruch nutzen Dann müsste man hier ja gar nichts machen Der Steinbruch vielleicht beim nächsten Mal, ne? Mir ist das egal Ich bin ja nicht der Du bist ja der Eventplaner Ich bin Scheiße Dann müsste ich erst zum Steinbruch fahren und mal gucken Ja, dann guckt euch das doch an Okay Ob wir die Die Rampen hier ablassen oder da Ist eigentlich egal Okay Dann guck ich mir noch Jetzt haben wir hier gedessert Jetzt guck ich mir dann die Tage noch den Steinbruch an Aber nur da drin Das soll nur da drin stattfinden, ja? Was für ein Rind? Nur da drin Ach so, ja, ja Gut, okay Und die Regeln sind klar Das heißt, wer auf dem Dach fällt Wer auf dem Dach liegt, hat verloren Der steht Das scheidet dann die Runde aus Das sind einfach Regeln, sieh Ist gut Das ist easy Ja, ich habe ja Explosionspässer vorgeschlagen, aber Sehr gute Idee Ja, findest du auch cool Großer Fan von Ja, ja Was denkst du, wenn es So ein paar Stacheln, die aus dem Boden kommen So, bam Boah, das ist ja auch cool Stacheln aus dem Boden Ja, ja Sie wollen schon einen Knockout-Rennen, sieh Schon mit Schicksstufen Ja Genau Dann setz das mal um Bestell den Scheiß mal und bauen ein Ja, oder wir machen Minenfeld Das ist auch cool Minenfeld Wäre auch Das wäre geil Ja Dann hat das Bank ja was zu tun Dann ist das erste Event, weil ich plane fürs BD Das letzte Okay, und mit dem Mit der Motorradstrecke passt alles Oder muss hier noch was verändert werden? Mit der Motorradstrecke ist alles gut Außer das Startziel Ja Wenn du da richtig hernust Über die letzte Schampe Ran Ja Wie heißt es? Schamze Nee Schamze Schamze, danke Krachen-Schanze Wenn du da richtig rüberfährst Dann Knallst du mit dem Kopf oben am Schild Knallst du oben gegen das Schild Und dann bricht dir der Genick Entweder muss das in der Mitte offen sein oder höher Oder man gibt nicht so viel Gas Ja, aber du willst ja Ja, gut, aber Endspurt ist ja immer Gas Ja, Endspurt muss doch Gas Ja, aber das ist halt dann die Trap, weißt du Wer denkt, die Oh, schnell durchs Ziel Ja, aber die brechen sich das Genick dafür Ich wollte gerade sagen Ja, da hat das Bank ja was zu tun Ja, aber wenn ich kann man nicht mehr retten Ja, also wirklich ganz herrlich Da fahren sie aber alle gegen Das kann ich dir sagen Alle Also wenn ihr Leute habt, die ihr nicht mögt Dann sagt Bescheid Die machen ihr mit Start, Ziel, höher, okay Habe ich auch notiert Höher oder offen Aber können die das testen mit einer Sanchez? Ja Wieso soll ich was testen? Wenn sie viel testen Wer ist wieder dann? Ja, ja, nee Ich lasse das höher setzen Aber wenn du jetzt wieder reinscheißen Und das zu niedrig macht Ist mein Knick Mein Knick tut weh, nicht deiner Das ist ein Bauunternehmen Meinst du, die sind dumm? Oh, Pinsel, ehrlich, Alter Wir machen das höher Wir machen das so hoch Wir setzen da einfach noch Container drunter ein Das müsste dann reichen Also eine Containergröße Das ist eine super Idee, Mr. Morales Das ist Herr Tacker Ja, nee Der Tacker, der ist doch langzeit im Knast Ja, ja Das ist Mr. Tacker Aber ist egal Ja Hat ihr verwandt? Entschuldigung Entschuldigung für das Verhalten Antworten mal Der wird gefragt Ach, der meint mich? Ja, ja, natürlich Ich bin Morales Ja Deine Frau Das ist mein großer Bruder Ist das Dein großer Bruder hat mir im Arsch gepackt Von Unicorn Und das ist kein Witz Die Mandy hat mich angerufen Und wollte die denn noch Achso, äh, Kurs Jawoll Deine Kittel haben wir schon abgegeben Beim Dr. Chunk? Der ist ja egal Der wollte die bestellen Bei Pillbox Dankeschön Vielen lieben Dank Okay Dann kannst du das von deiner Liste runternehmen Was kann ich runternehmen? Von deiner Liste dann runternehmen Weil du da noch schreiben wolltest Also ich denke Morgen ist das Ding da höher Wie gesagt Wir sind jetzt noch ein Container drunter Und ihr gebt heute einfach Bescheid Ob Steinbruch oder hier Dann musst du das heute auch noch testen Ja gut Das ist ja jetzt nicht Ich weiß Du hast ja jetzt keinen Dienstplan mehr Von der Polizei Ja, gut Wir müssen ja erst mal gucken Hier Mr. Tacker Ja Sie sind dein Geschäftsmann, richtig? Äh, ja Ich trage ja hier diese wunderschöne Presseweste Die ich mir besorgt habe Die habe ich getauscht War genau dafür gedacht Dass jeder kriegt, ja Ja Naja, ich hab ja nur eine Naja, ich wollte Ihnen eigentlich nur sagen Dass ich schon sehr oft darauf angesprochen wurde Und dass es sehr viele Menschen gibt, die Westen kaufen Vielleicht wäre das Vielleicht wäre das Das glaube ich, dass sehr viele Vor allen Dingen in der Borlaßhut Da wollen wir wahrscheinlich ganz viele Westen haben Ja, die auch Die wollten auch schon einen Hubschrauber haben, ne? Ja, guck mal Haben wir gefragt nach dem Hubschrauber, ja, ja Ja Die hat Pauletti gefragt, ob wir in Dortmund sind, ne? Ja, ja Oh 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 Gott Ja Naja, die hatten mehr als Helikoter Aber Aber die Pressewesten waren nur für Also, ne? Die gehen wir so nicht raus Nur an Weasel News oder Ja, ich dachte mir vielleicht So ein Pauletti-Westen Das kann man nicht verkaufen Also sie können das verkaufen Ja, ne Ich weiß es nicht Weil die sind sehr gefragt Ja, ja, ja Aber das ist so fürs Stadtbild Ist das nicht so schön Ja, das sind auch Ich meine Noch mehr versauen kann man das ähnlich Als wie wie die Boulders rum waren Ja, stimmt Das stimmt Das stimmt, ja Ne, also, äh, ne Die gibt's nicht so zum Kauf Wenn du eine organisieren kannst, hast du Glück Aber ansonsten Also das ist fast unmöglich, da ranzukommen Ja, ja Knarre an den Kopf, dann kriegt man schon eine, ne? Wahrscheinlich Ja, aber dann klemmt die Wester halt Sind die Oberarme zu dick wie beim Hermesales Kann ich nicht ausziehen Oberarme zu dick Oder Die Finger, ne? Man weiß es nicht Ja, gut Geht ja auch, ne? Hab ich auch schon mal gesehen In einem Film Hab ich mal im Film gesehen Hat einer die Ringe nicht ausbekommen, ne? Fußballschuhe Fußballschuhe würden auch richtig gut gehen Hast du das gesehen? Äh, äh, äh Ja, ja Bei so einem russischen Restaurant, ne? Bei so einem Muffelfilm, ne? Ja, klar Oder Fußballschuhe Das würde in Los Santos echt auch richtig gut gehen Fußballschuhe? Du Jett, Bro Schön Was war das? Roll das Das ist dein Handy Dein Handy-Klingelton, dein neuer Ach ja Nee, der eigentlich Ja Ich gehe da so Naja Okay Du warst jetzt richtig Gut Was der Wolder verdient hat mit den Leuchtstoffrennen Das ist halt der absolute Wahnsinn Ist der Hammer, oder? Der hat fast bestimmt eine halbe Million gemacht Und hat Stimmt Ja, das ist kein Witz Der sagt gerade, der kriegt keine mehr Verkauf Weil die Leute, die nicht mit diesen Stellmuttern festmachen können, ne? Ja, deshalb hat er ja vorgehabt, so eine zweite Version davon zu holen Also zu machen zu lassen Und die dann nochmal zu verkaufen Und welche Version soll das sein? Wie soll die aussehen? Oder was soll die können? Ja, genau das Gleiche Nur das mal nur mit dem Stand unten besser Ach so Weil jetzt verkauft er Also unter uns, meiner Ja, verkauft die und lässt die wieder klauen Ja, das hat schon gesagt Ja, ja Das ist der Panetti, ne? Danke Zack Genau Die muss er wieder abnehmen Und dann wieder verkaufen An dieselben Leute Sind sie übertreibend Genau Schönes Röllchen gemacht Oder das sind Giro Ja Okay, gut Dann gib mir einfach Bescheid Mit dem Steinbruch Ja Aber die Farbe geändert Ich kann das nicht unterscheiden Das ist jetzt blau, oder? Das ist blau Das war blau Ja, violett Ja, ja Okay Ich hatte eine grüne Ja Du kannst sie ändern Gut, gib Bescheid rechtzeitig Dann ist es morgen fertig Ja Jawohl Alles klar Und Mr. Banks, das Angebot war ehrlich gemeint, ne? Ja, klar Ich fahre sie für den Hälften der Preise überall hin Aber das von Sandro war auch ziemlich gut Das ist ein Heißabschneider Ja, ja Was läuft hier mit der Barry? Was für Geschäfte? Äh, der 9 Ja, ja Das ist echt ein gutes Ding gewesen, ne? Was denn? Der meinte für 20.000 Ja Läuft er mir den ganzen Tag hinterher Und macht mir vor anderen Leuten Komplimente Das ist gut Das ist gut Das werde ich auf jeden Fall mal kaufen Das ist gut Ja, mit einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung Macht das Sinn Das kannst du Also passt zu dir Oh gut, schöner Zopf heute Und ah Die Hand zum Kinn und so Schön Ja Schön sieht das aus Ja, ne? Sieht auch nur so gut bei dir aus Sag ich dir, wie es ist, ne? Sonst war kein Anderen sieht das gar nicht so gut aus So, 20.000 Kein Problem Sehr gut Nö, ach komm Manche Leute müssen echt dafür arbeiten gehen Ja, 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 ja Mein Reichtum köpft mich an Ja Jetzt ist auch wirklich ein schweres Laster Ja Naja Aber gute halbe Millionen mit Lampen machen Ist halt auch nicht schlecht, ne? Oh, das ist der Wahnsinn Also das ist mehr als wir machen, ne? In der Zeit Das ist halt wirklich so Das ist der absolute Wahnsinn Ja, und der macht das alleine Wir müssen auch Leute bezahlen, ne? Und dann waren wir am Stadtpark Und sind kurz abgehauen Und dann kam einer vom Taxi Und hat fünf Lampen geklaut Was? Dann sind wir aber da hingefahren Sehr gut Sehr geil Taxi auch immer schwierig, ne? Mafia ähnlich, ne? Ja, ja Naja, wenigstens haben die Krankenhäuser keinen Stress mehr Das ist gut Das ist sehr gut Und ich hoffe, dass Ich meine, da waren ja ein paar Gute dabei beim Pillbox, ne? Die werden übernommen Oh, schön Ja Genau Mit denen wird gesprochen, soweit ich weiß Ja Und dann werden die gefragt, ob die noch Lust haben und sich das angucken möchten Also jeder kriegt die Chance Und dann dürfen die natürlich bleiben und machen, ne? Cool Im Dienst Das ist gut Ich bin auch Ja, Pensel ist auch wieder da Schön Schön Was ist mit den Privatpraxen da? Das ist nur von Chuck Das ist nur von Dr. Chuck Ja Also die kleine Apotheke, die er unten hat Ja, ja, ja Und er dient auch nur als Berater fürs Dings jetzt Ist denn Baker überhaupt noch was los? Ja, ne? Oben? Ja Ich glaube, wir haben mit ein paar Leute fahren immer vorbei Ich glaube, die fahren jetzt überall Streife Die sind überall unterwegs Ja, wir müssen ja jetzt eh mal gucken Wir haben so ein paar Ideen für Sandy Shores, Grape Seat und so Mal gucken, dass da wieder ein paar Leute mehr hinziehen Ja, das ist mir klar Was los ist Also, ich glaube Warum jetzt genau? Bitte? Ne, mit Sandy Shores, äh, Dingens hier Da will einer so ein, so ein, auf dem See will so eine kleine Insel aufgeschüttet haben Ja, schon lange Ach, wie will der denn das bezahlen? Ja, weiß ich nicht Ob die Stadt da vielleicht noch was zupackt Ja So, mitten auf dem Alamo See Ach, ne, Quatsch Ja, ja Da kommt da so eine kleine Hafensiedlung hin oder so Das kann sein, stimmt Hm? Ja, was könnte man denn in Sandy Shores machen? Sandy Shores ist ja eigentlich genug, ne? Ja, da ist ja diese riesen Hotelanlage Ja, aber, ja, weiß ich nicht Ist halt auch alles staubig und dreckig, ne? Wieder kein Arsch hin Nee, nee, nee Ja Die meisten, die leben, handeln und Die sind Fans der Stadt Ja, ja Ja, ja Na gut, okay Was schlimm ist da jetzt auch? Also, Steinbruch, heute Rückmeldung, morgen da Morgen Rückmeldung, übermorgen da, ne? Ja, weiß ich ja Okay Alles klar, perfekt Nimm mir dann die Handlung am besten bedienen Ich mach das schon Dann wird dich wieder vergessen Dein Nummer haben Den Typ kannst du nicht alleine rufen lassen Weil ich muss da mal alles in der Reiche Ja, ja, fünfmal die Neuen Man erreicht Mr. Morales immer Oh, dann ist doch die kacke Leitstelle Ja, klar Hast du Leitstelle immer? Ich hab immer die Leitstelle Ja, ja, wenn, ich immer die Leitstelle Ja, ja Nicht viermal die Acht, sondern viermal die Neuen Ja? Herr Morales, wie geht's eigentlich meinem Papa? Ich hab den letzten Mal gesehen, vor drei Tagen War das ja schon wieder ein Bergeräusch Der hat noch nie drüben geschlafen, ne? Da habt ihr das Haus umsonst gekauft Wer denn? Ja, der Jörg Und da wurde letztens eingebrochen Der war da öfter Naja, natürlich Und ein paar Tagen wurde da eingebrochen Das glaub ich Ja, ja, ja Gut, alles klar Dann einen schönen Abend noch Aber ich sag nicht, dass er dir mal den SMS schreiben soll Nein, mach das besser nicht Ja, blibbeln wir wieder loka Was willst du jetzt machen, Penzel? Verletti und Partner, Morales Ich wusste ja, es sind die Leitstelle Bis dann Ah, das stimmt, ja, deswegen mein Anti-Analyzing Aber wir müssen einfach leben, Alter Tut mir leid Okay, dann lass Hast du ein Auto hier? Nee, aber du Ja, komm Meinst du einen in die Tribüne Gut, dann lass Weißt du, wie viel Glück du eigentlich hast, Penner? Solche Aufträge, das dauert eigentlich Bei anderen Menschen dauert das Wochen Aber die glauben an deine Events Ja, aber das wären doch gute Events Oder? Ja klar, voll geil Also wenn hier so Wenn hier Glauben mit Pinsel Wenn hier so Dings drin liegen Dass wenn man drüber fährt So ein bisschen in der Luft ist Und wenn man dann gerammt wird Sich überschlägt und so Das ist voll cool hier Wie gesagt, fünf Autos da Und fünf Autos auf der anderen Seite Also wir gucken uns einfach noch Einen Steinbruch an Dann scheinen wir Aber hier machen Ja, du kennst den Steinbruch doch Ja, ich Ich war da auch drin Aber ich Hab das Gefühl Der ist kleiner als hier Ja, das ist auch kleiner Deshalb hab ich ja gesagt Vielleicht nur zwei, drei Autos mehr Wann ist das? Ja, warum nicht? Mehr Chaos So und der Roy hat mich gefragt Was heißt der hat mich gefragt? Der hat gesagt Ich soll entscheiden Ob man dir vertrauen kann Okay Weil dann kriegst du ein bisschen was mit Wenn du mit den Leuten abhängst Für deine Zukunft Weißt du ja nicht, was davor ist? Was ich vorher Also momentan Denk ich so So blöd das klingt Ich mach die Events fertig Und Wenn die dann laufen Übergebe ich da dann jemanden Der hat Bock drauf Hat sich drum zu kümmern Weißt du, was ich meine Über was wir gestern gesprochen haben Ja, ja, ja Über die ganz scheiße Ich hoffe, der Mann Ich frag mal, wo der ist Ja, aber ich kann dann gerade schwer zusagen Nein, du musst ja nicht zusagen Du musst nur die Klampe halten Wenn du wegen was empfährst Ach, ich Ich hab noch nie gesnatcht Ja, aber ich sag's dir nur Jawohl, wo bist du? Ich hol gerade den neuen Mieterabmann Wir haben neuen Mieter Bei uns in der Villa Also kommst du dann zur Villa? Ja, ja, ich bin gleich da, Mann Okay, bis gleich Ja, peace Peace Du musst nur die Klampe halten Mhm Aber ich hab mich doch gut verhalten von denen, oder? Ja, aber die kenn ich nicht so gut Ich hab doch immer Also wegen den Events Wir machen das super Nein, nicht wegen den Events Aber jawohl, das wird cool Weil die Motocross-Ding macht mit Ja, das macht Spaß, gell? Hast du gerade geile gesagt? Ja Ja, gell Ja, gell Weißt du noch, weil die Helikopter drüber Der fett sind? Ja Das war gut Deswegen musst du dem Ding ein bisschen höher Dass du da am Ende rechippen kannst Ja, aber das machen wir Oh gut, was der gerade gesagt hat Was denn? Weil das mit den Fingern und so Habe ich nicht verstanden Nein, da gibt's Kennst du noch diesen Mafia-Film? Nee Das war damals den Dings Ja, so ein Film, der spielt in New York Da war so ein russischer Mafia-Typ Der hat ganz heftige Ringe angehabt Und da waren ein paar Gangster Die wollten den abziehen Und er meint, er kann die Ringe nicht ausziehen Weil die Finger zu dick sind Weiß nicht mehr, wie der Film hieß Haben die ihm dann die Finger abgeschnippt? Nee Sollen wir mit Porsche fahren Oder mit Chiquimila? Wie du weißt Ich dachte, er ist eine Anspielung auf Sauren Nee, er hat doch nur ein Ring gehabt Ja, aber der wollte doch mehr Er hat ihm den Finger abgeschnippelt Hast du irgendwas für heute geplant? Ähm, nee Jetzt gucken wir, was die anderen machen Ich hab mir jetzt nichts mehr gemacht Einzige, was die irgendwann noch machen wollen Das ist die Bikes hochfahren Sind die schon mal oben? Können wir später machen Komm, fahren Porsche Ging's da Guck mal, wie gang's da ich bin Aber das ist doch kacke, weiß ich Was ist kacke? Ach, hässlich Das ist doch nicht hässlich Aber zu dir passt denn eher so Glendale Hast du eigentlich dein Allergy nur? Ja Warum? Wem findest du kacke? Why? Ich weiß nicht, passt der zu dir? Ja, guck mich doch mal an Ich bin ein Gangster Heißt Society Ich bin ein Gangster-Borsche Ja, klar In was für einer Welt lebst du eigentlich Dass du sowas nicht weißt Ja, kann man nicht Komm hervor, als wärst du jetzt hier Hör auf, die armen Dinge würden verregen Du bist doch auch kein Tuner Und fährst solche Karren Oder kennst dich großartig mit Autos aus Hast du überhaupt einen Führerschein? Nee, den gab's schon einen Führerschein Ja Du musst doch Träume haben, Pinsen Du brauchst doch Ziele Was willst du erreichen? Boah, ich hätte doch keinen Bock Einfach mal Ja Ja Ich hab keine Ziele Ich hab keine Wünsche Ja, oui Ich muss gerne in das Land reisen Ja, du kannst dann nach Sanderson reisen Ah Ich hab mal vor, ich kann nach Amayon reisen Nach wohin? Nach dem Flugzeug Nach Amayon Was wärst du nun da? Jetzt sollt ihr einen Shelter bauen und kein Feuer machen Da gibst du nie Oh, scheiße Das hat nichts mit Amayon zu tun Aber du musst echt mal ein paar Träume haben Du brauchst doch ein Ziel Was ist denn dein Traum? Na, der übel zum Mafia-Bass zu werden Verstehe Mein Traum war vorher das PD zu übernehmen Ja, wo dein Traum ist gepackt Ach, ich hab keinen Spaß mehr Jetzt ist mein Traum, die Wände zu kümmern Und wenn die laufen, dann Bin ich ja wieder in die Kinderstraße Da mach ich meine eigene Gang auf Der O7? Oder sie meint 9 Oder was Neues Die O7 Ja Ich hab schon eine geile Idee, wo ich wohnen könnte Voll nett, dass du mich schon eingeplant hast Weil du gesagt hast, wo wir hinziehen können Achso, ja, musst du Guck mal, das gehört uns Das ist unser Haus hier Guck dir das an Welches? Na, das ist der Links Das ist der Heide Baronenschaft Ach, guck mal Und da, woher ist der Baron? Ja Hallo Was wollen die Curtis hier? Ich bin der Hausherr Das ist der Hausherr hier Das ist unsere neue Mieterin Oh, Pinsel Das ist halt die Partymeile, Mann Das ist der Kitz, ja Rotlichtviertel Ja, ich weiß auch nicht Das wird vielleicht Solange mein Haus umgebaut wird Solange wird das sein Und dann ziehe ich auch wieder zurück Ja, dann kannst du dir aussehen Ob du die Tür da hier rein willst In den Bereich Oder da durch die große Tür Dann kannst du da auch ganz hinten gehen Keine Ahnung Da, wo, äh, bitte nicht stören Nicht an der Tür hängt, Mann Äh, da kannst du rein, ja Okay, ähm Willst du mir das zeigen? Ja, klar, Mann Diese Curtis kriegen wir noch Hallo, du Lappen Grüße Hallo, ihr Kalbfeld Hallo, Macaroni Das ist, du Wechser Ja, ich dachte, das Das Respekt ist, du meine Woman Nein, Curtis, aber sei ehrlich In so einer Ich sag jetzt mal Spannenden Leggings Das hätte auch Mila sein können Mit so einem Pulli Aber Pins hat keinen Leggings an Warte mal, du dachtest Das ist eher so eine Bequeme Jogginghose, würde ich sagen Oder, Pins? Das ist eine Schnellkickerhose Das ist eine Schnellkickerhose Curtis, du musst das so sehen Das heißt doch so, dass ich deine Frau Nie allzu genau angucke Aus Respekt Curtis, aus Respekt Ja, aber vielleicht haben wir auch den selben Arsch Ist das hier neben mir Mila, grüße Mila? Also nein, nein, nein Und habt ihr schon eine Lösung gefunden Für das Problem mit den Nudeln? Ja, wir werden jetzt einfach so lange Mit den Macarena-Tassen In der Gegend rumlaufen Bis irgendwas passiert Also spätestens morgen Na ja Vielleicht Gibt es da die ein oder andere Lösung Aber ich müsste Mein Schiff ran Ja, ja, ja Die Bilde Ich wollte mich ja nochmal anrufen Ich wollte über den Lost Mal ins Gespräch kommen Aber eigentlich will ich ja mit diesen Leuten Auch gar nicht Ich will mit denen gar keine Wege kreuzen Ja, Sandra, wenn du wüsstest Ja, ich verstehe das schon Ihr müsst aufpassen Naja, wir sind ganz vorsichtig Wir alle müssen aufpassen, ja Aber im Notfall Die sollen mal versuchen Auf mich zu schießen Probier mal auf mich zu schießen Komm Na, du hast ja Jörg dabei Wollt ihr mal sehen, was ich bei Mila Unterm Bett gefunden hab? Ja Guck mal, sein Druck Und riech mal dran Oh Gott Das riecht ein bisschen ekelhaft Das riecht ja vollkommen noch Das riecht wie Mosch Mosch Ich würde jetzt eher sagen Es roch wie Speichel Aber naja Ja, und das riecht Nimm das weg Ja, wie Das ist wie Katzengras Nein, das ist mein Ja, Pinsel Das sind meine Freunde Das ist der Fred Aber ich kenne die noch alle Das ist der Jörg Der Macaroni Ich weiß nicht, ob er mein Freund ist Jetzt bin ich enttäuscht Da holen und da holen Leute Bin wir jetzt auch Freunde? Ich bring kein Grußes mehr Weil ich rufe den Taxi, Elena, okay Ja, kriegen Wollen wir auch Freunde sein? Echt? Okay Nein, du bist kein Nein, nein Was ist? Ja, Pinsel hat mit dir geredet Ja, wer ist mit dem Kopf Dann werden wir Freunde Ach, Pinsel hat mit mir geredet Ich hab überhaupt gar nicht mitbekommen Pinsel, du hast gar mit mir geredet Erkanntest, von wem ist denn das auch? Ja, natürlich bin ich der Freund Pinsel Ist das deins? Das ist meins Ich hab so einiges Parkplatz geklaut Warum? Darf ich was sagen, Curtis? Was sagen? Neben dem Faktor, dass du auf meinem Parkplatz stehst Wir haben doch all den Kopf Ich habe weggegangen, Platzvergang Ich fühle das Ding in der Nacht nicht Ich bin euer Kopfboy Ja, man, schwarz ist für Autos Das ist echt eine scheiß Farbe Weil Also, weißt du, Portschatz Hör mal Porsche Porsche in Zuffenhausen Die haben sich so viele Gedanken gemacht Über Linien Über Designsprache Und wenn man die Karre dann matt schwarz macht Oder schwarz Dann sieht man die Hälfte Von den ihren Ideen überhaupt nicht mehr Ja, aber ich bin Batman Das ist wie, als würde man im Louvre stehen Vor der Mona Lisa Und hätte eine fette Sonnenbrille auf Komm mal mit Was steht auf dem Nummernschild? Weißt du, was das ist? Ja, das ist so Also, das würde ich jetzt einfach gerne kurz anmachen Aber dann Hast du dir ja wieder eingeschnappt Und sagst Ich bin ein Riesenfan Von dieser Musikrichtung Aus UK United Kingdom The Rest in Peace Queen Was glaubst du, wie unsere Outfits entstanden sind? Wir sind die Roadmen Ja, du siehst ja aus wie so ein Dings Hier Aus diesem komischen Land Wenn du wissen willst, wie ich aussehe Matthew McConaug Kann ich nicht Guck kein Pro 7 Jetzt reicht's aber Entschuldigung Bei Matthew McConaug Hört der Spaß auf Was für ein Film war der denn? Ich seh aus wie Matthew McConaug In The Gentleman Okay Das ist ein Roman Alter, der ist geil Du kennst The Gentleman nicht Ich guck sowas nicht Das ist ein Guy Ritchie Film Mit Matthew McConaug Ich bin ja eher so der Adam Sandler Pfff, Alter Ja, wie Aber du mit deinem Matthew McConaug Matthew McConaug Pfff, Alter 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 Und in den Musikvideos Fahren die immer so schwarz mal den Kahn Ja, aber Also Ich kann nur sagen Schwarz Verschlingt die Konturen fürs Auge Aber das soll ja so sein Mich soll im Dunkeln keiner sehen Das könnte halt genauso gut Ein Schulbus gerade sein Von dem ich stehe Ja, aber das ist doch gut Das ist doch Gute Tarnung Weißt du Hallo, hallo Kinder Komm mal raus da Ich bin das Ron, wie findest du die Kahn Schwarzmatt Ich bin das sexy Ich fand ja den Blau eigentlich Ziemlich geil Den Jinkielmila Musst du so machen, Mann Der ist der schon so Echt jetzt? Ja Oh Verkauf Verkauf mir, Baby Aber du hast doch genug Geld Ich bin den Oh, jetzt macht der Nö, der bleibt so Vielleicht mach ich Übrigens Wenn du den mal verkaufen willst Willen Den nehmen Den Jinkielmila Nee, deinen Porsche Aber ich will den nicht verkaufen Alles gut Dann sind wir jetzt übrigens Porsche-Brüder Jawohl Was ist mit dem Mit dem Der reiert deinen Porsche Ganz ehrlich Ich will, dass der nicht auf dieses Gelände raufkommt Der provoziert Die ganze Zeit nur rum Aber ich kenn den halt nicht Keine Ahnung Dieser OP Weißt du Weil das Problem ist Ich kann ja hier nichts Gegen den machen Weil ich mich an die Regeln halte Weißt du Ja Aber jemand, der dann Vor Don Sandro steht Und die ganze Zeit Nur das große Maul hat Den will ich ja nicht haben Ist das dieser OP? Nee Das ist dieses komische Pinkhaar Diese Hackfresse Okay, also der Ach so Der kommt hierher Und macht den S-Leban Ja, genau Wo ist der? Schlagten zusammen Warte, gehörtest du Das Klebe jetzt Also der macht Dein auf S-Leban Oder Der macht Dein auf S-Leban Der hat eine ganz große Fresse Dann hab ich Dann hab ich Dann verstanden Okay, dann weiß ich Jetzt ungefähr Wo ich mich finde Was ist denn da? So, Mann Ich muss das jetzt erklären Mit deinem Jo, komm mit Das gibt's aufs Maul Jo, wo? Ist der komisch Du, Dings Jetzt, der war ich Erstmal den Best Beschläge aus So, aus In Taschen ziehen Ja Der Gugan Klappt, ey Beschläge Ich muss sagen Es ist relativ klar Du kleines Arschloch Hast Kreck-In-Händel-Verbot Na, nee Warte, warte Jetzt, wir müssen nicht Übertreiben Hier wohnen Cops, Mann Hier kann jeder Zumindest von meiner Seite Aber die Frage ist jetzt Chris, wie Mann Ja Also ich hab das Gefühl, Mann Der macht einen auf S-Leban Er kommt hier her Und ist frech zu allen Nee, ich bin nicht Ich bin mit Chris Ja Das Problem ist, Mann Das erste Treffen Das erste Treffen Mit dem kann ich mich auch erinnern Das war Park Seite Fliegerbank, Mann Ich wollte Die mies die Fresse verprügeln Weil du genauso drauf warst Nein, das ist eine Lüge Freundchen Wenn du die Was, mit deinem Penner-Kollegen Wenn du die Immunität Wenn du die Immunität Wenn du die Immunität Also, Gustav Ach, Gustav, ganz kurz Wenn du hier herkommst Und die Integrität Ja Die volle Immunität Des Cracky-Nentels Missbraucht Hey, das ist gut, dann Um hier straffrei Alle beleidigen zu können Wir können uns draußen diskutieren Komm mit Ja, schon wieder abkommt Ja Komm, Mann Penderkeile Penderkeile Ach, ich brauch schon mal Die Kamera Muss dann dir, Jo Soll ich dich nicht mal umziehen Du kannst dich nicht reinkommen Und abstecken Was denkst du denn Jawoy Hm Und Makarolen Ich komm mit Nee, da ist ja jetzt der Schläger Ja, warte kurz Eine Sekunde nur Eine Sekunde Was hast du gerade gesagt? Fred, hast du gerade Gesagt wohl, Alter Oh Gott Fred, du hast Du bist trotzdem schuld Das eine hat mit dem anderen Hat überhaupt nichts zu tun Er ist wirklich frech, ne? Ja, bei letztens schon frech hier Ja, ja Ich habe auch keine gute Erinnerung an den Aber Crispy mag den Aber Crispy mag den Aber Crispy mag auch Mochte auch Taylor Taylor, der Geist Wir machen einen Pennerkreis Der wollte uns damals umbringen Ein großer Kreis Ein ganz großer Also Das ist ein zweikampf Alter Was ist los? Ja, was ist denn los? Das Thema Was ist denn dein Problem mit mir? Was reden wir? Du nimmst Das Crackinantel Als Basis, um hier straffreie Leute zu beleidigen Respektier das Crackinantel Nicht, Benze Das ist eine Lüge Du nimmst jetzt vor dem Nein Was hier Das ist das Crackinantel Das Haus Unseren Armen Crispy aus Der dir seine Freundschaft Sein Vertrauen schenkt Und du missbrauchst das Um dich an uns ranzumachen DUA-Beamter Was? 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 Ja Ich weiß, wer du bist Du hast dich Ich kenne deine Identität Warte mal, der ist von der Doa? Jean-Luc Der ist von der Doa, Jean-Luc Nein, was? Hey, dann ist denn Jean-Luc Und jetzt verschwindet, Bulle Ich bin kein Bulle Pinses auf den Kopf Alter, das ist eine Rate Nein Das ist natürlich, ist das eine Rate Ja, ist nicht Klaubst du dir, dass da ist eine Goldkette? Nein, das ist ein Mikrofonkabel Nimm deine scheiß Foto noch, du Wichser Du machst jetzt diese Kette ab Das ist kein Mikrofon? Nimm deine Hände ab Nimm deine Hände hoch Nimm deine Hände hoch Was hat denn denn da? Guck runter Der hat ein Volvo Alter, wie kommt das denn da hin? Ein Waymo Der hat dein scheiß Mikrofon an der Brust Ich kann das erklären Ich Nimm dein Das sind meine alten Nimm dein Hemd hoch Nimm dein Hemd hoch Das hat auch ein bisschen was mit Respekt zu tun Wenn man wo neu ist, dann muss man sich von unten den Respekt verdienen, Mann Und nicht einen auf der ersten Bahn machen Ich gebe es zu, das ist aufgeklebt Warte mal, du hast gerade zugegeben, dass du ein scheiß Mikrofon aufgeklebt hast? Nee, dreh dich mal rum Warte, wir schneiden dir die Brusthache von unten auf Ich hab doch gesagt aufgeklebt Ich sag mal so, wenn man sich sowas direkt anzieht, hat man ja eine perfekte Schablone dafür Also da musst du einfach reinrasieren quasi Also Dreh dich wieder rum Ich weiß, dass du kein Bulle bist Aber ich spiele dreckig Also fick nicht mit Don Sandro Das war irgendwie geil Ey, kannst du das doch mal machen? Ja, und bleib stehen, wenn der Baron vor dir steht, du Wichser Jetzt redest du mit mir, Mann Du hast den einzigen Bonus, den du hast, ist Crispy Aber Crispy, Mann, du musst deinem neuen Freund beibringen Wenn man irgendwo neu ist, sich den Respekt verdienen muss Und du weißt, ich hab kein schlechtes Gefühl, Mann Aber ich hab einen Grummel Weil ich ihm an dem ersten Tag, wo ich diesem Mann begegnet bin, die Fresse polieren wollte Du wolltest doch schon vielen Leuten die Fresse polieren Ja, aber du weißt nur dann, Mann, wenn ich die Leute nicht mag Also bring deinem Freund bei, Sitz und Platz zu machen, wenn man ihm das sagt Okay Schon gut, aber tut ihm jetzt nichts Nein, Mann Okay Das ist ja So wie ich dich aufgenommen habe Das ist ja nicht die Zeit dafür Versautes Oh, oh, oh Das müffelt bis hier rüber, aber auch für die gute Art und Weise Das ist für die Medizinerschweine Also jetzt durfte jeder reden Das ist ja auch schön und gut, alles super Du hast auch Karte Du, du hast mir Du, für dich leg ich die Hand ins Feuer Wenn du scheiße brauchst, werde ich dich gerade dafür Du hast auch nicht dumm angepöbelt direkt am Anfang, ne? Gute alte Schneeballsystem Genau, gute alte Schneeballsystem Keine Sorge, ich kenne euch doch Ich habe noch nie einen von euch verhaftet Ja, stimmt Nicht mit Informationen habe ich keinen von euch verhaftet Ich habe dir jetzt auch nochmal gesagt, ein bisschen Respekt und so ein Shit Wer hat jetzt noch Bock zum Taxiunternehmen zu fahren Und mit dem Baseballschläger ein paar Taxis kaputt zu hauen Im Namen von den Amigos Im Namen von den Amigos Überbringen Wir haben nämlich heute ein bisschen Fahrgeld geprellt Und die haben uns angezeigt Il Nombre del Amigos Va klicka Ja, bei mir wird es schlecht, Mann Ein paar Termine Ja, ist in Ordnung Wieso? Was denn? Was denn Ding klären? Ja, du wolltest noch mit mir Was denn? Volle 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 Transparenz Was hast du noch vor? Mit Leuten reden, wie ich das immer mache Ja, lass ihn doch Wenn er keinen Bock hat Oder was zu tun hat Ist auch okay Ne, 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 ne Ich meine Es knistert hier Mit was für Leute? Es knistert Oh, mit den Leuten, mit denen ich schon die ganze Zeit zusammenarbeite Und meine Deals mache Zeug verkaufen, Mann Du redest in Rätseln Wenn du mich fragst, mit wem bist du gerade unterwegs Dann sag ich Jörg Dann sag ich Fred Dann nenne ich Namen Und dann sag ich nicht mit den Leuten, mit denen ich oft an manchen Tagen Dienstags bis Mittwochs rumhänge Wirfst du den Plumsack gleich irgendwo runter? Oder kann ich jetzt erzählen? Ja, lass ihn mal Warum lachst du denn du? Er hört ein bisschen im Mund aus Das hätten wir so ein Ruhm Bredekissen Ist das denn eine Intervention? Ich bin auch die ganze Ich bin die ganze Stein Ja, danke Ich bin die ganze Zeit allein unterwegs, Mann Ich bring den, das Dope an den Mann Ich hab heute Autos verkauft, Mann Ich hab mich verkleidet als Alfred Mo Kaki, ja Hab die Leute reingelegt Hab Beweismittel verkauft Hab die, äh, beiseite geschafft Das ist krank Ich bring Geld ran, Mann Ich bring Geld ran Ich hab noch ein, zwei Dinge zu erledigen, jo Warte mal Hast du den Caddideck mit der toten Stripperin verkauft? Mh, nein Aber den Van, Mann In dem wir die Leiche in die Schmelze geworfen haben Weiße, Mann Der war ein Andenken Ich hoffe, das Market Value hat sich dadurch erhöht Das wissen die ja nicht, wenn der das verkauft Ja, Geschichte, Knast Ich hab mich für Ja, ich hab scheiß auf die Geschichte Da ist drauf Die Geschichte hat sich ja geändert Da ist drauf Scheiß drauf Ah, das was ich halt immer mache, Mann Vorbereitung treffen Leute sterben, Mann Mit Ärger Ja, weißt du Es gibt immer noch Geschäftspartner Und verhindern, dass Leute sterben Wenn 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 Gürtis ja gerade sagt Es knistert Ja Ja, dann Dann Das ist schön Ja, weil ich nämlich mal die Frage schon wollte Aber ich möchte nur sagen Hallo, Chef Mir geht's ja nicht um irgendein Vertrauensproblem Geht's Ihnen? Ich brauch einfach nur eine wesentlich klarere Kommunikation Die Hutz Beschäftigen mich in der Sauerstattung Warum, was ist da los? Nachdem man tut sich irgendwie weh Und ich glaub, irgendwelche Kriege sind Ja, da gibt's doch immer Kriege Das ist doch gut fürs Geschäft Ja, für mich auf jeden Fall Dr. Chuck Ja Ich weise Sie an immer und alles ein, richtig? Was? Ich hab Ihnen noch erzählt davon Dass ich angesprochen wurde Ob ich jemandem das Gesicht operieren will Ja Und Sie haben Was haben Sie mir nochmal erzählt? Dass Sie auch schon angequatscht wurden, ne? Ja, genau Aber das wurde unterbunden? Oder Ihnen wurde gerade das nicht zu tun? Genau Also haben Sie mit gewissen Leuten zu tun? Ja, natürlich Ich bin mir ziemlich sicher, dass gewisse Leute gerade gewisse Personen suchen Und eine gewisse Person, ja Das geht mich alles überhaupt nichts an Ach, sind Sie nicht so tief da drin verwickelt? Nein, ich versuche immer möglichst wenig mitzubekommen Ich möchte überleben Ja, weil das ist ja umso besser zum Überleben Gott ist, die haben mich gerade angerufen Mhm Und mir Ähm Sämtliche Größeren Plastischen Chirurgischen Behandlungen Momentan untersagt Weil die gerade Gerade eben Ja, genau Ne, 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 Dr. Chuck Ne, ne, verstehen Sie mich nicht Sie haben das glaube ich nicht verstanden Ich möchte Ich werde niemals jemanden operieren Ohne dass Sie hier go gehen Das werde ich niemals tun Okay Was ich Ihnen sagen wollte ist, dass ich An eine Person rankomme und die ans Messer liefern will Damit andere Leute geschützt werden Und damit man vielleicht mal da Kontakt dahin bekommt Das wollte ich Ihnen sagen Okay, wo komme ich denn ins Spiel? Ich habe keinerlei Kontakte dahin Und Sie schon Ähm Ich werde es bitte nicht Davon hängt alles ab, was ich hier mache Nein, nein, das ist kein Problem, Dr. Chuck Es ist ja nur wie eine Frage Wenn Sie sagen, nein, nein Sie möchten damit gar nichts zu tun haben Dann werde ich andere Wege finden Aber ich möchte damit bitte nichts zu tun haben Ich dachte, Sie sind ein psychopatischer Massenbehalter Aber warum Seit wann haben Sie so viel Angst, Dr. Chuck? Ich habe keine Angst Aber ich weiß, wo ich herkomme Wo, wem ich alles verdanke, was ich hier habe Und wem verdanken Sie das? Ja, Leuten Die mir solche Arbeit geben Ja, aber Sie fallen diesen Leuten ja nicht in den Rücken Sie sind ja nicht wahnsinnig Sie geben denen ja quasi ein Geschenk Was Sie vermitteln Weil diese Leute sind nämlich auf der Suche nach Leuten Ich kann mich erinnern, dass die mal einen Mr. Sieg gesucht haben Aber ich vermute, den haben Sie gefunden Hm? Nee, ich glaube, es geht doch um Ich bin mir aber nicht mal sicher, ob die ihn suchen Wissen Sie was, Dr. Chuck? Vergessen wir das Gespräch einfach Ich wollte gerade sagen Ich habe nicht mal mehr Telefonnummern Die mal die Nummern geändert Und rufen nur mehr anonymen an Okay Das passt schon Wer hat das schon gemacht? Gut Hast du irgendwann Irgendeinem anderen Mediziner Eine plastische Schirurgie-Settel gegeben? Natürlich nicht Niemals Gut, gut Außerdem haben die überhaupt gar nicht die Fähigkeiten dazu Das zu machen Ja, wenn die Leute gierig sind Probieren sie das vielleicht Gut Nee, Sie können doch nachgucken, oder? Hat das Lager nicht auch so ein System? Achso, dieses blöde System, ja Stimmt Von allen Malen, wo ich das benutzt habe Wissen Sie Ja, das stimmt Da wissen Sie Okay Dr. Chuck Glauben Sie niemals im Leben, dass ich Ihnen im Rücken fall? Nein, ich verdorbe Das haben Mila und ich haben uns das damals geschwollen Das werden wir niemals tun Nein, ich wollte nur trotzdem sagen Das ist eben momentan Ein rotes Tor ist Die Leute suchen Irgendwelche Leute in der Stadt Und haben Angst, dass die verschwinden Und Sie glauben doch nicht wirklich, dass ich denen helfe Die kenn ich gar nicht Ich lege mich doch nicht mit dem Teufel an Mein Leben ist mir was wert Ich arbeite für den Teufel Aber ich lege mich nicht mit dem an Ja, das ist bei mir genauso Ich habe auch meine Seele verkauft Ja, das ist ja nicht schlimm Ja, Gott, was machst du? Ich bin mit Roy und so ein Tor X Aber die fallen gar nicht zu Ich hänge ein bisschen ab Die wollten eigentlich arbeiten Milo nicht wohin Aber da standen alle im Kreis vor der Tür Und meinten, dass nichts los Ja gut, aber es ist jetzt immer so Dass erst um 23 Uhr die Schießereien losging Ja, dann komme ich vielleicht nachher Ja Aber eigentlich im Dienst Zahlt sich meistens schon aus Aber im Dienst bin ich auch nicht mehr Ich stempel mich immer aus Außer gestern habe ich kurz vergessen Ja, ist ja okay Es gibt ja keinen Pillbox mehr Das ist nicht beschwert Na, aber trotzdem Falls mal der Staat kommt Oder so, die Parmen of Justice Ja, du hast recht Nein, dann gerade ist Mir geht's für den ganz sehr ganz gut Und wenn ich Geld brauche, dann frage ich sie Ich passe schon auf dich auf Okay, Dr. Chuck So machen wir das Seid ihr in eurer Wille? Ja Okay, dann komme ich da mal vorbei Okay, dann bist du gleich, Dr. Chuck Okay, okay Das ist Das wundert mich Ich dachte eigentlich, dass der da viel enger mit zusammenarbeitet Der Chucky Aber der hat Schiss Der hat Schiss, der hat Schiss Gute Nacht, Wendung Das hätte ich nicht gerechnet Was habe ich hier gerade gehalten? Der war ganzen geklärt Ja Was ist der Sold? Alter, ich höre irgendwas von 500 Gramm Koks Ein halbes Kilo Was geht hier ab, ja? Ja, das ist Billys Sold an uns Dass wir aufpassen, dass er nicht stirbt Ja, genau Er möchte ein halbes Kilo Koks So, wissen die denn, dass wir jetzt kommen? Dann rufe ich mal eben Sigi an Komm, weiter bitte Ja Ich habe gerade mit Chuck gequatscht Ja Der ist jetzt auf dem BKR einfach nur so Ja Aber wir haben über diese klassische Chirurgie und so gequatscht Ja Das wurde ihnen verboten Warum wem? Warum? Leute, die ein Sexier wollen und das machen wollen Das wird nicht gemacht Das wurde ihnen verboten Weißt du? Und der steht Ja Was ist der mit Billy? Warum muss der beschützt werden? Steckt der da mit drin? Der hat auch anscheinend die ganze Zeit Probleme Ich weiß es nicht ganz genau Können wir die ausliefern? Am Telefon nicht jetzt rum Macarena, ja, Billy ungern Äh Ja, der kommt jetzt gleich her Der will einfach nur gucken Der fährt immer die Communities ab Ich will da mitmachen, Mann Mit halbes Kilo Koks, Mann, Sandro, wusstest du davon? Hast du das gerade gehört? Halbes Kilo Koks, weißt du was? Das ist ein halbes Kilo, ja Übrigens gab es schon Der Billionaire hat mir ein halbes Kilo versprochen Du hast doch gerade irgendwas von Transparenz gesagt, Mann Und sagst mir nicht Bescheid Bei einem halben Kilo Koks Wie schon gesagt, ja Also erstens Ich muss mich da erst mal reinarbeiten In diese ganzen Quartellgeschichten Was hat denn Billy eigentlich für ein Problem? Ah, stimmt Das kann sein Suchen die den auch, oder was? Billy glaubt, dass er vom Quartell gesucht wird Ja, die wollen den umlegen Also glaubt, glaubt er zumindest Die Leute, die den einpacken wollen Behaupten, das ist nur wegen Kleinigkeiten Und der nimmt sich viel zu ernst Aber das könnte natürlich auch eine Finte sein Ich bin ehrlich Ich weiß nicht Ob das Größenwahn ist Oder einfach nur eine Finte Eins von beiden Entweder wird er wirklich von denen gesucht Oder er Ja, wenn der ein halbes Kilo Koks hat, Mann Dann ist er einfach paranoid Weil er ist ein scheiß Junkie Ist, ja Alter, ich kenn keinen Menschen Der ein halbes Kilo Koks hat Alter, du bist mit einem halben Kilo Koks Der King of the Street, Mann Weißt du, was das bedeutet? Deswegen Deswegen bin ich doch gerade an ihm dran Er hat mir das versprochen Und sobald ich das hab Krieg jeder hier ein Drittel Und wir verkaufen die Scheiße Ja, klar, Mann Alles klar Alles klar Okay, dann gute Nacht, Mann Schöne Wie du gestern Du wolltest auch wenn gehen, oder nicht? Ja, ich muss halt wenn gehen Ich bin mir schon gesagt Die nächsten Tage Die nächsten Tage Bin ich Bin ich Bin ich Sandro Late Night 3 Uhr, 4 Uhr Guck mal mal Kürtel Das wäre hier länger Die Ecke ein Aufenthalten kann Wollen wir eine Competition machen, oder was? Ja, von mir aus Von mir aus Morgen Nee, ja, Marco Morgen nicht Aber ich sag dir Freitag Freitagabend Da bin ich Sandro Open End Da bin ich Da bin ich Sandro Samstag 7 Uhr Ja, das wird dann so Um 3.12 Uhr Und ich geh schlafen Und ich krieg's los Ja, es gab nichts Weißt du, was mir gerade einfällt? Wir steigen da in die Scheißbude ein, Mann Und wir nehmen Billy mit, Mann Ich will das halbe Kilo Koks haben Weißt du, was mir gerade eingefallen ist? Ja Mann, jetzt guck die Wie schaffst du das, ne? Macarena, wolltest du auch noch irgendwas? Ach, was ist zuerst jetzt worden? Äh, Billy Ach, ja Wollt ihr mitmachen? Wollt ihr mitspielen? Ähm, Billy quasi zu begleiten und zu schützen Wie, der soll herkommen? Ähm, nee, der trifft sich jetzt mit dem Lost Und wir sollen quasi dazukommen Was, du bist, was? So höchstprofessionellem Geleitschutzgebung Warum, geh ich dich mal umziehen, Junge Weil du gesucht wärst? Bist du irre oder so? Ja, das ist halt die Frage Ob ich überhaupt noch gesucht werde Also irgendwie, glaub ich, dann Mittlerweile nicht mehr dran Die Sache ist, Sandro hat vorhin gesagt Dass sie heute schon den ganzen Tag rumpimmeln Erhofften, dass irgendjemand mal auf Margarino aufmerksam gehört hat Aber irgendwie, irgendwie kriegt den keiner mit Was ist denn die letzten Tage passiert? Das Horacke meinte, es sind schon irgendwie zwei Leute gestorben Meint ihr nicht, dass das für ein bisschen Wirbel in der Stadt gesorgt hat Und erstmal Ruhe ist? Und die ein bisschen abwarten? Was du hier machst? Meint, du darfst hier nicht einfach jetzt eine Purge starten Er ist lebensmüde, was du hier machst Ja, das stimmt Weißt du, den hat immer angeguckt Der hat Gesichtstattoos und Nacken-Tattoos Der Mann ist einfach lebensmüde Ja, aber ich muss ihm einen Punkt geben Ich sollte mich ein bisschen undercover anziehen Ja Es musste einfach sein, es musste einfach sein Fred, tut mir leid Was hat Fred jetzt getorn? Ich weiß es nicht, mir war einfach so Ich geh kurz her von hier War einfach die Energieladung Oh, Junge, das nervt so Dass immer alle dazukommen, Alter Weißt du, was wir machen könnten? Ja Wenn du mit Billy nur Business machen willst Wir können versuchen, sein Leben irgendwie rauszubekommen Indem wir Makarellen-Wars liefern Okay, ein Deal, Mann Ja Aber ganz ehrlich, Mann Billy, halbes Kilo Billy, ich nehme das halbe Kilo Ja, klar Natürlich nimmst du das Das steht komplett außer Frage Ja, wir nehmen das nicht einfach Stibitzen Weißt du, was wir machen könnten? Wir könnten zu dir sagen, jo Wir beschützen dich, bla bla Aber falls dir was passiert, gib uns mal Also, er soll dir den Code für seinen Lagerhalle geben Damit du das Falls ihm was passiert, ne Damit man seine Beerdigung zahlen kann und bla 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 Ja, dann ruf den Mann Ich hab sein Ich hab noch nie was mit dem zugehabt Ich geb dir die Nummer Was soll ich dem denn sagen? Ja, genau das Pass auf Ich mach dem so ein Scheinangebot, okay? Ich tue einfach so, als könnte ich Dinge regeln Und wenn ich sag, frag doch woher Dann bestätigst du es einfach Okay Hast du das Handy raus? Ich hab seine Nummer Ich hab aber noch nie was mit dem Achso Egal, ruf ihn an Willst du jetzt nur mit Macarena wählen oder nicht? Null, das lass ich umziehen Das lass ich bei uns in Sicherheit biegen Damit wir den auf der Stelle einpacken können und wegbringen können Ja Wir sind die größten Wichser Weißt du was, Mann? Ich hab, ich bin echt zu allen nett, Mann Weißt du, selbst zu Sandro Seit Anfang an Grape Seat Alles Aber dann fällt dir mir so in den Rücken, Mann Das hat mir wieder nur gezeigt Anders geht's nicht, Curtis Ja, nur Grape Seat, Mann Nur Grape Seat Für Doc Chuck, Mann Doc Chuck ist der wahre, dann Ich ruf den jetzt an Geht wahrscheinlich eh nie ran Oder hat Handy aus Wenn er Paranoid ist Ja Hallo, Billy Ich kann grad nicht Ich kann grad leider nicht Oh, du kannst auf jeden Fall Weil ich glaube nämlich, dass ich der Einzige in der Stadt bin Der dir noch helfen kann Äh Wie meint Ich bin ziemlich sicher Inwiefern Du musst Red schnell Ja Was brauchst du? Ich kann alles besorgen Ich kann alles mit dir machen Ich kann dich verschwinden lassen Ich kann alles Ich muss jetzt erstmal mit dem Lost klären Was zu klären ist Ich würde an deiner Stelle nicht zum Lost fahren Ich sag's dir nur so Mehr kann ich dir nicht verraten Ich würde nicht zum Lost fahren Okay Ich würde dir mal ganz schnell die Haare schneiden Und zieh dich anders rum Und dann werde ich wahrscheinlich gleich Woi mal anrufen Und Macarena ist auch keine gute Wahl Wer? Mit dem Rum zu fahren Okay Du hast nur noch zwei Freunde in der Stadt Und das ist Woi und ich Ich hab gerade sechs davon vor mir stehen Ja du denkst das sind deine Freunde Willi ich kann Willi ich kann nicht darüber reden Weil sonst sterben wir auch Aber wir sind die Einzigen Die dir helfen können Ich sag's dir nur Du kannst das Angebot annehmen oder nicht Wir hatten schon mal kurz darüber geredet Da hab ich dir gesagt Du hast keine Ahnung mit wem was du tun hast Was denkst du denn Warum wir leben Und warum wir das machen können Was wir machen können Und keiner uns auf dem Sack geht Nee Nicht weil wir die Finger von Leuten gelassen haben Du weißt genau was mit Wegen passiert ist Du weißt wer Wegen ist Ich hab hier gerade sechs Leute vor mir stehen Die bereit sind jetzt mit mir zum Los zu fahren Dann tu das Vielleicht hast du Glück Und du hast ein paar Männer dabei Und dann wird nichts passieren Aber vielleicht doch Musst du entscheiden Ist dein Leben Wenn du leben willst Dann Feind ich an unseren Sachen Wenn ich sterbe Dann mit dem Sack in der Hand Curtis Ja das oder so Ich melde mich bei dir Okay Lebensmüde Absolut lebensmüde Der hat sechs Leute bei sich Sagen wir Und der wird zum Los Oh Willi was geht Ich weiß man Ich weiß Das weiß ich auch Willi Mann Ich geh weg von der Wand Willst du sterben Ich Ich war Ich war vielleicht nicht immer ehrlich Für den Willi Mann Ich weiß mehr als ich zugegeben hab Mann Boi Schick mal anrufen Ja oder nein Ja Okay Pencil Ich weiß das gerade denkst Aber hier geht mächtige Scheiße ab Soll ich dich aufklären Ähm Die wollen Die wollen Die wollen den Bion Ja die wollen Da sollen Leute getötet sein Und wir Spielen das gerade Das spielt gerade in unsere Karten Okay Aber was ist jetzt der Plan Dass wir Leute ausliefern Und umbringen Beide Klappe Aber ich hab Ich hab dem Ski versprochen Du machst das doch nicht Okay Der hat eine neue Nummer Anscheinend Das ist jetzt Unworterhaft Weiß ich was ich gerade mache Was dann Mein Telefon aufräumen Jo Berater Soll er jetzt mit denen reden Oder nicht Soll er die jetzt alle wegschicken Und mit uns rumhängen Lass den da hängen Im Scheißdorf Obwohl Warte Nee Warte Ja fuck Ich hab das mit dem Klo nicht gesagt Willi Mann Was ist Was ist Was ist Wenn die Nummer schief geht Wenn du jetzt mit denen redest Willi Mann Alter Wenn du wirklich mit mir Geschäfte machen wolltest Und du jetzt bei der Nummer drauf gehst Dann hinterlass mir was Wie ist der scheiß Code Von der Lagerhalle Mann Da hast du bestimmt Super Super Sachen drin Wie wenn du tot bist Kannst du mir nichts Dazukommen lassen Mann Wenn du jetzt gleich hingehst Alles klar Er will mir was zukommen lassen Hat er gesagt Ja aber dann wird er das wahrscheinlich schon machen Ja aber wenn er tot ist Kann er das nicht mehr Und er will jetzt mit denen sprechen Dann bist du wahrscheinlich irgendwo versteckt Wo ist denn Crispy Jetzt sag nicht Der ist mit dem Sollen wir da in die Nähe fahren Und beobachten Einfach nur chillen Ja voll Mann Ja let's go Scheiße Wir müssen mit einer Kaffee Crispy und der andere Die sind ein bisschen ins Spiel Okay Irgendwas ununfälliges Was denn Pinsel Die sind alle schon los Ja ja aber die machen irgendwas anderes Oh Gott Aber der kann immer besser schießen oder Wir schießen nicht Bist du irre Wir sind nur Beobachter Ich hab die Karre heute vom Auto Repair geholt Weil nach der Fluss Sache Mann Das hat mich 3000 Dollar gekostet Ja warte 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 Ich hab's zu stehen Ich mach die Scherm weg Ich schneide die Sitz rein Hinten sie mach die Scherm weg Äh wo ist denn hier die nächste Tanke Mann Sonst kommen wir da nicht Reicht's um geradeaus Ja ich weiß Was will der beim Lost MC Mann Ist nicht der Dings gestorben von denen Ja Oh Gott Ist der bescheuert Was will denn der da Nee es reicht's Und dann links Mann Nee hier rechts Gott ist der dumm Da kannst du mal sehen Wie schlau du eigentlich bist Weil oder wie schlau wir sind Alter ich analysiere meine Gegner Und wenn ich jemanden habe Der riesengroße Pistolen hat Billionen auf dem Konto Eine Armee Mann mit Ich hab versucht den schicken Mann anzurufen Aber die Nummer ist nicht vergeben mehr Das muss was ganz ernstes sein Das muss Das Was er vorhin sagte Als er gesagt hatte Ja Curtis ruft dich an Hat er gesagt Ja das wird schwer Der hat ja eine neue Nummer oder so Mhm Aber wenn er untertauchen will Das ist ja für den dann Kleinigkeit eine neue Nummer Oh wenn jetzt der Anruf kommen will Das wäre so perfekt ne Wir hätten Wir bist eine Position von allen Weißt du was ich geplant hab Warte vielleicht hören die das Handy ab Hallo Mann Hallo ruft uns an Schnell Weißt du was ich geplant hab Woll dass ich zu denen hingehe Und sagt pass auf Ich verpasse euch ein neues Fils Dann fahr mir dieses Krankenhaus Und dann lasst du mir die auflaufen Ja das machen wir schon Ja und wenn sie sind bei dir so Mann Pinsel du warst kurz ne Hast du jemals gedacht Dass hier so ne scheiß abgeht Also ich war karbon Was war der Speed Unit Warst du überhaupt irgendwie ermittelt man Was hast du eigentlich gemacht Den ganzen Tag Nix Gefarmt Gefarmt Ja und wie bist du dann irgendwie Wurde es doch die Dauer oft befördert Was hast du denn dafür getan Da war ich der einzige bin Der Autofahren konnte dort Und dann war ich der einzige bin Der Leute festsetzen kann Durch gutes Fahren Wurde die mich befördern Okay cool Mann Das war's Also bist du der beste Fahrer Ja ich war der beste Fahrer Und Akten Schreibverbot habe ich Also ich habe eigentlich nie was gemacht Akten Schreibverbot Ja ich habe gesagt Ich brauche ein Rechtschreibsystem auf den Computern Meine Rechtschreibung ist kacke Sag ich ja Pech Dann geht nicht Na gut dann kann ich nicht schreiben Grüße Grüße Hey Jungs und Mädels Wir wollen nur ein bisschen beobachten Das dürfen wir doch bestimmt nach dem letzten Mal oder Wir wollen uns nur da vorne hinstellen Ja wir wollen doch aufs Dach gehen Ja machen wir gleich Mann wir wollen einfach eine Kippel da draußen rufen Ja wenn ihr da rumsteht Also gleich ist es Ja Dieser Kumpel ist gleich in der Nähe Wir wollen ein bisschen auf den Aufpassen Vielleicht parkt ihr nicht direkt hier auf dem Parkplatz Ja Doch Mann das Auto Das muss man ja jetzt nicht sehen Dass er steht Ist alles cool Mann Wir gehen Nicht dass es euch wundert Dass wir hier rumschleichen Okay wie lange wollt ihr hierbleiben so grob Ach jetzt keine Ahnung Zehn bis Hundert Stunden Ne ich weiß es nicht Mann Entspannter Ja okay alles klar Ne alles gut Das muss ich doch noch an die Presse gehen Dass hier Diebe arbeiten Das wollen wir doch nicht Lampendiebe Wo gehst du hin Ja aufs Dach oder nicht Ich dachte vor der Tür ein rauchen einfach Ja aufs Dach wäre Fände ich jetzt gar nicht so cool glaube ich Warum Ja das sieht man Ja dann mach dir darüber mal keine Sorgen Ne ne Lass uns da einfach vor der Tür ein rauchen Das sieht blöd aus Wir rauchen da hinten Man sieht aus wie einer aus der Grove Ich kann in einem fünf Stellen schön rauchen Außerdem rauche ich nicht Ja weil die sich einpissen Alter oh Gott Es war genau richtig Mann Dass wir hier letztens nichts gemacht haben Jetzt haben wir unseren Gefallen und eingelöst Wie gut das alles Warte lass uns da funken Ja okay ist auch gut Ganz heimlich Ja gut Ich hab nur Ich hab nur Richtig krasses Zeug Kann ich schon Oh mein Gott was hier Können die zu euch Alle Ja Ich hab auch Fred gesehen ganz kurz Ist die wöreste Gang Die ich je gesehen hab Da ist ja alles bei Ist das der Paletti? Ne das ist Billy Ne der alte Mann da vorne Ne das ist der Türsteher von Unicorn Okay Roy Was passiert wenn jetzt die Ballers So hier auftauchen Und Billy mitnehmen wollen Dann helfen wir dem ne Hast du eine Knarre bei? Ja Was? Hast du eine Knarre bei Pinsel? Okay gut Tu die weg Mann Die Taxi Leute scheißen die rein Nur falls die jetzt hier auftauchen Dann Aber guck mal Die hat jetzt schon Die Telefon nach Dann schlechen wir den Rücken rein Jo Elena Mann Ich hab dem Typ nur gesagt Du musst zu arbeiten Der hat das mal falsch verstanden Oh Gott Schicken Mann Ruf an schnell Aber nur Ganz kurz Nein Ich hab dem halt gesagt Komm zu Playboy Villa Weil er nicht wusste Was das Cracky Nantle ist Und vielleicht hat er da Ein bisschen was falsch Wenn wir schießen müssten Um ihn zu retten Ja du musst nicht Dann bin ich damit fein Ja tut mir leid Mann Nur ich wollte es noch aufklären Ich weiß ja gar nicht auf wen Na wenn dann Emblaider kommen Weiß nicht Irgende Gang mit ankommen Wahrscheinlich Und die Gang darf nicht kommen Es kann auch sein Dass der Lost bestimmt Den was macht Keine Ahnung Wenn da Schüsse fallen Räumen wir von hinten auf Ganz einfach Ja Alle mit kurzen Tagen Weg mit denen Oh mein Gott Scheiß dich mal nicht ein Nein Das nö Oh der Mr. Rangers Wird der wird der Sau auf mich sein Oh der ist ja Ist das hier ein neue Kollege Na Nö Nö Wir rauchen hier nur man Achso Achso Ja ja Okay Braucht ihr irgendwie Braucht ihr Taxi oder so Ich kann was klar machen Machst du guter Preis Warst letzter Preis Ja ja ich mach guter Preis Okay Mann Okay okay Dann kommen wir Dann sagen wir Bescheid Wir quatschen nur noch kurz Dann kommen wir gleich Alles klar Geiler Arsch Pinsel Wir waschen nicht da rein Taktisch Die stehen sogar draußen Ja Wenn da Schüsse fallen Waschen nicht da rein Scheiße ich hab kein Dings mehr bei Was denn Ich hab nur ein Magazin Ich auch Ich hab noch ein Magazin Ach ich muss ja noch meine Medikamente nehmen Also ich kann eins Hier Also Hast du den Medizinkoffer bei Pinsel Nein Scheiße Auto Woher Da bestimmt nein Das ist doch Pflicht Ja Das ist ein Mach mal den Kipp aus Eine Munitionsbox Kühlpecker auf Schusswunde Ich weiß nicht Mila Ich weiß es nicht Ich bin damit nicht zufrieden Die haben gerade zwei Knachen gezogen Die da gerade laufen Die Frauen der Typ Aber ich glaube die sind von Willi Die haben keine Quoten Ja Nimm das Ja warum nimmst du das nicht Du bist ausgewähltes der Prinzess Du kannst doch wohl schießen Ich hab noch eins Okay Du kannst fahren Mann Du kannst keine Akten schreiben Schießen geht Gut Ja Ich kann schießen und ich kann fahren Aber Oh Gott Ja was denn Ich pushe mit der Knarre den Berg hoch Boah Links pushen Oh Gott Boah Pensel du bist ein Ex Komm Mann Was scheißt du dir so in die Hose Ich scheiß mir nicht ein Aber ich hab dem Schiff damals geschworen Du hast doch bestimmt im Dienst 100 Mal geschossen Ja Aber nicht auf Menschen Das ist das gleiche wie Autoreifen Ja Bist du nie bei den Ballers eingeritten oder was Ja Aber ich hab nie geschossen Einmal Und dann lag ich Ja Die eine rennen weg Ist dann telefonieren Der andere Uh schwarzes Böses Auto Alter Guck mal Aber die ist ja voll Die ist ja im Vollsprint-Modus Guck dir dann Wie ne Wilde Die hat sich irgendwann gespritzt Zeig dir Müssten wir eigentlich direkt Mal besuchen Pass auf Puscht einfach mir nach Okay Wir geben dir Backup Backup, Bro Ich weiß genau Wie man draufkommt Ich hab der Schlag schon Ausgekundschaftet Ja Ob ich doch schnell Schaff hier in die Ecke Ich muss dir in die Ecke Bissen Wir holen uns direkt Heiko Die ist ja immer noch Am Felschen Das ist hundertprozentig Eine Falle Kannst du mir sagen Was du willst Das ist eine Falle Das ist hundertprozentig Eine Falle Scheiße Was machen wir Aber auf Wien Entweder auf Rocker Und auf die Gang Hundertprozent Aber wieso rennt die Da mit der Knarre Da vorne rum Ich verstehe es nicht Na zum Schutz Guck mal Die ist ja völlig Guck mal Die ist komplett Guck mal Die kann ganz still stehen Ist nur am Puschen Ja durchgehend am Sprinten Das ist der nächste Runner Der zielt Nein der schießt nicht Die zielen mit Knarren Die zielen schon mit Knarren Oh mein Gott Aber ich weiß nicht Ob das los ist Oder vom Billy Sollen wir Lügern rufen Schnell Und das sprengen Ach Mach 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 Schnell 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 6042 6042 Schnell Erreichbar Dann ruf ihn Nangnannan Wolkopf Und wie die alle heißen Ich weiß gerade nicht Auf wen wir schießen müssen Wenn da jetzt die Party los geht Auch nicht erreichbar Oh Gott Mann dann ruf die Leitsteller an Sag hier ist Pinsel Schnell Schießerei beim Lost Oh Mann die sind da überall Ja Schnell Er pusht auch ein Napf im Lost Ja ja Ich ruf an So Schießerei beim Lost Am besten fahrt die direkt Oh Guck mal der hat ihn überwältigt Von hinten oder aus Um das zu entschärfen Ich glaube das sind Billys Jungs Soll ich den Typen vom Lost dieselben Ah die Kopf sind schon da Kopf Das ist schon Polizei Und Schießerei jetzt Schnell Schnell Jungs In wen Is down Komm Komm Der von uns Null Lost Null Lost Null Lost Leute Komm Das war kein Lost Da Das war einer von Billys Leuten Sehr dumm Ach scheiße Ich sehe was Das hätte ich eine Kutte Wo ist Roy gewesen Alter Ja ich habe jetzt gepokert Ich habe jetzt Ich wusste jetzt genau Wir wussten ja nicht Was abgeht Aber ich hätte jetzt Nur auf Lost geschossen Und nicht auf die anderen Aber der oben war nicht Von Lost Der war von Billys Jungs Wo ist der Pinsel Alter Ich hoffe der Pinsel noch lebt Wenigstens kommen die Cops jetzt Wie cool ist das bitte Jetzt zock ich Fortnite Und trinke Cola Das Pinsel Gut Gut Pinsel Gut 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 Ja in die Weste habe ich jetzt Gar nicht gedacht Ich dachte auch der Draw eigentlich Mit pusht Egal den einen habe ich gefickt Hey Trashdog hier Wir wollen ja Billy beschützen Aber auch nur aus dem Grund Weil wir den selber ausliefern wollen Wenn er gesucht wird Ach ne gar nicht Roy hat ja gesagt Der Wille hat ja überlebt Also müssten wir den eigentlich beschützen Das Gute ist Ich hab ne Schutzweste an Alter Das heißt ich bin nicht am bluten gleich Weil er hat mich in ne Brust getroffen Mit zwei Schuss Ich bin nur die säbelt gerade Bewusstlos Hab mir den Atem weg Und aus dem Grund Soll die Schutzweste auch nicht verteilt werden Auf dem Server Und nur C&T soll die haben Weil sonst jede Gang Das so machen würde Das tut bisschen nur weh Ja Rippe angebrochen oder so Ja das war unglücklich Mann Aber woher soll er da doch wissen Der Typ Natürlich kannst du das Bruder Das ist ne richtige Schutzweste Klar Warum sollst du das nicht ausspielen dürfen Das bedeutet aber auch wiederum Dass die Schutzweste so am Arsch ist Und dass ich die jetzt nicht mehr anziehe Danach Für ne gewisse Zeit Aber wo ist Pinsel Warum lässt der mich da liegen Ja klar ist der ein Accessoire Aber trotzdem kannst du da das richtige Schutzweste ausspielen Deshalb hat der Tacker doch vorhin gesagt Wenn das der KGB hört Warum soll der KGB was sagen Wieso war jetzt Knotterei Ich glaub Ich weiß es nicht Aber das waren auf jeden Fall Billys Jungs Die angefangen Also die die Knarren zuerst gezogen haben Das waren keine Rocker Er macht leistet mal erste Hilfe Gott Presse am Boden Hallöchen Sind sie ansprechbar Herr Goethe können sie uns hören hallo herr führt ist oder ich klatsche mal links und rechts ein bisschen trauer verkürt es hören sie mich gehört es ach da sind sie ja wieder wo wurden sind getroffen in die brust aber ich habe einen schutz das anders gut ja trotzdem gibt dicke blaue flecken ja ja das haben wir mitgekriegt das haben wir mitgekriegt aber sind sie soweit stabil dass sie wenigstens erst mal zu den autos bringen können ja okay alles klar dann auf 3 1 ja wir konnten da nie eingreifen der pinsel wurde verletzt aber bei mir rechts rechts an dem psj-auto ja dann kam über schlösser wenn soll da was passiert wir haben da waren zwei auf dem dach warum haben die auf uns geschossen wir sind doch kein rucker ja ich habe hier meine decke mit hingelegt waren zwei auf dem dach die haben einfach auf uns geschossen bist du verletzt wir haben mich einmal getroffen ja ich habe schutzwestern zum glück sie und die vorher war wie geht es den taxileuten sind in ordnung wir müssen gucken ob bei den taxileuten alles in ordnung ist wir sind hunderte kugeln geflogen wenn sie gucken an meine schutzwässer ob der schuss durchgegangen ist ich habe brustschmerzen das herz schmerz weil du lachst da wie nasser sack warum hast du mich nicht weggezogen ich habe gesagt du musst meinen freund wegziehen haben die polizei gesagt bleib hier okay das kannst du dich mal mit dem rücken ans auto setzen dass ich mir kurz mal deine polizei ich drück mal jetzt hier kurz auf deine brust ach ja das tut nun weh ich blute ja nicht ja du hast du hast die brennung also da hast du ordentlich die kugel dagegen gekriegt vielleicht sogar zwei ich hab ihn so beschützt ja das ist schon mal was gut ist ich guck mal hinten wir haben es jetzt ein absoluter halten wir wussten dass das passiert das haben wir die leitste schon anrufen aber bis jetzt lieber wenn du mit mir hier wärst in uniform nein ich habe gekündigt wir haben das gespürt da zieht gleich was passiert dann haben wir die polizei gerufen dann ging es schon los deswegen hat er direkt ich habe sogar 1099 gefunden obwohl wir gar keine officer waren aber ich war voll und wilde also mitgefunden ich meinte ich habe 1090 am telefon gesagt wie stabile seiten hier können können wir uns wenigstens bis da vorne bewegen ja wir unterstützen euch also ich habe nur brustschmerzen wenn sie euch dich untersuchen ich kann aber nur gucken was du hast warum wurdest du getroffen wo sift denn wurde im verband gemacht der eudemann ja ja hier die kannst du komplett wegkauern da kannst du noch mal was neues drum binden das ist schon komplett durch geil aber zeit dass du hinterkommst aber warte mal ich habe einen arzt oh gott oh gott oh gott oh gott da wurde irgendeine abgeknallt das hat man gehört dr chuck gehen sie in sicherheit kommen sie in deckung na hier läppchen also pinsel hat einen streifschuss am arm und ich wurde in die schutzweite getroffen ok gut dass du eine hattest ja zum glück aber die ist jetzt kaputt da haben sie hilft kurze schulausflug gut lass dir helfen oh da wird immer noch geschossen passen sie auf dr chuck oh gott komm runter komm runter zum warzen pinsel das wird sehr schmerzhaft okay aber das ist neue medizin ok oh gott das ist ja gnadenlos die schmerzen ok oh boy der hat mich angerufen und der stand beim taxi sehr gut klappt den pullover warte den schneiden wir gleich mal auf oh gott doch der ist jetzt hinüber muss ich mir einen neuen kaufen wir können versuchen ihn nachher zu nähen ich rufe vorher an dr chuck ist da da ich brauche ich hab nix runter dr chuck jo alles gut bei dir und bei den taxi leuten ich hab nix ich hab nix geholt ich hab nix geholt und ich lieb mir das hier voll rein voll rein danke oh gott oh scheiße warte ich muss gucken wenn sie da abtransportieren moment 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 bleib dran man ich bin voll investigativ gerade jo mach fotos bis cnt oh gott nein das ist billy aber lebt billy noch oh gott lebt billy noch man lebt billy noch das ist wichtig ja auch lebt billy noch sinkelberg ich krieg zahl jetzt ich zahl jetzt ich zahl euch 20.000 dollar wenn ihr dem am leben haltet man und das ist kein scherz doch man das ist jetzt wichtig warte ich klär das wohl ok ey warte warte weißt du was das war man was das ist voll eskadiert ok das hast du noch gesehen ja ja auf einmal waren der ärzte mann kommt wieder anschein zu sich auf einmal schießen sie nochmal hin nochmal nochmal das war ne miese hinrichtung ich hoffe dass billy nicht tot ist jo ich hoffe dass wir ihn behalten ja wer hat auf ärzte geschossen nein niemand hat auf ärzte geschossen ach so auch billy nochmal die ärzte haben ihn wieder zum leben also also wieder zu bewusstsein geholt jo es sah so aus man als ob er wieder atmet so daumen nach oben wie beim fußball jo siehst du hatten wir den richtigen richter haben wir voll schön die kopf angerufen ach bevor es los ging und auf einmal was liegt er wieder jo und dann laufen welche weg das war so krass ach danke dr schack zum glück hatte ich den schutzwassern die ist kaputt ok man naja ich bin immer noch hier ich habe es übrigens nicht gerafft mit dem schießen ich bin rein in den abwagens hauptsache euch geht es gut und den taxiläuten geht es auch gut ich habe den frühen das dollar gegeben für erste reihe ok wir sind hier drüben bei dem dr schack pinsel wurde gerade verarzt ja ich bin hier man holt mich ab ja guten hunger ok bei den taxiläuten geht es gut drüben den ganzen überlösten oh ich wusste nicht wohin ich rennen soll ich wusste auch nicht ich wollte dich da wegziehen aber aus allen richtungen kamen kugeln ich wusste nicht dann bin ich so auf das heil gerannt gott und haben zu einem mann gesagt der soll dich holen warte ich muss mir das ding nochmal in die brust halten jetzt ist mir besser was kann das ja naja das das macht prellungen weg fördert durch durchblutungen das habe ich erfunden in meinem hobby color und das ist ja was schönes ach so ja gut ach du scheiße was geht denn da hinten ab ich soll da autos quaschen äh so kürtis hast du deinen ausweis gerade parat ich kann ein bildchen ich hab mehrere ja nicht den gefälschten den richtigen dienstausweis normalen ausweis ok dienstausweis einen stinknormalen ja da wo dein bildchen drauf ist ach ne das war dein dienstausweis den wollte ich nie echt ja ja und da hier mhm das sieht doch schon besser aus ok lass mich mal dann lass mich da dein bild überprüfen ach das hast du ja aber noch vielen jungen haus au da hatte ich noch kein bad das ist schon zehn jahre her naja aber so paar herrschen sprießen da schon ne so bei alpino schlaf gut ist jetzt nicht viel aber ein bisschen was ist gespriesst möchtest du noch was denn ich hab alles dabei äh dienstausweis waffenschein ich hab alles dabei so ne waffe dabei ne schusswaffe so ne waffenschein dann zeig mir den waffenschein ja bitte schön alles klar alles ist von mir akkorn warte mal dann schreibe ich mir jetzt einmal auf den zettel alles merken ist immer schwierig aber meine pensel knarren und du bedroht den pensel oder hast du nur gezeigt hat nur gezeigt glaube ich oder willst du meine aussehen äh ja zeig mal ah guck mal ist die 9-11 ist die 9-11 abgefeiert ne ja ich hab eine ne ne sieht gut aus ne dann passt das ja wir müssen mal drüber nachgucken ja 1-10-53-53-6-90 ja ist richtig ist richtig ne das für die abfall ist ne das kann ja nie sein ne das ist ja egal ne ist richtig ne ist richtig äh hast du sonst noch was dabei nö dienstausweis waffenschein ich meine ja gegenständen etc ähm beisbruchschläger ok äh darf ich mal ganz kurz deine taschen kontrollieren ja klar ja klar ok sicher geht relativ schnell ich hoffe ich hab keinen hund dabei da will du mal was sagen hast keinen hund? kein joint oder so mir werden immer sachen zugesteckt aber egal ist mir doch scheißegal ob du einen joint hast ich stehe jetzt nochmal kurz am gürtel lang was meinst du warum meine hosen so hängen? ich hab keinen gürtel ja 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 ne kannst du wieder runter nehmen das passt ich bin kein krimineller ne alles gut darum geht's doch nie wir müssen ja trotzdem mal die aussage von euch aufnehmen weil ihr ja so mit augenzeugen wart Dann beschreibt mal ganz kurz, was passiert war Also Penso und die Stange vorne Also wir waren vorher bei den Taxileuten Und dann hat schon die erste so eine Frau oder so Keine Ahnung, die hat einen Masken auf Kann sein, dass es eine Frau war Haben dann Knall angezogen Dann bin ich mit Penso rüber hier gelaufen Dann haben wir da über die Mauer geluschert Und dann fing es an Dann haben die rumgeknallt Aber wir haben vorher die Leitstelle angerufen, die Polizei Und weiß nicht Irgendjemand vom Dach oder so hat auf mich geschossen Wir wollten gerade wegrennen da Wir waren da oben im Berg Wollten gerade hier so langrennen und in Deckung gehen Und dann bin ich bewusst das geworden Stand ja Menschen mit Masken irgendwie zuzuordnen Hatten die irgendwie eine besondere Maske auf Es gab Menschen mit Masken, die eine Kutte an hatten Und welche ohne Kutte Aber die hatten alles mögliche an Ja, alles klar Und dann wurde sofort geschossen Also nach 5 Minuten Wir hatten vorher angerufen Wir haben vorher angerufen, Pinsel Also bevor die Schüsse kamen, habt ihr angerufen, ja? Pinsel, guck doch, wann du versucht hast, den Lück zu erreichen Dann hast du eine genaue Uhrzeit Ja, stimmt Aber das war nicht drangegangen Um 22 Uhr 51 und 34 Sekunden Da hat Curtis gesagt Scheiße, da geht es bestimmt gleich los Schirurfe, Polizeien Da habe ich dann versucht anzurufen Nicht erreichbar Dann noch ein paar andere Und dann habe ich die ersten Leitstelle angerufen Boah, das wird verholen Ja Also nochmal ganz kurz Hier startet ein Taxi Es sei doch zum Los drüber Weil dort irgendwie so ein paar komische Menschen standen Sie haben mit Masken Manche mit und manche ohne Kutter Und dann habe ich schon Ja, genau Ja, und dann hat man Das hat man schon gemerkt Dass da gleich abgeht Naja, und dann habt ihr einfach angerufen Gegen 22, 51 Bei uns an der Leitstelle Und dann kann es eigentlich schon Und 34 Sekunden Ja, nur meine Brust wird ein bisschen weh Ja, ich glaube, wir brauchen ein Krankenhaus Zum Operieren Wir brauchen ein Krankenhaus? Nein, wir brauchen euch Ein Krankenhaus Achso, welches, Philbox, oben, unten? Unten Ja, dann Wir kommen da sofort in den Dogtruck Okay Wir sind aber gerade nicht im Dienst Ähm, doch Fäck dich, Pencil Ja, ja, irgendwie habe ich da Wir müssen dem Baker helfen, dem Pencil Was macht denn? Ihr arbeitet jetzt im Baker? Ja, oder was? Ja Da komme ich doch her Und er hat mich für das TNT Oh, na dann Sehr schön Ich habe vergessen, dass ich im Dienst bin, Kai Das ist wirklich Ja, das gibt Ärger Wirklich? Nein Du musst nur darauf achten Ja, ich habe Weißt du, ich habe mich gestern Nachdem ich die Autos hochgebracht habe Dort oben in Hotelzimmer gelegt In Harmonie Und dadurch, dass ich keine Kamotten herbeihabe Habe ich das vergessen Was war das? Das war mein Handywecker, du Arsch Das ist ganz komisch Das ist ganz komisch Es ist gut, Kördus. Und Mariah Bobo. Fäng dich, Penzel! Kennst du das noch? Na klar. Wir wollen doch mal ganz schwindelig. Alles gut, ey, ich hab keinen Waffenschein. Wie, du bist Kopf, natürlich hast du einen. Dann hast du einen spinnenden PD, Idiot. Ah ja. Wir müssen dem Dings gehen, wir müssen dem Baker helfen. Okay. Danke. Jawohl, kannst du uns zum Baker fahren? Wir müssen beim Operieren helfen. Ja, mach ich sofort zwei Sätze. Hopps, Hopps und Kürtis. Also, ich hab das gesehen. Wir müssten mit uns nochmal mit in die Zellen kommen, laut Einsatzleiter. Und nach außen hat Eid überwältigt. Und dann hat der Lost angefangen zu schießen, Jock. Wir müssen Leute verhatschen. Aber Dr. Chuck hat gesagt, wir müssen mal referieren, halt immer. Ja, ja, gib mir mal ganz kurz eine Sekunde. Ich hol das Auto. Warte, ich glaube, wir müssen mit ins PD. Warum auch immer. Äh, Maya, weißt du, wer die Einsatzleitung ist? Hast doch nur den Leuten geholfen, Jock. Ja, aber die Einsatzleitung sagt, wir sollen die nicht zahlen. Ja, okay, Moment, wir klären das nochmal ab. Wer ist denn die Einsatzleitung? Das weiß ich nicht. Alter, es fallen Schüsse. Doc Kurschmann will nur Leben retten und wird selbst erwischt. Eigentlich haben wir gespannert. Wir wollten Fotos machen. Wer ist denn hier in der Seite? Ja, ich hol schon mal das Auto und fahrs hier vorne hin im Notfall. Oh Gott. Du weißt doch selber, wie der Funk ist, das weiß ich nicht. Na, wie du? Warum fragst du noch nach? Ich funke doch gerade mit denen. Okay. Sorry, Reutemann. Mein Gott, da trifft man einmal zwei fähige Polizisten, dann kriegst du wieder in irgendeinen Idiot rein. Ja, es ist immer so, Gerdes. Warte, ich sag doch doch, du hast Bescheid, dass sie vielleicht nicht zahlen müssen. Merkst du? Deswegen habe ich dann BD verlassen. Wir müssen die Leute hier verarzten im Baycare. Wie heißt denn den? Ich weiß nicht. Baycare Süd. Ja, Doktor, kann sein, dass wir nicht operieren können, wenn wir kommen. Weil die Einsatzleitung sagt, wir müssen in die Zellen oder so. Keine Ahnung. Oh, 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 ja gut. Dann fehlt einfach. Ja, okay. Hops, du könntest, ihr könnt, wenn ihr wollt. Keine Ahnung. So ein Speck her. Kann ich meinen Zweik noch schämen? Ja, Stadt oder Nord? Was ist das? Wir müssen eine Bellbox. Hmm, Bellbox. Spiel klar. Alles klar. Weitere, weitere. Taschen am Boden, links. War krass, Alter. Ja, wir müssen schnell im P-Box die ganzen verletzten. Wie heißt denn? Verarzen. Ja, dann kommen wir in den Sinn. Ich zieh das an. Dann kannst du noch so bilden. Da gib mal mein... Dankeschön, das war's, oder? Okay, Dankeschön. Gute Fahrt, das hast du für euch eröffnet. Na klar, danke. Tschüss. Tschüss. Oh, scheiß, ich rufe irgendjemand an. Alter, der hat... hat mir meine Taschenlampe abgenommen. Bro, ich hab einen abgeknallt. Ich hab's gesehen. Alter, es ging los, Mann. Ich dachte mir, boah, geil. Ihr rennt... Ihr wart weg. Und ich bin halt reingerannt. Warte, ich muss so kurz den Kittel anziehen, ja. Oh Gott. Das war krass, Mann. Darf ich dir mal sagen, was passiert ist, Katz? Ja, aber du hast mich im Stich gelassen, du Wichser. Nee, pass auf. Da war ein auf dem Dach, der hat auf dich geschossen. Dann bin ich gerade die Mauer runtergesprungen und hab gewartet, bis du zu mir kommst. Und dann hab ich gesehen, dass du da oben schon genießt. Ach. Und dann hab ich gedacht, okay... Ich hab den Zoo geschossen, aber der hat sich halt hinter so einem Ding, glaub ich, versteckt. Keine Ahnung, wir müssen Bilder halten. Ja, Mann. Pass auf. Dann steh ich unten. Dann haben wir ihn so am Sack, Alter. Ja, Mann. Ja, wo bin ich denn jetzt? Dann steh ich unten und da laufen so zwei, vier Leute an mir vorbei. Können die das zu oder nicht? Da hab ich auf... Ja, das war dumm von mir, egal. Woher hat schon recht gemacht. Ich hab mich einfach auf einen geschossen, der mich gar nicht beachtet hat oder so. Und damit war ich weggerannt. Da bin ich zu dir gerannt, wollte ich holen. Da haben sie wieder vom Dach auf mich geschossen. Oder? Die Dogs sind da, Mann. Das sind welche unten im OP. Haben wir viele Schusswunden? Umziehen, Pinsel. Ja. Ach, das heißt, ja, dann machst du nicht gleich mit der Arbeit. Ich muss mich anziehen. Ja, Klang aus Personal. OP-Kleidung. Oh Gott, will ich jetzt der Doktor? Doktor! Wer liegt hier? David, kannst du alles im Griff? Okay, hier ist alles in Ordnung, Mann. Nichts nach rauf. Gott, Schwester. Wer liegt hier? Hallo? Guten Tag, Dr. Stanlowski. Hallo? Kusch. Sollen sie sich schon mal handeln? Ja, guten Morgen. Sie ist bei Bewusstsein, dass wir nächstes Zimmer schicken. Gleich sofort jemanden. Wer ist hier? Alles in Ordnung? Hier ist alles in Ordnung, ja. Das riecht sich. Wir müssen in den OP, glaube ich. Das ist der Richtige. Das ist der Richtige. Hier ist alles in Ordnung. Ja, brauchst du was? Nö. Wir sollen... Dr. Chak hat gesagt, wir sollen operieren. Hier ist keiner. Hallo. Guten Tag, Dr. Stanlowski. Moment, ich muss den Chirurg anrufen. Ich bin gebrochen. Hallo, Hobbs. Hallo, Hobbs. Mann, ich kann nicht in meine Ente. Sie hat mich angerufen. Ja, ich wollte dich melden. Guck auf Tacho. Ich habe dich angerufen. Ich wollte die Schießerei melden. Wir standen bei dem Taxi vor Ort. Geh ran. Tink-Wing. 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 Er ist jetzt auf einer sicheren Station erstmal. Auf einer sicheren Station? Der darf nicht sterben. Nein, nein, den haben wir auf einer sicheren Station. Ich habe mich leider vergeben. Okay, okay. Ist der sediert irgendwie oder so? Bitte? Ist der sediert? Oder rennt der rum? Er ist sediert, glaube ich. Aber ich weiß es nicht. Ich muss mit Sally mal reden. Ich bin jetzt gerade selber nochmal in der OP. Keine Angst, Schellen. Jo. Was sagt unser Patient, doch Schwester Chris? Billy lebt, Billy lebt. Alles gut. Er ist auf einer sicheren Station, wo den keiner erreichen kann. Ja, dann bin ich der Superspezial-Doc und wir müssen mit ihm sprechen. Der ist, glaube ich, sediert. Der schreit was? Ich bin doch kein Doper-Ber. Ich kann gar nicht so schreit. Achso, aber er lebt. Sehr gut, super. Ach, Kollege Chuck. Der hat mich gebrochen, Gerdes. Wer? Als zwei Eltern rausrennen mit dem Kittel, mit dem Wunsch. Habt ihr gerade nichts zu tun, ihr beiden? Nein. Ja. Also machen. Ja, Moment, ich schicke es sofort. Ich gebe euch sofort eine Aufgabe. Okay. Ich gebe euch die Aufgaben. Ich nehme noch ein paar Antworten. Da sagt der... Ich habe keinen Bock auf Arbeit. Hand auf den Trunk. Ja, wir haben ein paar Patienten. Ich kann nicht mehr. Ich bin verliebt. Jetzt lass den Dr. Chuck ausreden, du Wichser. Warte, ich habe dich gebrochen. Ich. Das geht in die Hall of Fame. Ja, Dr. Chuck. Wir haben ein paar Patienten im Palito. Kommt ihr mit. Also, vorerst ein Folgendes. Ja, Herr Kollege. Einer muss zum Lost anfahren. Da gab es nochmal eine Schussverletzung im Fuß. Und einmal muss den Baker Nord anfahren. Da gab es nochmal eine Schussverletzung. Ja, da fahre ich. Ich fahre in den Baker Nord. Okay, dann... Ja, mir egal. Einer kommt mit mir mit. Hauptsache, dem Bobby geht es gut. Der ist auf einer Sicherungsstation, sagt den Gebärg. Wo ist die? Ja, Pinsel, du bist ein guter Fahrer. Komm mit, fahre ich in den Baker. Okay. Dann gehe ich mit Wohin zum Lost. Ich bin Dr. Jochen Stolowski. Jochen Stolowski. Ach ja, Stolowski, sehr gut. Er hat aber noch keinen Ausweis, aber ist nicht schlimm. Ist nicht schlimm, alles gut. Keine Wege, wir fahren zum Lost. Super, wir fahren zum Lost. Ich liebe das, Baker. Ach, der Pillbox wäre schon wahrscheinlich dreimal zusammengeschlagen worden. Bobby's Handy-Shelter, aber rufen wir an. Komm, wir haben ihn noch... Was denn? Bobby's Handy-Shelter, aber kannst du anrufen. Ja, wo ist der? Dann lass uns doch den auffinden. Ich weiß nicht, wo genau der ist. Scheiß auf Lost, der soll nicht. Leute, sterben mal. Nein, wir müssen... Dann versuch du mit Bobby, ich fahre da hin. Alter, ich habe doch keine Ahnung von dem Krankenhaus. Okay, warte, wir fahren erst zum Lost, der wird ja wahrscheinlich länger liegen. Ja, ja. Da hast du dir. Einsatz! Einsatz aus dem Weg, bitte! Schnapp uns ein Freierd-Nightway. Den vorne. Kannst du ein bisschen Klebepistole enttacken? Das reicht mir. Ja, ja. Kannst du auf die Geschossen jetzt die Verartsen gehen? Ja, okay. Okay, wir haben einen Schuss wohl einem Bein. Soll ich Zigarette anmachen und ausdrücken oder was? Du bist jetzt der Chef-Shirurg, okay? Sag ihm, dass er nie wieder laufen kann. Okay. Hier ist gar keiner. Aua. Hallo? Ich hatte jetzt nur noch jemanden Schussverletzung. Jo, Curtis, gut, dass du da bist. Oh, Dr. Kusch und Dr. L. Nein, das ist der Chef-Shirurg. Ich bin Dr. Jochenstein, Lars. Dr. Jochenstein. Wo ist der Verletzte, mein Name? Ja, ich bin verletzt. Was hast du? Oh je, du bist ja voll mit Blut, Blatt. Drei Schuss wurden. Wir müssen dich ins Krankenhaus bringen. Drei Tage darfst du dich nicht bewegen und rauskommen. Oh, gibt's auch eine gute Narkose, die eine Stunde da hat? Die dauert drei Tage, wenn ich dir eine Narkose gebe. Dann müsst ihr hier weg. Haben die auch schon ein Dings? Nee, nee, wir sind... Wir sind gerade mit dem Lost ganz cool. Scheint, als Bob Billy uns verarscht hätte. Oder zumindest die Leute um ihn rum. Sancho und so. Der Lost macht hier von allen Beteiligten den vernünftigsten Eindruck, sag ich mal. Es wirkt von dem, was uns der Lost vermäkelt, wirkt es so, als würde Billy uns alle verarschen und uns alle an die Polizei verarschen. Aber das kann ich mir eigentlich auch nicht vorstellen. Sina, dann habe ich natürlich nichts zu tun. Guten Tag. Guten Tag. Haben Sie noch etwas? Dann würde Schwester Kusch gern drüber schauen, ne? Ich habe gar nichts. Super, danke. Hör auf, ich mache dir so ein Ding drum. Ja. Das ist nur ein Streifschuss am Fuß. Ja. Nichts passiert. Ich fühle es ja eh nicht mehr von meinem Fisch. Scheiße, Doc, wie heißen Sie denn? Kusch. Und der andere hier, der Professor? Dr. Jochen Stolarski. Ah, verstehe. Fred, das tut jetzt weh, okay? Weißt du auf die Zähne? Ah. Ja, komm mal mit. Oh, wieder dieser geile Geruch. Verdammt du Scheiße, noch eins gehört ist. Das kannst du nicht mehr machen, Mann. Guck mal, das warbiert mir. Oh, scheiße, Mann. Die Wunde muss verhüllt werden. Ich glaube, wir haben mich erkannt. Das ist auch nicht übergesprungen, Alter. Ich glaube, wir haben mich erkannt, Mann. Wir müssen weg. Okay, dir geht es wieder gut, oder? Ich glaube, deine Veränderung ist kompromittiert. Nee, nee, nee. Wir müssen, wir haben hier noch einen erwischt. Ja, wir haben da unten noch einen Sticker rumstehen, den wir gerade verhören. Und da sind wir gerade voll. Ja, aber wirst nicht wegen dem, das Bäckern, das ist überfüllt. Nee, überhaupt nicht, überhaupt nicht. Wir haben echt viele Operationen, Mann. Wir müssen jetzt was erledigen. Bist du jetzt auch beim Bäckern, oder? Ey, mach's gut, Mann. War beeindruckend. Ja, krass, schon lange, der Chefchirurg. Der Roll ist einfach heftig. Immer überall einfach in den krassesten. Ja. Wirklich, meine Güte. Manchmal muss man vorbereitet sein für Dinge, die man plant. Ja, ich wollte gerade sagen, manchmal schafft man einfach Sachen, wenn man nicht immer nur auf kurzer Kickbasis geht. Ich verstehe das schon. Ja, manchmal muss man ein bisschen länger planen, sich Dinge besorgen. Manchmal muss man einfach Chefchirurg werden, scheinbar. Ja, dann, wenn man's braucht. Ist der im Norden oder im Süden? Komm, Nix, der Kunde. Der ist hier im Süden. Okay, danke. Bye. Meine Brust holt weh. Ja, das gibt einen miesenblauen Fleck, Mann. Ja, du hast auf jeden Fall erkannt. Das war jetzt auch voll gut, die Ansage an Jörg, Mann. Giraffen, das vielleicht. Was dann? Ja, dass ich gesagt hab, du hast mir die gerade gegeben, aber ich hab ihm gerade gesagt, dass das schon lange vorbereitet ist, weißt du? Und der Bobby ist im Süden irgendwo. Auf einer Uhrbar. Weite Tage wahrscheinlich. Ja, das wär mehr raus. Ist das geil getan, das Mediziner, ne? Ja, Mann. Schade, dass ich keine Perücken dabei hätte. Aber so was wär noch. Wir brauchen einen Friseur in unserer Crew. Jo. Scheiße. Mit der Kumpel. Hallo, Mini. Guten Tag. Ist bei Ihnen alles in Ordnung? Ja. Gar, danke. Er war eben so. ich bin hier ja so ok komm sie mit Schöpfchen ruck guten Tag heilt die Tausch so können wir auch irgendwann jemanden umbringen kann sein dass der der pony muss müssen uns das einfallen lassen wir gehen erstmal hier rein das ist der eigene typ der einen scharf mit dem mit dem pferdschwanz ding kein problem jetzt warten wir kurz hier ich glaube ich stehne vor der tür ja 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 warten wir kurz hier mann dass wir hier gehen jetzt jedes zweite dritte zimmer rein mann manchmal mehr scheinheit sein mann make it till you make it ja mit der frisur warte mal ich habe mir eine schere ich schneide mir mein bart ab joker dank für den prime sub im achten und hallo und kaya dank für den prime 23 und und seox dank für den resub im elften mit prime auch und xxxxxx mi dank für den prime 45 passt ja echt gut ins krankenhaus man ich weiß überall rein jetzt gehen wir hin beginnen die sechs mann was ist denn das das sind mollis man das sind schalldämpfer man wir legen die alle um wenn ich jetzt einen hätte weg damit das sind mollis ja wie macht das dick oder was nein das sind das das ist wie eine droge mollis man ich dachte das nennt man bbw was oder war das so und du redest hallo was machen sie denn hier oben wir sind hier wegen mr billionär damit dem nichts passiert achso das ist das safe denken was der links meint okay ja ist das schon ein arzt oder noch da war schon ein arzt sondern aber sie können ja gerne rein sind hier ja nächstes mal sind das aber das hier geil wollen sie mitkommen wir waren da schon drin wir wollten jetzt ein bisschen privat hallo ja rola wie geht es denn so was sind sie denn ich bin die sancho du nicht ja raus hier der wurde von billionär achso wir haben auf so weichen laken habe ich noch nie gelegen das konnten sie mir nicht wegnehmen und gleich fängt pokemon an ich hoffe dass er durchsucht wurde der mann scheint geistig ein bisschen nicht bei dem verstand zu sein geht es gut ich bin geistig guten tag können sie sich bitte ins bett legen ich werde sie mal untersuchen ja brauchst du schmerztabellen nur so ich spüre sowieso nichts mehr man die haben mich komplett vollgepumpt ich bin dr johann schandavski das schwester kurs das sieht nicht gut aus aber sie werden durchkommen 50 cent style könnten sie mir vielleicht sagen warum sie nicht auf einen freund gehört haben und der gesagt hat gehen sie da nicht hin ja könntest wird der bellybellion hier oben schon komplett behandelt der schmerztabletten und so bekommen ich darf dazu keine infos rausgeben ich weiß aber auch selber nicht was los ist du darfst keine infos rausgeben ich arbeite im backup ja ich weiß ich habe aber auch keine große information der wurde ja behandelt von uns und dann wurde nochmal niedergeschossen direkt am mund verloren ach der wurde nochmal wieder niedergeschossen ja richtig da haben wir nichts mehr drüber ich weiß aber auch gar nichts warte mal da gab es einen wer hat das gesagt du chank nee 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 die polizei weil hier auch viele Leute rumlaufen ich weiß halt nicht wer naja der liegt gesondert der hat auch polizeischutz vor den Türen so ja wahrscheinlich aber ich weiß auch nicht mehr wo er liegt ich weiß es selber nicht zwei Tage aber das ist ja egal okay super okay aber wie gesagt ich weiß nichts von habt ihr den patienten gefunden ja ja wir sind wir sind bei ihm wir fragen alle bei uns auf einmal hat mich irgendwer vom Dach erwischt was meinst du warum du jetzt gesondert liegst nur wegen uns man sonst wärst du tot weißt du wie viele Leute vom Krankenhaus stehen die ja alle rein wollen wir sind Cops vor der Tür alles ich hab den Cops gesagt dass sie sich verpissen sollen willi du Wichser was hab ich dir am Telefon gesagt vor anderen Schellen und ich hab dir gesagt ich sterb mit dem Piller in der egal 20.000 Dollar bezahlt man für die beste Behandlung damit du überlebst ja wo Dinkelbeck hat Geld bekommen damit die sich am Leben halten billi man wir haben dich gewarnt wir haben dir dein scheiß Leben gerettet oh Gott man Jungs was hätte ich denn machen sollen auf uns hören du ziehst dein eigenes scheiß Ding durch ich kann das doch nicht einfach stehen lassen man doch die jagen meine Leute seit Tagen billi man wir haben wir müssen mehr wir müssen mehr reden du hast keine Ahnung guck wie ich hier reingekommen bin ich bin in dem höchsten Sicherheitsgefängnis Krankenhauszimmer das es aktuell gibt weißt du warum ich hier liege weißt du warum ich hier liege weil ich mit einem zu viel geredet hab deswegen lieg ich hier das war grad ein Attentat auf dich du Idiot ja Gott wir müssen wir kriegen dich hier ich weiß schon Fluchtweg du willst dich hier rauskriegen ohne dass einer mitbekommt die wollen 60.000 Dollar von mir die ich nicht mal von dir gehabt man ne Lust Ziggy hat so getan als wüsste er selber nicht was los ist und wird das jetzt so auslegen als hätte ich die Leute mitgebracht also du nimmst mir nicht übel aber wir haben grad dem vorbekommen dass du von deinen eigenen Leuten verraten wurdest das ist Schwachsinn Hayley Mann wir sind nicht hier um dir jetzt Blödsinn zu erzählen wir wollten dir dein scheiß Leben retten von wem meine eigenen Leute es gibt nur das Anjo aber du bist ja mit viermal da aufgetaucht wir haben dich beobachtet wir kamen mit vier Autos Mann ja was ist mit Macareno Macareno mich verraten was ist wenn er seine eigene Haut retten will indem man dich ans Messer liefert was hab ich dir vorhin am Telefon gesagt du meinst Macareno mich ans Messer beim Lost liefern ich bin doch freiwillig hingefahren was soll er denn geliefert haben wir haben uns doch angekündigt wir sind dort hingefahren zum Gespräch du weißt aber schon dass deine Leute zuerst die Knarre gezogen haben ne draußen ja wir sind mit Knarre da reingegangen das war auch so besprochen Willi Mann sei nicht so blind dann gib mir konkrete Aussagen Leute behaupten gerade alles mögliche über jeden in meinen Kreisen du denkst du kannst uns nicht vertrauen wenn wir deinen Tod wollen hätten würden wir dich jetzt umbringen ja guck mal ich zeig dir das mal wie ich das einfach machen könnte der Junge neben mir guck's dir an der Junge der da hinter dir steht hat sich schon das dritte Mal Kugeln für mich gefangen ja das ist ja okay dass du ihm vertraust ich hab mir grad auch übrigens ne Kugel für dich gefangen du Wichser ich bin da mit reingerannt ne ja von dem du nichts wusstest der Junge da hinter dir hat mich nicht verraten ich sag ja auch nur dass wir das grad mitbekommen am so Rand ob da stimmt ist ne andere Sache ja ich hab mir grad auch ne Kugel für dich gefangen und pinsel auch wieso weil sind die geisteskrankt wir sind da reingerannt die haben auf den Lost geschossen du bist blind mann du bist wut vor waren mann du hast das du bist Zandro infiziert ich wollte doch einfach nur mit denen reden ich hatte nichts anderes vor als mit denen zu reden und die am Hinterhalt gelegt natürlich geh ich da nicht komplett alleine hin gleichwertig zwei, drei Minuten aber logisch draußen ist Polizeischutz hier kann dir nix passieren was hätte ich machen sollen mich immer weiter jagen lassen ja das können wir jetzt hier nicht versprechen aber leg deine Brille ab man sieh die Wahrheit jo was denn dass jeder mich verraten hat außer Sancho nein was hab ich anruf den Anruf den Bier Curtis hat dich angerufen ich hab dich angerufen wir haben dir was gesagt man du wolltest wieder schlauer sein nein man ich hab nicht gesagt ich bin schlauer ne hast du auch nie gesagt man aber du verhältst dich so und das macht Zandro auch gerade er wird untergehen Billy wenn du leben willst häng dich an unsere Seite so gut wir sind erstmal hier fertig wenn du irgendwas brauchst ne dann schick die Polizei runter lass dir niemanden hochkommen ok die Polizei jetzt in meiner Nähe zu haben bringt mich doch erst recht um das bestätigt die doch alle ja aber das bestätigt doch jeden das bestätigt doch alle darin dass ich mit denen zusammenarbeite Mann die Polizei schützt jeden Zivilisten das ist deren Pflicht das brauchst du einem Siggi leider nicht erklären na gut super danke sehr gute Besserung wenn du was brauchst ruft Dr. Chicken oder irgendjemand von unten aber lass nur Ärzte hochkommen genau alle vier Stunden kommen wir vorbei machen ich ja wie seht ihr danke für alles Dr. super danke sehr alles in Ordnung wir kommen später wieder und auch und auch in die Polizei wir waren gerade beim Lost und da wir haben die Quatschen gehört und da hat jemand gesagt dass dieser Sancho der da drin ist den Billy irgendwo verraten hätte das wäre echt cool wenn ihr den durchsucht und dem die Waffe oder sowas wegnimmt nicht dass der dem was antut weil er ist ja der Einzige mit dem Corpett zusammen der da drin ist ja dann Billy sagt er hätte ihn nicht verraten aber das wurde gerade da getuschelt nur damit ihr bescheid wirst ok ich ruf mal kurz den Kollegen drinnen an und sag ihm das damit wir jetzt nicht reinplatzen passt auf den Typen da drin auf ja gut was ist hier los ja richtig wie gesagt der wurde schon hingerichtet sozusagen direkt gerade eben ja aber er hat überlebt ja er hat überlebt ja richtig Chicken ja wir haben damit also nur als Vorbehandlung wir haben ja mal die Tür in Aurev ich glaube das müssen wir mal für ein paar Tage ändern können wir machen solange der Patient da ist sollten wir vielleicht Sicherheitsurkehrungen annehmen die der Spielbox immer für Standard gehalten hat ja die müssen wir machen wenn der raus dann müssen wir den anderen Kammer rausschleppen kann sein dass der auch jetzt gleich verlegt wird ins PD Krankenhaus ja besser ist habe ich gerade vorgeschlagen weil das ist natürlich kacki wenn hier oh ja ja ich hätte dann die genaue Route bitte hier raus ja durch den Hinterausgang auf jeden Fall wenn es so ist ja wir spielen wir spielen nicht mal dem Feuer hier ne 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 definitiv nicht alles gut kein Problem Dr. Scholowski Dr. Johann Standart das ist ja Scherfscherburg ja richtig habe ich gewusst ich mache Brustvergrößerung zwei größere Brüste was fahre ich jetzt hier über Brüste was na für für Tiere für Tiere ich mache das Flackern für morgen wieder weg keine Frage ach verdammt so wo ist denn der Pinsel überhaupt ich rufe den Pinsel mal an na na klar wo bist denn du hallo Curtis ja wo bist du was denn ja wo wo kannst du ja wie ja wie na der Dr. Schack und ich wir waren gerade jemand wir haben jemand verarzt dann habe ich einen gekifft jetzt fahre ich Stone nach Hause mit ihm wie du fährst mit Dr. Schack nach Hause also wir kommen also wir kommen nein ach so du warst im Norden stimmt wir waren im Norden komm jetzt zurück okay ja bis gleich bis gleich ich auch ja ja hallo Millie warum sind hier so viele Menschen hallo ja wir hatten ganz klar aber ihr habt jetzt alle schon versorgt gekriegt na klar wir sind das beste Krankenhaus der Welt ja wir sind Baybox oder man nennt es auch Pilker äh ja genau genau ja ich bin extra aus dem Norden herangedüsten guck mal da haben sie neue Rocker aufgemacht so ein komischer Schuppen ist der jetzt wo äh kennt ihr den AOD ach so da wo Wade arbeitet jetzt genau Wade hat angerufen und hat gesagt Millie du musst ja kommen ach shoot ach rechts ja пере mein Freund wollte wird jetzt Auto verkaufen hat er nicht gemacht weil alle wollen nur Motorräder haben heißt ach ich denke mal es wird ein bisschen mehr nach Magie riechen in nächster Zeit Ja, und viele asoziale Beleidigungen. Aber so ist die Welt. Man kann nicht alle retten. Manche sind verloren. Gut, Schwester, gut. Sind wir hier fertig? Oder wollen wir noch ein paar Patienten befragen? Ja, machen Sie mal so eine schöne Marketing-Umfrage. Ich verwerte die Ausgabe dann. Ja, können wir gerne machen. Kommen Sie. Hier ist ein Gangster drin. Hab ich gerade gesehen. Super. Guten Tag. Nee, das Ohr muss nicht ab. Herr Dinkelberg macht Spezialtherapie. Sehr gut, sehr gut. Natürlich, natürlich. Was hat denn der Patient für Beschwerden? Können Sie das hören hier auf dem linken Ohr? Sehr leise. Sehr leise, ne? Und das hier auf dem rechten? Doktor Joachim St. Lassi? Wie war das? Das hier am rechten, höre ich. Wow. Na gut. Na, da ist wohl das Trommelfell gepatzt. Da, nee, da haben sich noch ein paar Haare draufgelegt. Oder so. Professor Kusch, unser Spezialpatient aus der zweiten Etage braucht uns. Die liegt da jetzt alle mal wieder raus. Oh Gott, der Zauberstab, der Zauberstab, er packt den Zauberstab ab. Was nun, ob Frau Millie mitkommen kann. Na, das wird schwer. Das wird schwer. Ja, uns zwei da rein, schon so ein bisschen nicht. Also, super einfach, weil wir sind ja richtige Doktor und Schwester. Gut, wir müssen, Frau Millie, danke. Ich will was für Sie tun. Na gut. Entschuldigung, Millie. Okay, ich bleib hier stehen. Nein. Guck mal, um den Patienten da, äh, um den Typ da, der ist sicherlich reingelaufen. Wir sollen nach oben. Wir, wir müssen gerade ein paar Haare drauf. Ja, wir müssen jetzt ein Patienten vor die Tür. Was ein Mann. Gucken die an, was ein Mann. Wir müssten sie einmal vor die Tür lassen. Sehr kümmert. Nein, lass mich vor die Tür. Ach so, der Scheiß ist hier. Geh weg. Gut. Der Typ ist krass. Dieses Gesicht ist krass. Den jeden Tag. Und weißt du, dann haben die irgendwas über Kleinfischen erzählt. Ja, Mann. Wer hat den angerufen? Wie bitte? Wer hat den angerufen? Ja, Billy. Der braucht einen extra Raum nur für... Ach, ich weiß nicht. Der soll dir sagen, du kennst dich mehr aus mit so Schmerztabletttherapien, ne? Grüße. Hallo. Wenn dir deine Aussage ist, dann kann ich dir direkt sagen. Wow. Was hast du, Billy? Ja, was hat der Patient? Habt ihr ein Safehouse? Irgendein Ort, an dem ich einfach gehen kann, um zu quatschen mit Leuten, um zu telefonieren? Ein Safehouse, wo du Leute hinkommen lassen kannst? Nein. Ja, hab ich. Ach so? Einfach einen Ort, wo ich hingebracht werden kann, von hier aus. Hab ich. Hast du? Nennt sich 895. Das OG-Haus. Oh, da kann ich sogar den Teppich rauchen für die nächsten drei Tage. Das wäre geil. Richtig, das ist korrekt. Okay, also... Aber bist du dem schon entlassen? Äh, tatsächlich fragt der Officer, wo er mich unterbringen kann, soll. Ja, das sollte aber kein Officer wissen. Soll ich die Nacht hier verbringen besser, ja? Ja, vielleicht. Dann wird er den Hinterausgang rausschmucken in einen Krankenwagen. Wir fahren mit zwei, ja. Und dann einer fährt nach links, einer fährt nach rechts und einer fährt nach Krebs. Direkt neben dem Kreckhaus. OG-Haus. Okay. Dann sage ich dem Officer, dass er gehen kann, ja? Das musst du entscheiden. Naja, er hat halt... Also, er könnte mich auch irgendwo hinbringen. Im Helikopter oder wie auch immer. Ja, sowas nennt sich eigentlich schutzhaft. Aber ich... Hört es, mal ehrlich. Ich würde mich nicht einschränken. Was glaubst du... Nee. Vor allem, was glaubt ihr, was passiert, wenn ich jetzt die ganze Zeit mit Bullen gesehen werde? Das wird nicht besser dadurch, das Ganze hier. Warum fährst du nicht in deinen Dings? In deine Halle? Weil derjenige, der mich verraten hat, den Schlüssel dazu hat. Gott. Das heißt, mein Lager ist auch leer. Wahrscheinlich schon. Da war ja nicht viel drin. Ich hab andere Sachen gekehrt. Was? Naja, das... Digga, willst du weg? Sollen wir den Schreck bringen? Also, aus dem Krankenhaus muss, sollte ich, denke ich, raus, ja. Wissen ziemlich viele, dass ich hier bin, oder? Und das, das... Ja, aber Polizeistift von Tuanus, ne? Möchten Sie etwas Privatsphäre haben? Äh, ja, also ich... Ich glaube, ich... Ich komm klar, Officer. Okay. Gut. Sollen wir noch hierbleiben, bis Sie rausgebracht werden, um sicher zu gehen? Oder sollen wir... Abziehen ist das für Sie sicherer? Ich denke, wir kriegen das so hin. Gut. Mr. Billionaire, ich hoffe, dass Sie in Sicherheit kommen. Dass Sie gesund bleiben. Wir haben vor Sicherheitsmaßnahmen vorgenommen. Wir schließen Tiere ab. Kameras sind an. Also, wir... Alles super. Ja. Oh Gott, Mann, Mann, Mann. Ich danke Ihnen noch für's. Sicherheitsprotokoll Pillbox wird eingeleitet. Wunderbar. Ich hätte... Müsste trotzdem noch mal mit einfachen beiden kurz außen reden, aber das... Okay, aber wird eingeleitet. Herr Schwester, kurz, sprechen Sie bitte mit dem Officer. Ich rede noch. Achso, ich hab... Ja. Ja, das ist ein heiklader. Wie hieß der noch mal, Damiano? Wer denn? Der... Für wen, du mich eben angerufen hast. Wer was? Du hast mich doch eben am Titel... Du hast mich doch eben extra angerufen, als ich drin war. Ja. Wie hieß noch mal die Person, die, äh... Die verdächtig ist? Zahnschu? Dieser Zahnschu. Zahnschu, genau. Aber Billy, wir haben Billy grad schon drauf angesprochen. Der meinte, das stimmt nicht. Okay, gut. Vielleicht haben die das noch extra so. Vielleicht haben die das dann auch wissen, ne? Wenn sie jetzt für seine Sicherheit sorgen, dass sie in Bilde sind. Ja, ja. Ja, Pinsa. Er sucht seinen Freund. Was? Partner. Was? Hallo, gehört es... Das Schießerei vom... Von Billy. Das ist eine Schießerei vom Pillbox? Aber kein Scheiß. Doch. Hier oben stehen... Okay, Jungs. Ähm... Ihr habt's gehört. Unten? Wartet, geht... Pinsel, du erzählst keinen Scheiß, ne? Weil ich stehe jetzt grad vor Pizisten. Die gehen sonst runter und wir müssen hier jemanden beschützen. Also... Ich würde sagen, wir bleiben hier in der 90-90. Also, da war wohl Schießerei. Man darf nicht raus. Hier sind ganz viele Pizisten. Da war eine oder da ist grad eine? Da war eine. Ach, da... Okay, da war eine. Mach jetzt... Oh, Pinsel, Alter. Was denn? Wir haben nichts. Ich komm jetzt gleich runter, bitte. Ich glaubst du, ob es nicht da jüngst an der Streife da sind? Ich... Ich geh zu Hause. Ob es ist nicht mehr im Pizisten. So mit was? Was gehst du jetzt? Der arbeitet jetzt... Ich geh schlafen. Du gehst jetzt schon schlafen, Kai? Ja. Heute ein bisschen früher. Morgen nochmal. Ansonsten komm hoch. Zweite Etage. Im Krankenhaus. Nein, ich komm... Ich komm... Wir hören uns morgen. Guten Nacht. Kein Schlafgut. Bye-bye. So, der Patient sieht sich jetzt etwas... Kleinigkeit an. Ja, dass er nicht nackt ist. Da war... Da war gerade eine Schießerei vom Dings, ne? Ich glaube, das ist jetzt kein guter Zeitpunkt. Wo war eine Schießerei? Vor dem Pyrrbox. Wollen sie vielleicht mit dem Hubschrauber lieber rausfliegen? Wir hätten die Möglichkeit. Ja. Ja. Heißt das zur Not? Ich bin Pilot. Ich kann das zur Not machen. Was ist mit dem Hinterausgang? Das Ding ist... Das ist ja auch eine Möglichkeit. Ja, aber was ist, wenn da welche sind? Ja. Und mit Polizeikolonne irgendwo hinfahren und so saufällig. Dann sollen die Herr-Office-Kurs-Check-Inlage. Und dann fahren wir raus. Oder wir fliegen. Das ist eigentlich besser. Ja, fliegen gefällt mir auch sehr gut. Dann guck mich... Warte, ich geh mich kurz umziehen. Ich bin voll drauf. Ach, scheiße. Ich bin Dienst, Alter. Okay. Den Charbillen hat ziemlich ähnlich wie wir. Da können wir ein Double machen. Da ist es leider nicht nur so gut. Jetzt muss ich den Controller anschließen. Boah, wo hab ich den denn hingepackt gehabt? Also das... Da ging es. Da bin ich zuvahm. Ja, diesmal nicht durch den Tunnel. So, jetzt habe ich kein Dings mehr dran. Go, XLR. And then, ich go. Stream Deck. Scheiß drauf. So, ey. Wir müssen uns beeilen, bevor der echte Doktor Johann Standarski aufwacht. Wir fliegen weg, okay? Ja, Mann. Wir fliegen erstmal weg, komm. Wenn wir im Auszug gehen, dritte Etage. Dann können wir sofort abhauen. Ich habe das vorhin angeschlossen. Scheiß drauf. Ist ja nur ein Mausklick nachher. Die Ärzte, die waren echt auf meiner Seite, sage ich mal. Weißt du, wie viel Geld wurde er gezahlt? Die haben ja auch meinen ganzen Kram zu meinen Sachen belegt. Dritte Etage. Ich lasse das kurz... Hier oben kommt keiner an. Warte, ich lasse den kurz checken. Moment. Wir verpissen uns erst mal, dass Wasser kommt. Das ist doch nur ein Zweiser. Ja, scheiße. Stimmt. Okay, wir müssen ein anderes Gerät nehmen. Oh Gott. So auffällig. Okay. Ja komm schnell jetzt. Mann, der qualmt. Den können wir nicht nehmen. Der muss repariert werden. So, und jetzt kannst du den aber nicht mehr rein. Das ist ein... Ja, egal. Halt, komm, das wird schon funktionieren. Scheiße, aber so kann ich jetzt echt nicht draufgehen, also sag ich ehrlich. Jetzt haben wir ein Problem. Da muss... Jetzt muss ein Korb mit einem Sticker kommen. Okay, pack die Waffen wegen mir. Ja, aber ich kenn keinen... Boah, ich muss runter. Ich hol kurz den Korb. Ja, ich beschütze ihn, kein Problem. Ich geh mal kurz über den Korb. Hallo. Hallo. Stopp, Kurt, ist ganz kurz, ganz, ganz wichtig. Schneid. Hinter einen Gang steht da Lost M.C. Ja, ja, wir fliegen, wir fliegen. Ich brauche aber einen Sticker oben. Ja, dann schauen wir draußen, ob noch ein Kopf ist. Schnell. Alle Türen zulassen gerade, ne? Ja. Ja, da bin ich. Oh Mann. Das kann nicht wahr sein. Das kann echt nicht wahr sein gerade. Wo sind denn die ganzen Kopseln? Dr. Trink, da ist keiner mehr. Kannst du jemanden anrufen? Wir brauchen nur eine Streife wegen einem Sticker für den Helikopter. Ja. Ja. Wir müssen, pass auf, im Hinteringang ist der Lost und so, die warten hier überall im Krankenhaus herum. Ähm, wir müssen gerade nur Streife rufen wegen einem Sticker, weil hier sind keine Kops mehr. Die haben alles abgeschlossen hier. Die belagern das komplette Krankenhaus. Also beschützt den da oben. Am besten geht ihr rein, nicht, dass da gleich so irgendwas kommt, keine Ahnung, Jet oder so, Alter. Wartet von mir. Okay, Mann, okay. Jo, war weiter, ich war. Nicht mehr besetzt. Ja, ja. Was? Nee, war gerade, hat gerade durchgetudelt und jetzt ist nicht mehr besetzt natürlich. Moment, ich versuche mal. Oh Gott. Wenn man die einmal braucht, ne? Ja, sag ihm, wir sollen Yala machen. Ja, stehen vorne und hinten jetzt. Ja, ist nicht schlimm, fliegen weg. Ja, jetzt wollen die Kops wegsehen, das ist auch ein bisschen, naja. Ja, das ist super weird hier. Ja, ja. Check. Kommt eine Streife? Äh, sie ruft gerade hier Carstl an, der kommt dann sofort wahrscheinlich. Ja. Aber warum haben die Kops den nicht weggebracht hier? Hm, weil das so auffällig war. Und die sollen nicht wissen, wo die landet. Wir bringen den jetzt in so ein Safe aus. Okay. Ja, der soll sich beeilen. Schick dir den nach oben dann? Ja, wir schicken den nach oben. Ja, ich bin's, ich bin's, ich bin's. Hier kommt keiner hoch, unten ist alles abgeschlossen. Jetzt ist, kommt eine Streife jetzt, sie macht einen Sticker drauf und das ganze Klanghaus ist umstellt. Ja, wir haben nur eine Mischung, Mann. Wir müssen ihn hier rausbringen und sichern und den Rest kümmern wir uns morgen und dann sagen wir ihm, was unser scheiß Plan ist. Seid froh, dass ihr den besten Helikopterpiloten in ganz Osandos habt. Ja, seid froh, dass hier der beste Chefchirurg ist. Ich bin das Chamäleon. Hm. Bobby, hast du Essen? Nee. Ich hab alles da, Mann. Wir haben alles vorgesaugt schon. Ich hab noch zwei so Orle-Tankstellen-Burger hier. Ach, dir keine Sorge, Mann. Die Bude, in die wir gehen, da ist alles drin. Die Bude kann ich aber auch wegwerfen und danach baue ich eine neue. Jungs, ich weiß das wirklich sehr zu schätzen. Ja, bedank dich, wenn wir es geschafft haben. Geh aus der Schussbahn, wenn du schon nicht schießen kannst. Bist du sicher, dass du den nach Grabsie bringen willst? Wir müssen irgendwo anders landen und den ein Stück bringen. Wir können da nicht landen. Das werden die mitkriegen, da. Am besten mal am Baker landen, oder? Stimmt, wir landen am Baker. Oder nee, das ist... Nee, 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 nee. Das ist voraussehbar. Wir landen außerhalb. Am Fischerdorf oder so. Wo uns keiner mitbekommt. Der Lost ruft mich an. Am besten machst du dein Handy aus. Und nur, wenn wir getrennt sind, machst du es wieder an. Scheiße, wir hätten Pinser jetzt gebrauchen können. Was machen Crispy und Kim? Und vielleicht können die uns irgendwie auch noch helfen. Jo, das wäre gut, wenn die eine Karre besogen, damit wir da hinfahren können. Ja. Zwei Autos am besten. Kim, 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 Mann. Aber nur Leuten, denen wir vertrauen. Arbeit, Arbeit. Na, wo ist denn dein Sandro jetzt, Billy? Wo ist dein Taxi-Taxi? Ich rede doch nicht von Sandro. Was sind die denn? Da ist es Sandro und Kim. Mann, meine Leute sind Sandro und die Jungs, die eben Kugeln gefangen haben. Was redet ihr immer von Sandro und Macarena? Das sind nicht meine Leute. Ja, was haben die dann da gemacht? Was haben deine Leute, was haben die da gemacht, Mann? Ich habe Macarena gefragt, ob er sich in den Hintergrund stellt und einfach dafür sorgt, dass das Gespräch ruhig abläuft. Ich wollte einen Mediator haben. Nein, hat er nicht geschafft, weil irgendwelche Aztecas reinkamen. Ja, vielleicht wollte er genau, dass es nicht so läuft. Du meinst ja Aztecas mit dem Viechrestaurant. Geh mal jetzt beiseite, Mann. Komm raus, wir kommen. Okay, okay, okay. Das ist gut, das ist gut. Howdy. Howdy. Wir müssen den Gümel anrufen, dann müsste er Dr. Chicken. Was kann ich für sie tun? Wir brauchen da einen Sticker drauf. Ah, okay. Ja, Sticker. So nennen die das da heute auch. Kein Verginn. Ich glaube schon, aber alles, was irgendwie, dann kaputt... Ja, Jeremiah Klirpi Burp. Wir brauchen gleich einen neuen Helikopter. Super, danke schön, danke schön. Moment, warte, ich gucke erst die Instrumente. Oh, okay. Oh, okay. 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 Oh, okay. Sag mal, reicht der Kerosin-Schlauch nicht bis dahin? Doch. Ist das sicher? Sollte eigentlich. Anscheinend nicht. Ah. Jetzt? Ja. Ah, perfekt, perfekt. Boah. Lass uns mit den Cops ein kleines Ablenkungsmanöver starten. Dass die nach hinten fahren, in die Garage rein und dann wieder rausfahren. Oder? Ja, mach, mach. Ja, ja, klar. Mein Hirn rattert, ja. An die Polizei sollen wir ein kleines Ablenkungsmanöver starten, dass ihr quasi rausgeht, hinten in die Garage reinfährt und dann so nach 20 Sekunden wieder rausfährt. Dass wir so tun, als würde die Polizei dann mitnehmen. Und in dem Moment, wo wir dann irgendwas mitbekommen, fliegen wir los. Alles klar, so machen wir das. Aber da müsst ihr aufpassen, ne? Vorsichtig, ne? Jawohl. Passen Sie auf, wir machen das folgt. Ich werde einmal, wenn wir losfahren, die Sirenen kurz leuchten lassen. Also heulen lassen. Ja, oder ich gebe einfach meine Nummer kurz ab. Ja, sagen Sie mir die Nummer. 1,50, 93. 1,50, 93. 34. 34. Obwohl, ähm, Herr Scherpschirurg, kommen Sie mal bitte. Weil ich fliege, ah ne, wir fliegen ja noch, ne, passt schon, das ist gut, okay. Dann warten wir auf den Anruf. Genau, ihr fliegt los, wenn der Anruf kommt. Jawohl, Aska. Ja, super, Schwester Kusch macht das, ne? Ja, super. Schwester Kusch. Schwester Kusch. Gut. Dann, äh, warten Sie auf den Anruf. Jawohl. Wir sagen, dann Sie können loslegen. Ihnen geht gut, Blutdruck alles in Ordnung, alles super. Wie fühlen Sie sich? Ich fühle mich, gut, 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 gut. Gute Besserung, pass es auf sich auf. Danke, danke. Es kommt jetzt gleich ein Anruf und dann können wir loslegen. Ach, das wird jetzt initiiert, dass du hier weggebracht wirst mit der Polizei. Wir sollten rein gehen, ich habe Angst vor Scharfschützen und so, bitte. Aber, Billy, wir haben an alles gedacht. Ja, wir sind absolute Vollprofis. Räube, ich muss dir jetzt was geben. Wir machen das nicht erst seit gestern, wir machen das schon seit Jahren. Kino, anziehen, Billy, los. Wir sind absolute Vollprofis, zieh das an. Geht, Moment. Ach, scheiße, ich hätte Schere mitnehmen sollen, dann hätten wir Haare abschneiden können, ja? Scheiße, warum red ich das? Damit keiner im Kopf schießen kann. Roy, Baby. Ja, was denn? Nimm mein Beinkleid. Falls ich das nicht schaffe, Mann. Leg's mir in mein Graf. Das schaffe, Mann. Ich will jetzt nicht sterben. Ich will im Beinkleid sterben und nicht wie Brad Pitt auf Urlaub. Keine Sorgen, ja. Ging auch nur um die Freiheit. Du wirst bald wieder frei sein, Mann. Wir haben schon, wir arbeiten an einem Deal, Mann, um dich frei zu bekommen. Leben gegen Leben. Kannst du reden? Aber Roy. Einmal ganz kurz. Ich wollte, ich war selber in der Planungsphase noch. Und über die hat jemand geredet. Und ein Siggi macht daraus, wir haben mit den Cops geredet. Verstehst du? Es gibt keine Akten, es gibt keine Aussagen. Nein, es gibt nichts. Hast du über irgendwas geredet, worüber man nicht reden sollte? Geredet habe ich oft über Dinge, über die man nicht reden sollte, Költes, ja. Aber dann mit dem falschen Menschen. Und das ist die Quittung. Siggi dreht daraus Dinge, die nicht existieren. Siggi behauptet auch, ich hätte den Lost verraten. Und all das, das stimmt nicht, es gibt nichts dazu. Das Einzige, was es gab, war ein Gespräch, was nötig wäre, um das Ziel zu erreichen. Das war's. Was für ein Ziel, Jo? Die Wichser zum Fall zu bringen. Wen? Die mich behandelt haben wie Dreck. Die meine Leute behandelt haben wie Dreck. Und wen meldest du? Das Kartell. Jo, da merkst du selber, ne? Ja, merkst du selber. Also ich dachte, du bist nicht auf den Kopf gefallen. Warum denkst du, Alter, du kennst mich. Wir sind die letzten Asozialmann. Wenn wir uns was nehmen wollen oder haben wollen, dann nehmen wir uns das. Aber das ist eine andere Hausnummer. Ich arbeite, oder wir arbeiten da schon ziemlich lange dran. Mann. Das ist mir klar. Aber auf eine Art und Weise, Mann, mit der niemand das kommen sieht. Verstehst du? Und wenn du auch nur ein Wort verlierst, ne? Dann knall ich ab, du Wichser. Frederic. Van Miraculi. Und dann steige ich in ein scheiß Lager ein und mache das leer. Der Name ist Mario Limoncelli. Jawohl. Ich kann losfliegen. So, verstanden. Let's go. Ab geht's. Warte mal, zieh das an, Billy. Gott. Dr. Ich zieh das an. Scheiße, Mann. Billy, du willst sterben, oder was? Zieh die Scheiße jetzt an. Okay. Let's go. Oh. Oh, zu viel Bewegung. Ich flieg erst mal in eine andere Richtung. Hast du das für's Bereich, du, Kim? Nein, Mann. Gott. Wen kann man noch vertrauen? Da hört's bei mir auf. Pinsel schlafen. Ich weiß, wohin. Ich flieg uns am Radar. Jo. Mir wurde gestern ein Ort gezeigt, Mann. Ah. Unterm Human Labs, Mann. Das ist eine riesengroße Racing Area. Wer hat dir das gezeigt? Ein Freund. Ein gemeinsamer Freund von uns beiden. Aber das ist noch zu riskant. Ja, zu riskant, Mann. Was ist mit der Wildnis einfach? Hier auf so einer kleinen Insel. Jo, ich hab das Notfall-Survival-Kit dabei, Mann. Zelte, Schlafsäcke. Jo, ich glaub, das ist die beste Option, oder? Wo man nur mit dem Helikopter hinkommt. Wir haben Zeit. Wir haben einen vollen Tank. Alles gut. Also, ich kenn da ne kleine Insel, ne? Mit nem Haus. Die ist im Norden. Kenn ich auch ne kleine Hütte. Wenn du die auch kennst, dann ist das kein guter Ohr. Weil dann kennst du schon zwei Personen, die. Ja, oder Grape Seed. Dann darfst du bitte aber nicht das Haus verlassen. Auf keinen Fall, da war das Haus verlassen. Gibt hier in Bergen doch so ein Teich, Mann. Zwischen den ganzen Bergen. Also Survival-Kit? Will, du meinst, du schaffst das in der Wildnis? Also die nächsten paar Tage nicht, Mann. Das stimmt, er ist verletzt, Mann. Vielleicht, wenn ich ne Kukri kriege von Sandro. Ihr wollt mir aber nicht erzählen, dass ihr ne geheime Basis im Berg habt oder so, oder? Dafür hat das Geld leider noch nicht gereicht. Tja, Mann, hätte ich jetzt richtig geil gefunden. Nur was für unter die Erde halt, aber das ist nicht gut, ja. Okay. Erstmal Zigarettenpause. Echt jetzt? Klar, Mann. Ich muss übel pinkeln. Ja, kein Problem. Ich bleib sitzen, falls wir schnell los müssen. Ja, wohin mit dem, Mann? Ja, das ist ne gute Frage. Boah, das ist echt ne gute Frage. Ja, was ist denn mit irgendeinem Hotelzimmer einfach? Wo würde ein Billy Billionaire schlafen? Wo Uwe Nickel ihn nicht findet. Die Feuerwehr kein Brand auslösen kann. Hotel von Krastenburg, Mann. Kannst du dich noch erinnern? Als wir uns als Putzum verkleidet haben? Ja, ja, klar. Da redet doch keiner, dass Billy da pennt. Obwohl er doch ist, der Billionaire. Kommt. Was ist mit dem Untergrund? Eisenbahn und so. Ah, was ist, wenn der U-Bus fährt, Mann, und einer von den Lostern bei kaputt ist? Nein, Mann. Zu viel Risiko. Ja, aber Grape Seat kommt man auch schnell drauf. W-Wel interessiert Grape Seat? Ja, aber da hab ich heute mehr Cops gesehen als alles andere. Zimmt, Mann. Grape Seat lebt. Bra. Das ist echt schwer. Ich weiß wo. Ich weiß, was ist mit dem Sumpfgebiet? Da gibt's eine kleine Hütte. Zimmt, Mann. Ist das Safe House mittlerweile vom Tisch? Hab ich was verpasst? Ja, Grape Seat lebt wieder bra. Heute war da mehr Cops, Mann. In der Stadt. Sumpfgebiet. Ja, das ist aber auch wieder halbe Survival, ja. Ja, aber da gibt's wenigstens eine Hütte, ein Shelter. Was ist, Mann, wenn wir ihn in die Mine stecken und die Mine absperren? Auf gar keinen Fall. Keine Mine. Weißt du, was? Die Mine ist immer so ein Ort, wo ich hingehen würde, um jemanden zu beseitigen und so. Weil da wirst du niemanden finden. Gibt's irgendwo vielleicht eine kleine Kapelle? Ein Haus Gottes? Gibt es, ja. In Harmony. Die Kirche zwischen Harmony und Wotzankudu, Mann. Das ist zumindest ein Gebäude, wo der Besitzer sich nicht beschwert, wenn ich da schlafe. Du kriegst einen Zelt, einen Schlafsack, alles. Du kannst auch für einen Tag zumindest, kannst du in der Wildnis leben. Du hast Essen, du hast alles. Ich weiß so, neu, als Milan sich letztens entführt hatte. Da waren sie in so einem Dorf, oben in den Bergen. Nein, Mann, da wohnt Keks. Da wohnen Leute. Da wohnt June vom Lost. Fuck. Da war ich mit Bern zuletzt. Das ist meine letzte Erinnerung an ihn fast. Alter, hier liegt ein Zettel auf dem Berg. Was? Was steht drauf? Mount Popcorn. Erstbesteigung, 26.10.22. Was ist mit der alten O'Neill Ranch? Nein, Mann, da wohnt jetzt die Rooster drin. Ist jetzt die Rooster Ranch. Was ist mit so einem Trailer hier vorne irgendwo? Mitten in der Wüste. Nee, du brauchst das. Oh, naja, fuck. Was ist mit dem Luxushotel in Sandyshaw? Das kostet aber 400 Dollar pro Nacht. Aber ich glaube, da wohnt niemand, also... Wurde auch zu auffällig. Meine Opis. Meine Opis kennt niemand. Die könnten irgendwo noch einen Trailer mieten. Ich weiß was. Ich kenne... Du traust jetzt keinem mehr außer mir, Curtis und vielleicht Sancho, jo. Ich habe einen Safehaus in der Stadt. Diese sechs Leute sind die letzten vier Tage für mich durch die Hölle gegangen, Roy. Ich kann die nicht einfach ohne alles liegen lassen jetzt. Das kann ich doch nicht machen. Für die habe ich das alles hier gemacht. Nein, Mann. Wir alle machen das nur für uns selbst. Die sind seit drei Monaten an meiner Seite. Wären heute fast gestorben. Muss doch irgendwas... ...geben. Wo würde keiner hingehen? Zu einem Radio? Jo? Nee. Das ist in der Nähe vom Weimutschild. Da hängen die ganzen Künftdinge ab. Fuck, Mann. Ich kenne eine Höhle. Wir haben doch keine... Keine Hektik, Mann. Keine Hektik, jo. Willi ist stabil, Mann. Alles cool. Gib uns kurz Zeit. Ich habe auch nur eine Schmerzmittel mitgenommen. Tandy schaust. Keine Option. Ja. Kalito eigentlich auch nicht. Nee. Statt, einen Hafen. Irgendwo im Hafengebiet. Auf irgendeinem Schiff oder so. Und dann kommen wir mit einem Helikopter ins Hafengebiet, ohne dass die Halbe sich zählt und sie. Ja, ja. Das ist kein Problem. Wir könnten von dir jetzt irgendwie zu einer Garage laufen und dann gucken. Müssen wir legen. Ich kenne noch in der Nähe von den Militärgebieten Häuschen, aber du brauchst ja was, wo du drin schlafen kannst, telefonieren kannst und alles. Wo du Gespräche führen kannst. Die Kirche ist vielleicht gar nicht schlecht. Die Kirche ist aber auf. Da kann jeder rein. Das Haus Gottes ist nie abgeschlossen. Ich kann nicht bei mir zu Hause verstecken. Alter, im Crack... Alter, ich... Naja, zwischen uns sieht niemand eine Beziehung. Wir besorgen dir im Bad, andere Klamotten, Mann, und stecken dich einfach ins scheiß Crackhaus. Das sind so viele scheiß Junkies. Ich bin heute erst wieder zum Billionär geworden. Jetzt soll ich wieder wer anders werden? Muss manchmal mein ganzes Leben jemand anders sein. Scheiße. Heute war ich schon Autoverkäufer, Doktor. Ich war nie ein Fan von Rollenspielen, sag ich euch ehrlich. Wenn man's braucht, mag man's. Geschmackssache. Aber man sagt ja immer, sei da, wo deine Feinde sind. Nenn das am auffälligsten, am unnauffälligsten. Diamonds-Casino? Nenn. Hast du besch... Jau. Boah, jau, jau. Jau, 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 jau. Ich weiß was. Und das hab ich mal mit Pinsel getestet. Am Diamond-Casino. Die Fahrstühle sind kaputt. Niemand kommt hoch. Und oben ist eine riesengroße Terrasse. Billy, das würde deine Ansprüchen genügen. Jau, das ist super luxuriös. Und da kannst du trotzdem das Zelt aufbauen. Nein, stopp. Warte, der lässt es da um die Ecke. Der lässt es direkt um die Ecke. Okay, das ist ja krass. Aber eigentlich schon. Sei deinen Feinden ziemlich nah, ne? Mann, ich könnte ihn den ganzen Tag beobachten und die Kyre machen. Das wäre eher witzig. Ja, aber die würden das hören, man mit einem Helikopter... Die würden das hören. Auf zum Orakel mit ihm. Nee, das Orakel hat gestern, vorgestern schon Helikopter zerstörten, Bildschlag. Nicht noch einer. Ich hab halt... Ich kann halt niemanden anrufen. Ich hab einen Kontakt, der mir ein Self-Haus geben könnte. Aber... Hä? Wartet, irgendwas. Bahnschiene, Mann. Was geht an der Bahnschiene? Regelerk. Oh. Nee. U-Bahn-Station. Unten in den Wartungsschichten. Ist zwar widerlich, aber ist sicher. Ja, auch eine Option. Da war ich mal mit Sancho. Irgendwo in der Nähe vom Wasser. Was ist denn hier mit dem Elektrizitätswerk? Liebter-Drogen-Umschlagspunkt. Ja? Mhm. Fuck. Was ist mit dem Ententeich? Geht da was? Was ist mit dem... Nicht-Grapeseed-Enteich? Da wohnt... Soweit ich das weiß, eine Medizinerin aus dem Pillbox. Und ich glaube, der Typ von Juicy Gems. Was ist denn mit bei Graveseed dem Fischer-Dorf? Hm. Ich weiß was. Da wohnen Leute, oder? Was ist mit dem Leuchtturm? Zu... Nein, ich weiß wirklich. Da hängen viel zu viele Verliebte ab. Fuck, Mann. In der Nähe vom Leuchtturm gibt es auch Campingplätze. Mit kleinen Zelten und so. Was ist mit dem Mount Chiliad? Besuch der Ort. Gibt es dort irgendwo eine Wanderhütte? Nein. Was? Kennst du den Ort mit dem Labyrinth in der Stadt? Ja, klar. Ja, oder da, genau. Ja, aber das... Also, ich meine, ich sehe hier... Weißt du, was das sicherst war, Billy? Ich sage es dir ganz ehrlich. Aber da musst du ein paar Abstriche in Sachen Luxus machen. Wir landen dich auf irgendeinem Dach. Und da penntst du erst mal. Oben am FAB Tower oder so. Der ist doch eh steckgelegt. Und da schläfst du erst mal eine Nacht. Und dann haben wir mehr. Wenn da ein Sturm kommt, dann fliegt er einfach runter. Nein, das ist geschützt da oben. Ich bin schon mal drüber geflogen. Da kommt aber niemand hin. Außer dem Helikopter. Auch zu auffällig, wenn einer drüber fliegt. Ja. Warte. Fuck. Wir können nicht am Flughafen landen. Ja. Alter, eine Nacht musst du mit dem Survival-Dings überleben, Mann. Die Stadt ist jetzt zu gefährlich. Egal wo. Ich gebe dir eine Angel. Dann kannst du angeln. Ich habe dir nur bei uns eine Klappe an. 4 Kilometer Luftlinie Norden, Mann. Da ist so in den Bergen ein See. Wunderschöner Ort. Ziemlich ruhig. Ich habe alles dabei, was du brauchst. Da kannst du doch wohl eine Nacht pennen, bis wir dir morgen was besorgt haben. Okay. Fliegen da hin. Mein Name ist Dr. Johann Stanlowski, Retter der Leben. Ich bin der richtige Doktor, nicht, Schwester Kusch? Warum hebt er nicht ab? Hallo? Nicht doch. Nicht doch. Er hebt nicht ab. Das ist nicht gut. Oh Gott. Das hat jetzt auch noch gefehlt. EMP oder sowas. Oh Gott. Dann würde ich aber ganz schnell das Land verlassen, wenn die so krass wären. Unter uns sind jetzt so Dings. Campingplätze und so. Fahr zu dem Seemann. Der ist wunderschön. Ja. Der ist. Da steht ein Zelt. Hier gehen Leute angeln. Wir sind am Arsch. Wir sind am Arsch. Dann bringen wir ihn in die Hölle hier an der Küste. Ich hab... Ja, das... Jungs, Mann, das ist... Das ist eine scheiß Millionenstadt. Wir leben überall. Es geht nur um eine scheiß Nacht, Jungs. Ich krieg das schon hin. Ich bin sowieso müde wie Sau. Ich brauch's nur warm. Ich decke mich mit irgendwas ein. Alter, du hast ein Zelt, Mann. Alles dabei. Voll geil. Ne, da... Was ist mit dem Panda-Dorf da vorne? Jo, auf geht's, komm. Was ist mit Acid Town? Auf gar keinen Fall. Da boomen Leute. Das sind immer nur Junkies, man. Die sagen alles für ein bisschen Crack. Warte, hier... Hier brauchst du nichts, machen wir ein Zelt oder irgendwas. Wer uns hier landen sieht, weiß auf jeden Fall Bescheid. Sie solltet euch schnell verpissen. Okay, warte, ich geb dir noch was. Essen hast du. Oh, wenn irgendwas sein sollte, Mann. Entzünd die gelbe Lampe. Okay. Wenn dich finden, Mann. Halt's, du hier weg musst, weil irgendwas passiert. Hier, Brennholz. Also, Feuerstahl, ja, auch klar. Ist der See hier trocken? Was ist ja alles? Brille, die eine Nacht nur. Schlafsack. Und, jo, falls du so was Schmerzen hast, was zum Kiefen, Bruder. Ja, wir melden uns. Jetzt verschwindet irgendwo. Sag niemandem, wo du bist. Niemanden. Ja. Wenn du irgendwas hörst, dann renn in die Berge. Okay. Da gehen das Zelt links. Los, was vom Acker hier. Wir können jetzt erst mal nicht landen, ne? Nimmens so. Warum? Na, weil die bestimmt auf der Suchenden im Helikopter sind. Weißt du, wie ich mich fühle? Ich fühle mich wie James Bond. Ich fühle mich wie Dumbledore. Ei, Mann. Was, MacGyver? Dumbledore. Scheiße, wir müssen uns was überlegen. Und Dr. Chicken ist jetzt der wichtigste Mann. Er weiß es nur noch nicht. Wir werden Billys Leben gegen Macarena's Leben eintauschen. Ja, aber dann brauchen wir erstmal den Kontakt. Ja, und deshalb sage ich doch, Mr. Chicken ist wichtig. Ach so, ich dachte doch doch Chicken. Ah, Mr. Chicken. Aber dann nicht angerufen. Scheiße, Mann. Fuck, sollen wir einfach die eiernde Hose haben und da hinfahren? Auf gar keinen Fall. Von wem wissen wir, dass die schon für die gearbeitet haben? Nein, scheinen die als Zekas. Die waren ja gerade da. Aber ich bin ganz entschweifft, wenn wir mit den Leuten nichts zu tun haben. Da haben wir andere Möglichkeiten, ja. Ich weiß, dass Dr. Chuck für die arbeitet, aber er will sich raushalten. Oh, Dr. Chuck kann sich nicht aus allem raushalten. Ja, aber das macht den. Ich habe schon gefragt. Ach so, ich muss reden. Ah, vielleicht haben wir noch... Hast du Funk an? Nein, kann ich aber. Mach mal an, vielleicht ist irgendwo Notfall. Vielleicht brauchen Sie den Doktor. Was ist denn an einem Fliegen? Ja, wo ist Problem in Landen? Ja, aber ganz oben. Du weißt schon, wenn das Kartell rausfindet, dass wir geholfen haben? Ach nee, wir wollten ihn dir eigentlich ins Messer liefern, ne? Was gibt's da zum Rausfinden, Mann? Wir versuchen nur, die Geschichte ein bisschen zu ändern, Mann. Dass andere Leute sterben und nicht Billy. Ja, aber wir wissen ja nicht, was er gequatscht hat. Das ist das Problem. Aber wenn die kommen, können die uns ja vor ein Ultimatum stellen. Entweder verpfeifen wir den, oder wir sterben. Und dann müssen wir, wo er ist. Ich denke, wir haben genug Möglichkeiten, uns da rauszumogeln. Ja, auch. Wir finden schon eine Lösung. Warum soll ich den Funk am Machen? No, wir müssen ein bisschen Helikopter fliegen. Vielleicht ist ein schwerer Verkehrsunfall. Und wir haben einen Patienten, der muss abgetransportiert werden mit Helikopter. Ich denke schon, dass wir gleich irgendwo landen können und abhauen können. Jetzt ruf mal Dr. Chicken an. Guck mal, ob ein Ding sein, es okay ist. Ja. Ja, ist am Ding sein, es okay? Ja, die sind weggefahren, als sie hinten gehört haben, dass hinten ein Ding rausfährt. Und jetzt haben wir auch alle wieder Türen aufgeschlossen. Also die sind losgefahren, als die Cops losgefahren sind? Ja, richtig. Dann hat unsere Finte funktioniert. Ja, ich bin auch, dass sie kurz dem Helikopter gefolgt sind, aber dem können sie nicht lang folgen. Aber ich bin eben ganz lang in Richtung und dann unterm Radar. Perfekt. Ja, hat alles gepasst, es ist jetzt auch keiner mehr hier. Okay, dann können wir eigentlich wieder oben landen, ne? Äh, ja, richtig. Richtig, ich hab nur noch kurz Klinge getroffen. Der hat gesagt, der würde gern mit Billy reden, noch so, ne? Nee, 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 nee. Ja, ja, alles gut. Ja, ist erstmal weg. Alles gut. Aber du willst doch gar nicht wissen, ihr macht es schon. Okay, besser aus, weil du nichts weißt. Ja, je weniger es wissen, desto besser, ne? Kein bei. Ja, Klinge, den ich mal zusammengeboxt hab vom Laster wollte mit dem Billy quatschen. Ja. Ja, aber die Finte haben die geschluckt. Die sind losgefallen, als die Kops rausgekommen sind. Sehr schön. Ja. Ja. Und das alles ruhig gekümmt an Lernen. Wenn dein Plan funktioniert. Ja, 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 ja. Ja. Mann, warum hat der Chicken mal nicht angerufen? Das ist das Chicken ist super wichtig jetzt. Ich hab dem sogar Dings geschrieben. Im WeNet. Dass ich eine Reise buchen möchte. Aber halt nicht gern wollte, für zwei Stunden. Wir müssen... Hast du den Code bekommen, Null, ne? Ne. Der Wichser, wir haben ihm sein Schles Leben gerettet. Eigentlich schon, ne? Wenn der jetzt Mucken macht, dann bringen wir den einfach um. Dann müssen wir die Leiche aber mitschleppen, das werden die uns nicht glauben. Wir werden die mitschleppen, wir werden das auf Video aufnehmen. Ja, guck dir mal die Aussicht an, Mann. Auf Sandshorts und so. Das ist super geil. Ich fühl's gerade, Mann. Wir haben heute... Heute haben wir... Schachmatt gesetzt, Mann. Heute haben wir einen sehr klugen Zug gemacht, ja. Scheiß auf Macarena. Klar, scheiß auf Macarena. Aber weißt du, was das Problem ist, Roy? Wir wissen nicht, was Billy gequatscht hat. Und vielleicht muss der zu Recht sterben. Mit wem meinst du? Naja, wir wissen ja nicht, mit wem Billy gequatscht hat und was er gequatscht hat. Weil der hat doch vorhin gesagt, die haben mich disrespektet und meine Leute. Das Kartell. Wir müssen so oder so nochmal mit Billy reden. Aber deswegen gehst du nicht hin und snitcht. Nur weil jemand dich nicht respektiert. Du bist ne Fliege, Bro. Was denkst du nur, weil du bist? Snitcht Billy, ich kann mir das nicht vorstellen. Eigentlich sind mir beide scheißegal. Ich will nur meinen Vorteil rausziehen für uns. Moment. Meine Wings sollen beide sterben. Oh, Hauptsache, Mann. Du, Crispy, Kim. Die sind safe, ja. Und Milan, natürlich. Ja. Ich zähle euch schon als eins. Das ist doch mal kein Anruf von denen, ne? Komm, ab in die Stadt jetzt. Ich habe irgendwie so das Gefühl, dass wir gleich landen und rausgehen, dass wir eingepackt werden. Aber wir haben ja was in der Hand. Warum sollten wir eingepackt werden? Ich weiß nicht. Wir gehen rein, Mann. Wir gehen in ein Zimmer. Ich ziehe mich um, was mich behandelt. Boah, ich gucke dir die Stadt gleich an. Guck's dir an, Mann. Die ganze Aussicht ist krass. Wir sind nur Penner, haben sie gesagt. Nie Kontakt bekommen. Aber wir sind nur Idioten. Sollten sie das weiterdenken. Wir sind die krassesten, die unterwegs sind, Alter. Hätten die uns losgeschickt, wären die schon alle tot. Guck's dir an, Mann. Ekelhaft. Wo haben wir den jetzt ausgesetzt? Achso. Ich habe was vergessen. Wir müssen aus einer anderen Richtung kommen. Wir hätten ihn irgendwo hier oben auf dem Dach abschmeißen können. Ja, und dann sieht er keinen Sinn mehr und springt runter, weil er zweifelt. Deshalb habe ich gesagt, ich fühle mich wie Dumbledore. Er hat den Harry auch noch großgezogen, damit er mal stirbt. Und wer bin ich? Du bist Professor Snape. Der Böse, aber eigentlich der Gute. Aber Mann, kann ich mir mit abkuchen. Aber wir beide gehen drauf, Mann. Wir gehen nicht drauf. Absoluter Punktlandung. Oh, warte mal. Ich ziehe meinen Kittel kurz aus. Jawohl. Ah, fuck. Wird gar nicht, Netzbanker. Aber nur, wenn du dich gegen Organisationen anlegst, wo du dich nicht anlegen sollst, dann bist du selber schuld. Und das ist ihnen bewusst. Er hat geschossen aus. Ja, Sir. Ich muss mich umziehen. Halt. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.